Er sieht einen Haldifa und der Propheten neuen Frauen ballert und dann noch einen Bart nimmt und dann sagt er, ich muss da wissenschaftlich rangehen. Sag mal bitte, was ist los mit ihm? Meine Güte, ganz ehrlich. Aber wenn das dein Ernst ist, ganz ehrlich, wenn das dein Ernst ist, dann würde ich mir echt jemanden holen, der echt professionell ist. Also im Bereich Psychologie wirklich sehr professionell bewandert ist, vielleicht auch mit zwei Doktortiteln. Und bitte, lass dich nicht von Denk nach therapieren, weil der therapiert dich komplett in die falsche Richtung. Und vor allem nicht von Hamdi, weil nachher kommt aus dir eine Mischung aus die ganze Zeit blablabla, Philosophieren plus Schreien raus. Du musst aufpassen. Du hast zwei Augen, du hast ein Gehirn, die Quellen sind öffentlich zugänglich, schallt endlich dieses Gehirn ein. Du hast es nicht umsonst von Gott bekommen. Fünf IQ-Punkte reichen bereits, um ein paar Hadife zu lesen und zu merken, dass da was vorgeht, ist falsch. Nein, ich glaube nicht dran, dass ich einen Palmenpenis bekommen werde. Sag mal, wie kannst du nur an sowas glauben? Nein, das ist aber wissenschaftlich, Palmenpenis. Also ich muss noch lachen, wirklich, Palmenpenis. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Green Raven, mach was du möchtest. Deine ganzen Gelehrten, deine Imams, die haben alle recht. Und alles, was sie sagen, ist richtig. Alles, was wir sagen, ist falsch. Mensch, ich hoffe, du kommst mit deinem Leben damit gut klar. Vielleicht in diesem Leben, aber im nächsten Leben denke ich nicht. Und wir werden es wahrscheinlich auch nie sehen und nie wiedersehen, denke ich mal. Und nimm doch irgendwelche Dinge an, die wir dir mitgeben. Wir sagen dir ja nichts Schlechtes wirklich. Und wenn irgendwas aus dem Koran zitiert wurde, dann heißt das nicht, dass wir das nicht verstehen. Wir sind heutzutage sehr, sehr weit, auch mit der Wissenschaft oder mit der Religion, dass Menschen auch hochintelligent sind. Oder beziehungsweise noch nicht mal intelligent, auch durchschnittlich intelligent. So wie der Bruder gesagt hat, 5% reichen schon, um den Koran zu verstehen. Dafür brauche ich doch keine... Seid ihr denn so verblödet, dass ihr irgendwelche Leute braucht, um euch irgendeinen Text vorzulesen? Seid ihr in der ersten Klasse, dass die Lehrerin euch vorlesen muss? Damit ihr das versteht oder was? Ihr habt doch selber Augen. Und ich sage mal, Arabisch kann man doch übersetzen. Das ist doch nicht eine Sprache, die man nicht übersetzen kann. Du kannst doch selber recherchieren. Warum vertraust du irgendwelchen Leuten? Wie kannst du andere... Ich würde mich niemals auch... Ich verlasse mich noch nicht mal auf meinen Bruder, wenn es um hart und hart geht. Dann gehe ich selber irgendwo hin und erkundige mich, ob das richtig oder falsch ist. Das musst du doch verstehen. Wie kannst du dich auf Leute verlassen, Junge? Komm mal klar, wirklich, komm klar. Wir lügen dich doch nicht an. Warum sollen wir dich denn anlügen? Dankeschön. Vielen Dank. Also ich probiere es schnell zu machen. Das erste Mal will ich nur schnell was zeigen. Also von dem, was er erzählt. Saudiarabe, Muslime entsorgen. Koran in der Kanalisation. Da. Alles voller Koran. Okay. Und dann hat er gesagt, Hey Gott, Bibel, wie die viele Widersprüche. Dann empfehle ich dir 102 und vor auf 101 scheinbare Widersprüche in der Bibel. Vermeintliche Widersprüche in der Bibel. Mach deine Hausaufgabe selber, Mann. Mach deine Hausaufgabe selber. Jeder hier hat gesehen. Was macht er? Da habe ich geschrieben. Deine Methodik. Ich frage dich über die Bibel. Ich spreche über den Koran. Widersprüche in der Bibel. Ey, lächelig. Da. Mach deine Hausaufgabe selber, Mann. Da. Da. 102 Widersprüche. Also 102 und vor auf 101 scheinbare Widersprüche im Koran. Lebst du hinter dem Mond. Das ist es. Darum bist du jetzt geflüchtet. Weil du hast nichts zu sagen, aus hier die ganze Zeit zu philosophieren und zu labern. Und dann, alles was ich sage, hat keinen Wert. Er lacht. Sagt, es ist billig. Viele verlassen den Islam. Es macht uns Angst. Was macht mir Angst? Ey, hey, hallo. Meine Bibel sagt, dass am Ende des Tages werden viele vom Glauben abfallen. Aber der Islam wächst, weißt du wie? Zehn Frauen, also vier Frauen, zehn Kinder. Ja, so wird vielleicht, werdet ihr vielleicht die Welt nehmen. Aber das interessiert mich nicht. Nicht ein wenig interessiert mich das. Weil in der Bibel steht schon geschrieben, viele werden das Christentum verlassen. Und dann hat er Angst, unser Herz brennt. Ey, man hat keinen Sinn. Und er ist so lächelig. Er sagt, er würde mich stumm schalten. Schau ihn an. Er spricht nicht Lügenwissenschaften und bla bla bla. Ey, mach dein Hausaufgaben. 102 Unterworte auf 101 scheinbare Widersprüche in der Bibel. Ey, du bist lächelig, du bist billig und ich lache dich aus. Verstehst du, weil alles was du bringst, null Quellen. Null Quellen. Jake bringt Quellen. Ich bringe Quellen. Der Bruder hier, der Hausaufgaben hat sogar eine Quellen hier. Alle bringen Quellen. Du hast bis jetzt nur gelabbert, fantasiert, philosophiert. Wie? Denk nach. Und wie Hamdi, die auch gerne so tut wie du. Ich bin 100% sicher, Hamdi, und denk, das sind heute dein bester Kollege, weil du genauso sprichst wie die Lügen, über Lügen, Takir, das ist das, was du kannst. Täuschen, wie Mohammed und wie Allah. Der gerne Lügen und Täuschen. Weißt du, was in der Bibel über Lügen steht, oder? Jake, man hört es nicht. Beweis es, was in der Bibel steht über Lügen. Weißt du, dass Lügen legitim ist, wenn du glaubst. Die Läge, die kann schnell. Ich bin Christ, okay? dass Lügen legitim ist, du sprichst jetzt mit einem richtigen Christ. Verstehst du das? Guck mal, ich verstehe dich sehr gut. Ich verstehe dich sehr gut. Du drückst dich hier auch auf eine Art und Weise aus, die unmissverständlich ist. Alle verstehen dich. Ich glaube, alle verstehen dich hier. Nur du selber. Aber eine Sache. Ich verstehe mich, warum verlassen viele den Islam hier auf TikTok. Okay? Viele, warum sind eure Kollegen so böse hier? Warum dreht alle durch? Warum rennen? Denk nach, weil ihr genau weißt, wenn es so wäre, selbst wenn ihr eine Chance habt, ihr außer Lügen, täuschen, betrügen, wenn es so wäre, dass ihr den Islam verlassen habt. Ich habe alleine, seit ich auf TikTok bin, 28 muslimer aus Kult. Selbst wenn es so wäre, dass viele Muslime hier den Islam verlassen und zum Christentum wechseln, dann trennt sich nur Spreu von Weizen. Dann ist das gar kein Problem. Weißt du, dann ist das gar kein Problem. Aber eine Frage. Ah, du bist ja Spreuze von Freizeitränen, komm, du bist ein Heusler, Mann. Über Verstand und Achsel spreche, weil ich immer wieder über Verstand spreche. Eine Frage. Kann ich nur kurz einfach sagen? Jetzt mach deine Farmer, boy. Jetzt mach deine Farmer, du hast vorhin gesagt, die Islam ist schnellstwachsende Religion. Martina, warte bitte. Ich will ein Vers, ich will ein Vers, was für die Bibel ist. Ich stelle jetzt gerade eine Frage auf deine Aussage, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, Islam ist schnellstwachsende Religion, aber jetzt, wo Muslime den Islam verlassen, dass sie einfach nur, dass sie ohne Unie Muslime sprechen. Ich meinte, selbst wenn es so wäre. Er hat nur die passende Lüge. Ich glaube nicht, dass es so ist, aber selbst wenn es so wäre, dann ist das gar kein Problem. Dann ist das gar kein Problem. Er hat immer die passende Lüge. Merkst du, er hat immer die passende Lüge. Okay, hier spricht er immer, benutzt dein Verstand, wo ist der Kollege Adonis? Benutzt dein Verstand, sagt er, benutzt ein Apfel, wie siehst du? Er hat immer die passende Lüge. In Sprüche 3, 5 bis 6 steht, Vertraue auf deinen Herren von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Das sagt deine Bibel. Das bedeutet jetzt für dich, das bedeutet jetzt für dich, das bedeutet, das bedeutet jetzt für dich, das bedeutet jetzt für dich, dass du deinen Kopf gegen die Wände hauen sollst? Nein, aber für dich, das ist ja deine Bibel. Aber was verstehst du denn darunter? Dass du deinen Kopf ausschalten sollst, Bruder. Verstehst du das darunter? Weil du darfst das ja gar nicht, du bist kein Gelehrter. Du kannst nicht sagen, Koran-Traditionen. Ich kenne nicht diese 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 Koran-Traditionen. Bei euch kann ja jeder interpretieren. Du darfst das nicht. Du hast das selber vorhin gesagt, nur Gelehrte dürfen das. Ja, im Islam, aber wir sind ja außerhalb des Islam. Nein, du kannst nicht sagen Islam. Wenn du sagst, nur Gelehrte können Schriften identifizieren, dann ist das bei der Bibel genau so. Also darfst du... Die Tradition. Unsere Tradition ist... Das war ein Eigentor. Jetzt hast du dich selber verraten. An dieser Aussage willst du mir selber sagen, dass die Bibel doch zu verstehen ist, aber der Koran nicht. Komischerweise, ja? Nein, ah, Eigentor. Das überhaupt nicht. Aber du siehst ja... Das ist ja natürlich Eigentor. Das ist ja, was passiert. Weil ich... Jeder interpretiert auf seine eigene Art. Eigentor vom Feinsten. Und das... Ich kenne ja auch... Ich kenne ja auch... Dr. Bruder, du hast dich so blamiert heute. Wirklich. Also du hast nichts gebracht. Was sinnvoll ist. Blamiert, sagt er. Du hast nichts gebracht, was sinnvoll ist. Ich habe dich spiritiert, mir ist nicht mehr aufgefallen. Du hast nur beleidigt... Weißt du, warum es dir nicht aufgefallen ist, dass ich dich spiritiert habe? Weil du vorher betäubt wurdest. Bruder, was ist das schon wieder für eine Aussage? Bist du jetzt... Hast du den Heiligen Geist in dir oder hast du nicht? Ich habe mich spiritiert, man. Erzähl keinen Scheiß. Guck mal. Sagt der Scheiß der Heilige Geist oder hast du das gewertetragen? Ja, erzähl keinen Scheiß. Ich habe dich spiritiert und vorher war ich in dem anderen Spiel. Da habe ich vier von meinen Brüdern spiritiert. Heiligen Geist, das sind eure Geister. Ja. Das sind eure Geister, aber nicht heilige. Der Heilige Geist, der mir aufgetragen hat, die Finsternis offen zu legen. Vier Stück habe ich heute gezerpetzt. Du sagst doch, du bist besessen. Du sagst doch, du bist besessen von einem Geist, oder? Wow. Was für ein geiles Argument von Green Rebel. Du sagst, du bist besessen von einem Geist. Wow. Was bedeutet Ruki? Was bedeutet Ruki? Wie von dir lernen? Was bedeutet Ruki? Du hast Argumente wirklich krass. Argumente von Ruki. Wieder locker. Schau mal. Du hast heute nichts dazu beigetragen, dass wir nichts dazu beigetragen. Jetzt geht er von einem zum anderen. Jetzt sagt er, ich habe nichts gemacht. Jetzt sagt er, Liederloch hat nichts gemacht. Dann sagt er, Baru hat nichts gemacht. Dann sagt er, Antonis hat nichts gemacht. Du hast nur gehetzt. Und am Ende sagt er, ich bin der Beste. Ich bin der Wissenschaftler hoch 10, sagt er. Bruder, kannst du bitte schnell los machen? Wir werden jetzt den Koran zeigen. Dr. Ich will schauen, was er dazu sagt. Glaubst du an die Bibel, Green? Green, glaubst du an die Bibel? Ich glaube nicht an die Bibel, so wie sie ist. Okay. Du bist jetzt gerade ein Monafik geworden und streitet nicht mit den Leuten die Schrift. Und außerdem auf die beste Weise, außer denen, die unter ihnen Unrecht begeht. Und sagt, wir glauben an das, was uns und euch offenbart wurde. Glaubst du an die Bibel? In Jira habe ich dir gesagt. Glaubst du an die Bibel? Und euch offenbart wurde? Du besessener hast ja nicht wahrgenommen. Wir glauben an das, was uns und euch offenbart wurde. Glaubst du an das, was offenbart wurde? Green, ich bin Aramäa. Glaubst du an das, was offenbart wurde? Oder willst du dein Koran leugnen? Willst du Allah für Lügner erklären? Willst du dein Allah für Lügner erklären, Green? Erklärst du dein Allah für Lügner? Erklärst du dein Allah für Lügner? Erklärst du dein Allah für Lügner? Gib eine Antwort. Renn nicht. Renn nicht. Ich will wissen, ob du Allah jetzt für einen Lügner erklärst. Hier steht ganz klar geschrieben. Okay? Dein Allah sagst du dir. Und sag. Du musst sagen. Wir glauben an das, was uns und euch offenbart wurde. Flüchte jetzt nicht. Hier steht der Koran. Wenn du das nicht verstehst, wenn du ein Klärter brauchst oder deine Wissenschaft anwenden willst. Mach. Mach, was du willst. Da. Euch offenbart wurde. Dann, da ich noch ein bisschen Zeit habe. Sure 4. Um zu zeigen, dass du ein Käfer bist, Mann. Dass du ein Schähton bist. Okay? Du bist ein Schähton. Sagt Allah selber. Okay? Ich werde das beweisen jetzt. Ein Murnafik. Ein Käfer. Ein Schähton. Hast du nie diejenigen gesehen, die behaupten, das geglaubt zu haben, was dir offenbart wurde? Und was vor dir offenbart wurde? Glaub schon, die Bibel. Sag schon einfach nein. Weil du ein Murnafik bist. Und hier sehen wir in der Tafsir, okay? Das hier steht geschrieben, dass Omar, Omar Menschen wie dich, okay, tötete. Als er sagte ja. Und dann, was heißt das? Hast du nie diejenigen gesehen, die behaupten, dass sie an das glauben, was dir offenbart wurde? Und was vor dir offenbart wurde? So wie du. Omar hätte die zum Gebracht, weil du sagst, die Bibel ist verfälscht. Und du bist ein Murnafik. Und hier geht es um einen Heuchler. Wie du. Du bist hier der Heuchler. Okay? Widerlege deinen eigenen Koran. Erkläre deinen Alten für deinen Lügner. Ja, eigentlich meine Zeit gut an Wiedergeben, damit er da weiter brettern kann. Aber ich sage auch ganz offen und ehrlich wieder, das ist Kraftverschwendung. Der Typ ist ein hoffnungsloser Pfeil und das Schlauste wäre eigentlich, ihn einfach zu kicken. Einfach kicken, dass er weiter rumlaufen kann und irgendwelche Mülldosen umwerfen kann in der Straße. Nein, ich könnte auch mit ihm später. Green. Bitte Green. Guck mal, folg mir. Ich rede oft über den Islam. Vielleicht kannst du ein bisschen was mit uns hören. Wir können uns gerne irgendwann mal auch zusammen so unterhalten, wenn du möchtest. Aber ich lasse das jetzt trotzdem. Er nimmt nichts an. Er nimmt nichts an, solange du keine Robe anhast und den Koran mit so Dingen, ob du Herzschlag überprüfst. So richtig wissenschaftlich. Vorher nimmt er nichts an. Ja, ja. Aber ich will, wenn du die Imame bringen. Und du musst zwölf Imame bringen. Zwölf Imame, Bruder. Ich verstehe doch Arabisch. Das ist meine Muttersprache. Wozu brauche ich einen Imam? Du musst zwölf Imame bringen, weil er nimmt das nicht an. Weil sonst ist das... Bruder, hast du ihn nicht gehört? Ich habe immer mehr im Namen hier, Bruder. Ich habe immer mehr im Namen, wie er schickt. Bruder, hast du ihn nicht gehört? Er will es richtig wissenschaftlich haben. Du musst zwölf Imame bringen, Bruder. Allein schon aus dem Fakt, weil es zwölf Imame bringen muss. Weil es muss zweistellige Zahl sein. Weil Palmenpenis ist auch zweistellig. Es muss zweistellige Imamenzahl sein. Muss. Es muss sein. Und dazu musst du noch 72 Kuris bringen. Vorher ist das nicht... Ist das nicht wissenschaftlich. Ja, das ist eine Prophetie, Bruder. Nee, wirklich. Green, wirklich. Komm, oft hier. Wirklich. Wirklich. Wenn du ein wirklich ein vernünftiger Mensch bist, dann gibt es eine Chance, dass du die Sachen wirklich siehst. Ich predige nicht für eine Religion, damit du weißt, aber du bist... Der Islam finde ich trotzdem eine gefährliche Religion, ehrlich gesagt. Du musst Harry Potter lesen mit ihm zusammen. Vorher akzeptiert mich. Harry Potter musst du ein. Harry Potter. Mohammed. Danke dir, Host. Kein Problem. Du siehst, wir scheuen uns hier nicht in Diskussionen. Aber wenn du merkst schon, dass dieser möchtige Doktor hat sich selber einen Titel gegeben, von dem er vielleicht seit seiner Kindheit träumt und den er nie bekommen wird. Wenn die schon so anfangen mit Beleidigungen, mit dieser Aggressivität, mit diesem Hass im Herzen, wie sollen wir diesen Menschen begegnen, weißt du? Host, in dir erkenne ich auch, wenn du nicht mehr Muslim bist oder nicht Muslim bist, erkenne ich, dass du vernünftig bist. Das ist gar kein Problem. Mit vernünftigen Leuten unterhalten wir uns gerne, auch vernünftig. Und hier, du siehst alles nur neben irgendwelche Scheinargumente, irgendwelche Wartabautism-Tricks, das hier dieser Lawida locker immer wieder bringt. Ja, was ist aber damit? Was ist aber damit? Jetzt hast du mir aber richtig gegeben, weil ich deine Bibel komplett von oben bis unten widerlegt habe, zeigst du mir dann ein Hadith, hast du mir richtig gegeben mit diesem Hadith wieder locker? Oder habt ihr mir richtig gegeben, weil ein paar Leute aus dem Islam ausgetreten sind? Jetzt, boah. Also wirklich, das ist doch gar keine Grundlage, auf die wir hier diskutieren. Das führt auch zu nichts, ehrlich gesagt. Das ist alles für euch Zeitverschwendung, für mich Zeitverschwendung. Deswegen tut euch selber den Gefallen und mir auch, lasst das einfach, lasst das einfach. Das führt dir zu nichts. Der Doktor-Kollege ist nur vom Hass, er ist besessen. Er sagt ja auch, er ist besessen, beleidigt die ganze Zeit, holt irgendwelche Sprüche raus, die überhaupt weder mit Bibel noch Koran zu tun haben, einfach aus sich selber. Und da er sagt, dass er ein Geist in sich hat, besessen ist, gehe ich davon aus, dass dieser Geist nicht heilig ist, sonst würde er nicht so auf diese Art und Weise hier auftreten. Also er ist besessen von etwas Bösartigem. Ja, also das, was du jetzt geredet hast, war sogar so unsinnig, weil der hat aus dem Koran zitiert. Ich denke mal, du hast den Vers bestimmt verstanden, aber du akzeptierst den nicht, wie der ist. Und deine Gelehrten würden wahrscheinlich sagen, das ist eine Bedienungsanleitung für ein Autoradio oder sowas oder für einen Schrank, wie man den aufbaut von Ikea. Deswegen ist das wirklich sinnlos. Aber kennt ihr das vielleicht, wenn man so ein Kleinkind, das zwei, drei Jahre, vier, fünf Jahre alt ist, versucht zu sagen oder zu erklären, zähl mal bitte bis fünf und der sagt dann eins, drei, fünf und du sagst das tausendmal und du irgendwann verzweifelst du daran, dass der Junge einfach diese Zahl zwei und vier nicht sagen will. Und so geht mir das auch gerade mit Green Rebel. Wir können dir das tausendmal erklären, das geht nicht in deinen Kopf rein, weil du willst das immer irgendwie von eurer Seite aus bewiesen haben. Das Problem nur dabei ist, da ihr parteiisch seid, werdet ihr bestimmt nicht oder deine Imame werden bestimmt nicht von sich aus behaupten, dass die Religion nicht die Wahrheit ist oder beziehungsweise dass da der größte Teil des Korans fehlt. Von daher kannst du fragen, wen du willst bei dir, die werden dir alle was Falsches sagen und wir sagen dir die Wahrheit und du akzeptierst die Wahrheit einfach nicht. Und wenn man dir nicht helfen kann, tut mir leid. Also Kleinkinder kann man helfen, dir anscheinend nicht. Dann ist das sinnlos. Danke. Also vielen Dank. Also ich denke, vielleicht ist er ein Schier, weiß ich nicht. Aber ja, ist trotzdem peinlich für ihn. Er sagt, er hätte die Bibel widerlegt. Ich finde das auch lustig. Aber er hat gesagt, der Bruder ist besessen. Es gibt kein Unterneu, bei dem nicht ein Jinn Teufel ist. Sie, die Gefährten, sagten. Der Gesandte lasst auch bei euch. Daraufhin sagte er ja, aber Allah hilft mir gegen ihn. Und so bin ich von seiner Hand sicher. Und er befiehlt mir nichts als Guter. Also ein Jinn gibt Mohammed ein Befehl. Dann hat er gesagt, der Bruder werde besessen. Besessen war dein Prophet. Wir sehen hier, Mohammed fragt, ist er krank? Und dann sagt er ja. Mohammed sagt ja. Gabriel sagt in den Namen von Allah, I exhort you from everything. Also Mohammed wurde exorziert. Dämonische Austreibung gemacht wurde bei ihm. Das ist Rukia. Wurde bei Mohammed gemacht. Achso wurde exorziert. Wo ein Dämon ist, wissen wir. Das ist in Mohammed drin. Darum wurde von der Engel Gabriel exorziert. Und hier hast du ein Jinn bei dir. Du, der jetzt gerade so ein Käfer ist. Weil du nicht glaubst an die Bibel. Wie wir vorher bewiesen haben. Bewiesen haben, du musst an die Bibel glauben. Und es gibt kein Unterneu, bei dem nicht ein Jinn Teufel ist. Also ein Teufel ist bei dir. Kein Wunder tust du so. Kein Wunder bist du so. Und kein Wunder laberst du hier unseren Kopf voll mit deiner Lüge. Bis jetzt hast du nichts bewiesen. Kein Quellen und ich bin nicht Hass erfüllt. Nein, bin ich nicht. Aber du bist hier und sagst, ich habe dich stumm geschaltet. Du bist ein Takiya-Boy. Wie kannst du mich stumm schalten? Erkläre mir. Sag mir, wie du mich stumm schalten sollst. Erkläre mir das. Okay, vielleicht tust du da deinen Kopfhörer weg oder so. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und dem Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen. Wenn es zum Kampf kommt, nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Bleibt standhaft. Die Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Ich bin davon besessen. Davon bin ich besessen. Aber nicht von dem, was du erzählst. Davon bin ich besessen, gebe ich zu. Zu 100 Prozent. Wenn es darum geht, Dunkelheit aufzudecken, gerne jederzeit. Und sowas Böses wie den Islam findest du nicht alle Tage. Das ist Satanismus pur. Macht die Schriften auch für mich. Ganz ehrlich gesagt, für mich ist das Satanismus pur. Weil solche Rituale findest du im Satanismus. So, dass man so sexuelle Rituale macht mit mehreren Leuten. So sexuelle Energie in einem Gebäude freisetzen und solche Sachen. Und dann findest du dasselbe bei Mohammed. Dass er neun Frauen auf einmal pimpert und mit einer Wäsche. Für mich ist das krib und klar Satanismus. Für mich ist der Islam Satanismus. Ist so. Scheint vielleicht witzig zu klingen, aber es ist so für mich. Für mich ist er Satanismus. Und ein Fangkuchen auf mich. Jetzt ein Fangkuchen. Okay, ihr seht, das Niveau bei dem Kollegen ist ganz unten. Also auf den gehe ich auch gar nicht mehr ein. Weil er kann ja auch nur beleidigen und über englische Zeug reden, was überhaupt kein Hand und Fuß hat. Dass du besessen bist, Doktor, möchte gern Doktor, wissen wir alle. Dass du besessen bist, aber von nichts Heiligem. Habe ich dir schon mal gesagt. Du hast nichts Heiliges in dir. Nichts Heiliges. Bei Allah, ich schwöre es dir, du hast nichts Heiliges in dir drin. Aber da du sagst, dass du besessen bist, dass du irgendwas in dir hast, dann bist du höchstwahrscheinlich von einem Satan besessen. Von einem dreckigen Satan sogar. Weil du scheinst ja auch keine Manieren, keinen Anstand zu haben. Der Kollege Widerloka kommt wieder mit so ganz schwachsinnigen, sehr schwachen Sachen. Das zeigt nur, wie unwissend du bist, Widerloka. Wie unwissend du über den Islam bist. Keine Ahnung. Du sagst, bei jedem von euch ist ein Djinn. Was hat das mit besessen hat? Wenn bei jemandem ein Djinn ist, wenn ein Satan ein Begleiter eines jeden Menschen ist, wenn der Satan immer wieder die Menschen in Versuchung bringt, das ist eine Sache. Aber in sich etwas zu haben, bei sich etwas zu haben, der immer den Menschen in Versuchung bringt, das ist eine Sache. In sich etwas zu haben, wie ihr das behauptet, das ist eine ganz andere Geschichte. Wir reden hier von Besessenheit. Ihr erklärt euch selber zu Besessenen. Und wenn ihr euch richtig verhalten würdet, würde ich denken, okay, wir haben vielleicht was Gutes in sich. Aber an eurem Verhalten erkennt man, dass ihr von nichts Gutem besessen seid. Das heißt, ihr seid von Satanen besessen. Das, was der Kollege hier Satanismus uns vorwirft, ist auf euch zurückzuführen. Ihr seid besessen von Satanen. Dr. Scheich, du wurdest zweimal gemeldet. Ich musste dich runternehmen. Ich habe dich runtergenommen, die Meldung war weg. Ich habe dich wieder hochgenommen. Dann kamen wieder zwei Meldungen. Sonst wird das gesperrt. Willst du noch was sagen? Adonis, da soll ich weitermachen. So, hallo, guten Abend, liebe Leute. Ich segne euch. Guten Abend. Danke für die schöne Begrüßung an den Chat und an alle. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Green Rebel, ich habe gerade deine Rede gehört. Also, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du da überhaupt so argumentieren kannst, denn ihr habt null Argumente. Ihr könnt nichts belegen, nichts beweisen. Ihr tut es einfach rumphilosophieren. Das gehört sich nicht. Nicht als einen intelligenten oder erwachsenen Menschen. So tut man nicht argumentieren, liebe Leute. Eure Schriften, eure Schriften belegen eigentlich die dämonische Vielfalt eurer Lehren. Und von daher, warum tut ihr denn eigentlich diese Sachen verleugnen? Seid es doch dann manns genug zu sagen, okay, diese Sachen stehen in unseren Schriften. Wir nehmen sie so an. Ganz einfach. Ich meine, ich verstehe nicht, warum ihr da heucheln tut, rumliegen tut, auf Teufel komm heraus, die Sachen zu verschönigen, die kann man nicht verschönigen. Die sind nun mal faktisch belegt bei euch. Die haben wir nicht geschrieben. Eure Gelehrten sagen das auch. Bukhari sagt Allah, werden wir nackt sehen, mundbeschnitten. Das ist ganz einfach. Das könnt ihr alles nachschlagen. Das sind eure Gelehrten. 654. Pädophilie ist erlaubt. Auch Ibn Kathir bestätigt das. Al-Tambari, alle anderen Gelehrten genauso. Was soll denn das? Warum lügt es hier rum? Das gehört sich nicht. Tut es einfach, eure Schriften lesen. Lernt daraus. Nicht noch ein Wetter locker. Ich habe doch nichts Falsches gesagt. Und ich sage auch nichts Falsches. Tut es eure Schriften doch studieren und lest darin. Dann werdet ihr sie begreifen. Aber tut uns nicht der Lüge bezichtigen, denn wir lügen nicht. Wenn ihr mal lügt, dann seid ihr das. Oder ihr wisst nichts. So, also ich denke der Muslim da, er kapiert nicht. Ich habe gelesen. Es gibt keine Unterneu, bei dem nicht ein Jinn Teufel ist. Mohammed sagt, dass jeder Muslim einen Teufel hat. Manipuliert. Der dich viele böse Sachen dazu auf, also dazu bewegt, böse Sachen zu machen. Und dann habe ich gelesen, Sahin Muslim 2.186. Und da steht geschrieben, dass es rückge gemacht wurde bei dem Propheten Mohammed. Und dass er exorziert wurde. Ich kann nicht so gut Englisch, aber jeder, der Englisch kann, sieht. Ja, sagt er, bist du krank geworden, hattest du dich beschwert? Sagte er, Mohammed sagt in den Namen auf Allah. I exorziere dich. Exorzismus, dämonische Austreibung wurde bei dem Propheten Mohammed gemacht. Das ist nicht meine Aussage. Das ist nicht meine Philosophie, so wie ihr Muslime hier macht, die ganze Zeit. Nein, es steht hier geschrieben. Das ist die Quelle. Jeder, der Arabisch kann, kann hier lesen. Okay, dass dein Prophet exorziert wurde. Ein Dämon war dabei, war bei deinem Propheten. Und du hast einen Dämon bei dir. Darum lügst du die ganze Zeit. Es gibt keinen unter euch, bei dem nicht ein Dämon ist, der dich Bunga Bunga macht vielleicht. Oder vielleicht dich zum Schlechtes bewegt oder was auch immer. Okay, weil er gibt Befehle an Mohammed. Und dir gibt auch Befehle. So, an dich wieder locker. Du sagst, Jesus ist Gott. Dann sag mir, mit welcher Hilfe hat dein Gott die Dämonen ausgetrieben. Wenn das Belzebub ist, dann brauchen wir nicht weiter reden. Zweitens, was wird das hier? Willst du jetzt einfach jetzt hier irgendwie was erzählen? Oder möchtest du nur irgendwas fantasieren? Sag mal. Das würde ich gerne wissen. Ich rede nicht so gerne lange so. Ich bin nicht so wie wieder locker 10 Stunden über einen Nadis reden. Wer macht das immer? So 10 Stunden über einen Nadis. Gebt dir das mal. Die diskutieren für ein Nadis drei Monate lang. Ey, was ist los mit euch? Jeden Tag immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Was ist los? Wollt ihr provozieren? Was wollt ihr oder was? Ey, wir sind Muslime. Wir sind wie Löwen. Wir sind keine Schafe. Wenn ihr Probleme habt mit uns Muslime, dann kommt, ruft uns, macht einen Ort. Wir reden. Dann besprechen wir das richtig. Ich verstehe das nicht. Ihr wollt auf Privatsphäre gehen? Okay, dann komm. Lass doch einen Termin machen. Dann zeig dir meine Privatsphäre. Aber wenn du theologisch kommen willst, dann komm theologisch. Und dann gucken wir. Ja? Was dann Gott alles so drauf hat. Ja, nee, gib dir das mal. Der hat Dua gemacht zu Allah. Und Allah sagt, nein, du musst. Du musst sterben. Und er sagt mir, Islam ist satanistisch. Ja, nee, er betet einen Gott an, der geschlachtet werden muss. Ist das nicht satanistisch? Ist das nicht satanistisch? Das ist doch krank. Danke dir, Bro. Danke für die wahren Worte. Das ist nicht nur krank, das ist pervers. Die haben den Propheten Jesus ermordet, sagen die. Geschlachtet, bluten lassen, TikTok-sportlich. Und dann feiern sie das auch noch, dass er für deren Sünden gestorben ist. Feiern sie das, tragen überall dieses Kreuz und schämen sich nicht für das, was sie sagen. Schämen sich nicht für das, was sie Gott zuschreiben. Sie sagen, Gott ist auf die Erde gekommen, hat sich in die Windeln gemacht, ist auf die Toilette gegangen, hatte vielleicht auch manchmal Bauchschmerzen, hatte Durchfall vielleicht. Deren Gott hatte Durchfall und dann wurde er ermordet von Menschen. Deren Gott wurde ermordet von den Menschen. Und dann ist er wieder auferstanden, nach drei Tagen. Also unabhängig davon, dass es eine Verarsche ist, dass es ein Trick von deren Gott ist. Natürlich ist das nicht so nach unserem Glauben, aber durch deren Glauben ist er gestorben. Obwohl er wusste, dass er nicht stirbt, dass er wieder aufersteht. Also die wurden verarscht von ihrem eigenen Gott sinngemäß. Und wenn ich schon lese, wenn ich schon lese in Sprüche 3, 5 bis 6, vertraue, verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Du hast hier mit Menschen zu tun, die sich nicht auf ihren Verstand verlassen. Du siehst doch, was sie fabriziert haben, was sie aus Gott gemacht haben. Sie haben aus ihm eine Götze gemacht. Die beten ihn an, einen Menschen, der auf Toilette gegangen ist. Beten ihn an und stellen sich hier noch so hin, als hätten sie die Wahrheit gepachtet. Also, ich glaube, Adonis ist schon eingeschlafen. Und wie ich wieder überspringe. Okay. Das ist ja der Wahnsinn, wirklich. Götzendiener sagt, der Steinküsse, der Wahnsinn. Also, Mohammed und seine Dämonen. Teil 1, Mohammeds Erfahrung mit Geistern. Eine Erfahrung, die Mohammed als Kind hatte. Als Mohammed ein Kind war, wurde er von einer Beduinenfrau gestillt. Während dieser Zeit hatte er ein Erlebnis mit zwei Männern in weißen Gewändern. Hier ist die Übersetzung von Ibn Ishaqs Mohammed Biografie, Seite 36. Zwei Männer in weißen Kleidern kamen mit einer goldenen Schüssel voller Schnee zu mir. Sie nahmen mich und spalteten meinen Körper auf. Und dann nahmen sie mein Herz und spalteten es auf und holten daraus ein schwarzes Gerinnsel heraus, das sie wegschleuderten. Dann wuschen sie mein Herz und meinen Körper mit diesem Schnee, bis es rein war. Dieses Ereignis beunruhigte die Beduinen zutiefst. Und sie brachten Mohammed zu seiner Mutter zurück. Hier ist die Geschichte, die Mohammeds Amme erzählt. Und in Gulemus Übersetzung von Ibn Ishaq, Seite 72, erzählt wird. Der Vater seines Mohammeds Freundes sagte zu mir, ich habe Angst, dass dieses Kind einen Schlaganfall erlitten hat. Also bringen sie es zu seiner Familie zurück, bevor das Ergebnis sichtbar wird. Sie, Mohammeds Mutter, fragte mich, was passiert sei, und ließ mir keine Ruhe, bis ich es ihr erzählte. Als sie fragte, ob ich befürchtete, ein Dämon hätte ihn besessen, antwortete ich, dass dies der Fall sei. Beachten Sie, dass Mohammeds Amme glaubte, er sei von einem Dämon besessen gewesen. Man würde ein gewisses Maß an Bindung zwischen den beiden erwarten, da sie ihn pflegte. Daher ist es außergewöhnlich, dass sie ihn unter diesen Umständen zurückgegeben hatte. Tatsächlich geschah etwas sehr Beunruhigendes. Teil 2 mache ich nachher weiter. So, ich glaube, das hat nicht viel Sinn, mit diesen Jungs hier zu reden, weil die reden einfach von sich heraus, ohne irgendwelche Quellenangaben und gar nichts. Also das ist eigentlich ein Nonsens, was sie beide von sich geben. Dann kommst du doch mit euren Quellen, entweder nimmst du sie an und du, Risk-Debeter, du brauchst hier nicht zu drohen, kein Mensch hat Angst vor dir, dass du das weißt. Das erste und das zweite ist ja mal ja. Das ist Sahih Bukhari, 65, 27. Allahs Messenger said, The people will be gathered barefooted, naked and uncircumcised. I said to Allahs Messenger, will the man and the woman look at each other? He said, the situation will be too hard for them to pay attention to that. Also das heißt, hier werden alle nackt sein im Paradies und unbeschnitten. Also das werde ich dir ein bisschen übersetzen. Schauen wir mal, dass ihr das auch auf Deutsch seht. Der Gesandte Allahs sagte, die Menschen werden barefooted, naked and uncircumcised versammelt. Ich sagte, oh Allahs Gesandte, werden die Männer und die Frauen einander ansehen. Er sagte, die Situation wird zu schwierig sein, als dass sie darauf achten könnten. Das ist zwar nicht ganz perfekt übersetzt, aber es passt schon. Also ihr seht hier, euer Allah und euer Paradies entsprechen nicht den Sachen, was ihr denkt. Das ist kein Gott, definitiv nicht. Und ja, Jesus hat Dämonen ausgetrieben, mein lieber Freund. Ganz einfach. Und nur Gott kann das. Die haben gezittert vor ihm. Also das ist ganz einfach. So, vielen Dank. Also, Leo Trüm hat gesagt, mit welcher Hilfe hat Jesus Dämonen ausgetrieben? Wenn ihr mit Besebu ist, bla 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 bla. Immer ohne Quellen. Dann beleidigt er. Hier sagt er, beleidigt er. Er ruft da die Leute wie zum Kampf. Wenn ihr persönlich werdet. Wer ist hier persönlicher geworden? Und dann habe ich hier, Iblis sagte, darum, dass du mich hast abheuren lassen, werde ich es ihnen das schönste Licht erscheinen lassen, weil es es auf der Erde zu genießen gibt und sie allesamt abheuren. Also euer Allah tut sogar den Teufel in die Irre leiten. Das ist satanisch. Dann heißt es, und wegen ihrer Rede, wir haben den Messias, den Sohn der Maria, den gesamten Alas getötet, werden sie weder erschlagen noch gekreuzigt hatten, sondern dies wurde ihnen nur vorgetäuscht. Vorgetäuscht. Da. Damit ihr sagt, ich lüge. Vorgetäuscht. Also Green. Wer der Täuscher hier? Da. Vorgetäuscht. Und dann geht es um den Diener. Am Tag, an dem das Schienbein freigelegt wird und sie zu Niederwerfen aufgefordert werden, aber die Ungläubigen, Gott sei Dank, werden mich nicht vor ein fliegendes Schienbein niederwerfen. Ihr Muslime aber schon. Ihr werdet sie vor ein Schienbein niederwerfen, weil euer Gott hat nur ein Schienbein. Zwei rechte Hände, Sitz auf Rollstuhl und Rieskdebatte. Dein Gott macht Kacke auf diesen Rollstuhl. Die ganze Zeit habt ihr hier gelabert, aber euer Gott macht Kacke auf den Rollstuhl und weil er nur zwei rechte Hände hat, dreht sie die ganze Zeit im Kreis. Verstehst du, die ganze Zeit dreht sie sich, er hatte nur zwei rechte Hände. Weißt du, dann dreht sie die ganze Zeit so im Kreis und macht Kacke, Pipi, die ganze Zeit in seine Hose. Verstehst du, weil euer Gott hat nur ein Schienbein und zwei rechte Hände. Er macht sie in der Hose, in den Rollstuhl. Erstens, Aram, du kennst deine Bibel nicht, schade. Paulus hat mit einem lausigen Taschentuch Menschen geheilt. Dämonen ausgetrieben, hast nicht gesehen. Mit einem Taschentuch. Ja, nee, dein Gott hat Welzebub gebraucht, Paulus hat nur Taschentuch gebraucht. Vergleich das mal, erstens. Zweitens, diesen Vers, den du gezeigt hast, wieder locker. Das ist die größte Erniedrigung deines Gottes. Denn Gott ist als Mensch gekommen und die Juden haben den nicht mehr erkannt. Gibt dir das mal. Der ist als Mensch gekommen und hat gesagt, ich bin Gott angeblich, laut eurer Thesen. Und die Menschen haben das nicht mal geglaubt. Aber das, was da steht, das ist die größte Erniedrigung. Das heißt, Allah zeigt dir nur den Fuß. Und die Leute wollen sich niederwerfen und die trauen sich nicht. Die trauen, äh, was heißt nicht, die trauen sich nicht. Die können nicht. Das ist schon eine Erniedrigung. Wallah, das ist eine sehr, sehr, sehr große Erniedrigung. Gibt dir das mal. Allah zeigt nur Fuß und die wollen sich niederwerfen, weil die wissen, das ist Gott. Und die können nicht. Und dein Gott kommt als Mensch, ja nee, und keiner checkt das nicht. Nicht mal Maria oder was. Aber egal, alles gut. Und, äh, guck mal. Durch dich, wieder locker. Wallah, Bela, beweist du mir auf jeden Fall, es gibt's nicht den Heiligen Geist bei euch. Weil, hättet ihr den Heiligen Geist, dann würdet ihr nicht so reden, kökker, wie so ein Kind. Und drittens, seit wann ist eine Diskussion? Eine Bedrohung, Alter, was ist los mit euch? Ihr könnt kein Deutsch. Ich hab gesagt, dann lass mal diskutieren, unsere Privatsphäre. Da zeig ich dir mal meine Privatsphäre, ja, dann können wir dann diskutieren. Wenn du hast Probleme mit uns Muslime, dann lass diskutieren. Aber, ey, Digga, was ist los mit euch? Ihr seid so peinlich, Wallah, Bela, ihr seid so peinlich. Ehrlich. Vielen Dank, Bro. Also, die sagen nicht nur, dass sie den Heiligen Geist in sich haben, die sagen, die haben auch Gott in sich. Weil der Heilige Geist ist für sie Gott, somit haben sie Gott in sich. Also, jeder von denen ist zu sagen, Gott für sich, also krank, richtig krank. Das wollen wir aber hier an dieser Stelle nicht weiter kommentieren, weil das ist das Schwachsinn, was die da von sich geben. Und Gott soll sich so verhalten, wie die sich verhalten. Guck dir doch mal an, wie die drauf sind. Und Gott soll sein, wie sie uns das weismachen wollen. Aber zwei Verse aus der Bibel zeigen, deren wahren Natur, warum sie so sind, wie sie sind. Der erste Vers haben wir schon bereits zitiert. Verlasse dich nicht auf deinen Verstand. In Sprüche 3, 5 bis 6. Verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Der andere Vers, in Römer 3, Vers 7. Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher geworden ist, zu seinem Ruhm, warum werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Das sagte der Paulus. Das heißt, sie legitimieren hier einmal das Lügen, um das Christentum zu verbreiten. Und sie dürfen ihren Verstand nicht benutzen. Also sie dürfen ihre eigene Irrlehren, was sie da von sich geben, diesen ganzen Gotteslästerei, was sie von sich geben, Götzendienst, was sie da betreiben, dürfen sie nicht in Frage stellen. Weil laut ihrer Bibel dürfen sie gar nicht ihren Verstand benutzen. Darauf kommt noch, was sie hier betreiben, die ganze Zeit, das sind Lügen, um ihren eigenen Glauben schön darzustellen. Das befiehlt ihnen, deren eigene Religion. Und das ist das Kranke, das ist das Satanische in ihnen. Und das ist der Satanismus, was da herrscht. Und keinesfalls ein Heiliger Geist. Green Rebel, du hast jetzt wirklich zwei Stunden gebraucht, bis du irgendwo ein Vers aus der Bibel irgendwie anscheinend zitiert hast oder so. Das ist schon traurig. Zu dir, das, was du vorhin gesagt hast, das war sowohl eine Drohung und wenn man, das kommt immer auf den, der Ton macht die Musik. So wie du es gesagt hast, war das auf jeden Fall eine Drohung. Und wir können es ja gerne privat klären, dann werdet ihr ja sehen. Was soll das denn bedeuten? Soll das sehen, dann werdet ihr ja die Quellen sehen, dann werdet ihr sehen, was ich euch sage. Nein, das brauche ich nicht. Das, was du sagst, das kann ich auch hören. Dafür brauche ich mich nicht mit dir treffen. Und dass du wieder vorhin gesagt hast, dass er drei Monate lang oder so oder wochenlang irgendeinen Vers aus dem Koran zitiert und keine Ahnung, was ihr dazu sagt. Aber das ist aber normal, das habe ich euch vorhin schon erklärt, wenn man ein Kind versucht, die ganze Zeit was zu erklären, das versteht das nicht. Dann macht man es immer und immer und immer wieder, bis das das Kind mal endlich versteht. Und das ist mit euch auch so. Green Label, deine Argumente sind sowas von schwach. Wirklich, mein Sohn ist fünf, der andere ist David drei. Die wissen viel mehr als du und die haben viel mehr Wissen als du. Nicht über Religion, überhaupt über das ganze Leben. Du hast gar keine Ahnung, du redest die ganze Zeit hier und es kommt wirklich nur heiße Luft raus. Du sagst zu Aram, er hat gar keine Ahnung von der Bibel. Der hat mehr Ahnung von der Bibel, der hat mehr Ahnung vom Koran als du, dein Kollege Rizk und wer weiß, wer noch hier drin ist von den Moslems. Also erzählt keine Scheiße, wenn ihr die Leute nicht kennt. Aber wir sehen ja, was er weiß. Er bringt ja Verse. Er erklärt die Verse. Was bringt ihr? Ihr habt keine Ahnung, ihr habt keine Ahnung, ihr habt keine Ahnung. Was habt ihr denn für Ahnung? Also ihr redet die ganze Zeit nur Mist. Komm mal, ein bisschen klar. Ihr versteht nicht das, was man euch die ganze Zeit sagt. Er beleidigt noch nicht mal, er zitiert nur aus eurem eigenen Koran. Aber ihr wollt natürlich dafür, so wie Dingsdoktor schon sagt, zwölf Gelehrte für einen Vers, den jeder versteht. Jedes kleine Kind versteht das. Danke. Ja, erst mal Gottes Segen an alle. Ich habe das hier nicht von Anfang an mitbekommen. Ich bin erst später dazu gekommen. Aber was ich gesehen habe von Green und diesem Rizk, also, da kann man sich nur an den Kopf fassen, ja. Und dann kommen die mit so billigen Drohungen, ja. Also echt unverschämt. Die haben nichts gelernt. Die waren schon in anderen Streams. Da haben die dieselben Fragen gestellt. Und dann sind die auch schon da widerlegt worden. Und nicht nur die, sondern die anderen auch. Es kommt mir vor, als ob die alle geklont sind. Die haben alle die gleichen Fragen. Und wenn, ja, wenn ihr meint, dass die Christen euren Mohammed immer beleidigen würden oder sowas, dann holt doch mal die Quellen, die das anders beweisen. Na, holt sie doch. Legt sie da hin und sagt, nein, die Quelle ist falsch, die Quelle ist richtig. Macht ihr ja nicht. Macht ihr nicht. Ihr seid die ganze Zeit immer beleidigt, wenn man mit euch spricht. Man kann ja mit euch überhaupt gar nicht reden. Es geht überhaupt gar nicht. Nicht nur mit dem und dem, sondern mit mehreren. Ungefähr 80% oder 90% kann man gar nicht mit euch reden. Man kann nicht mit euch reden. Warum soll man euch dann noch treffen? Außerdem, wenn man euch trifft, da muss man die Polizei dabei haben. Meine Meinung. Ganz einfach. Und das Schlimmste ist, dass ihr hier immer noch die Scharia befürwortet. In einem Grundgesetzland. Und wenn es euch hier nicht passt, tschüss, One-Way-Ticket. Ab nach da, wo ihr herkommt. Keine Ahnung. Aber so nicht. Wenn, dann seid demokratisch und respektvoll. Wir Christen, wenn ihr auch den Jesus liebt, wie ihr sagt, dann doch nicht so. Jetzt zeige ich dir mal aus deiner Schrift, dass du vor Jesus treten wirst und er wird dich richten. Denk gut darüber nach, mein lieber Freund. Schau mal her. Das ist Sahaj Bukhari 3, 4, 4, 8. Allahs Gesandter sagte bei dem, in dessen Händen meine Seele ist wahrlich Jesus. Der Sohn Marias wird bald zu euch herabsteigen und die Menschheit gerecht richten als gerechter Herrscher. Er wird das Kreuz brechen und töten die Schweine und es wird keine Cezja, das sei Steuern, die von Nichtmuslimen eingenommen werden, geben. Geld wird im Überfluss vorhanden sein, sodass niemand es annehmen wird und eine einzige Niederwerfung von Allah im Gebet wird besser sein als die ganze Welt. Und was auch immer drin ist, ist, Abu Huraira fügt hinzu, wenn sie möchten, können sie diesen Vers des Heiligen Buches rezitieren. Und es gibt keinen von den Menschen der Heiligen Schrift, Juden und Christen, der nicht an ihn glauben muss. Das heißt, Jesus als Apostel von Allah und ein Mensch vor seinem Tod und am Tag des Gerichts wird er ein Zeuge gegen sie sein. Also, schau mal her, denk gut darüber nach. Der Teufel macht natürlich viele Fehler, denn das ist von Gott so vorgesehen. Merkt ihr diese paar Wörter? Allahs Gesandter sagte bei dem, in dessen Händen meine Seele ist wahrlich Jesus, der Sohn Marias, wird bald zu euch herabsteigen und die Menschheit gerecht richten. Also, denkt gut darüber nach. Wie gesagt, der Teufel macht Fehler. Das ist von Gott so vorgesehen. Sonst würde er jeden Menschen täuschen können. Aber wohl dem, der die Wahrheit darin noch sehen kann, Muslime wacht auf. Es gibt nur den einen. Das ist Jesus Christus. Sonst niemand. Sonst nichts. Weder dein Allah, noch dein Mohammed, der nur Schlechtes getan hat und nichts Gutes in seinem ganzen Leben. So, vielen Dank. Sehr schön. Er hat gesagt, mein Gott ist als Mensch gekommen. Und als er zu ihm kam, da war er angerufen von der rechten Seite des Tales, aus dem Baum, am gesegneten Ort. Omo servalli, ich bin Allah. Also, dein Gott ist ein Baum. Dein Gott wird zu einem Baum. Okay? Den wir schnell abhacken sollen. Dann, ihr redet ständig vom Heiligen Geist. Saulus aber, der Paulus, heißt, voll Heilig Geist, er blickt ihn fest und sprach. Ich sage das zu euch jetzt. O ihr Sohn des Teufels, voll aller Liste und aller Bosheit, wir zwei, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, dich gerade wegen des Herrn zu verkehren. Das sage ich zu euch. Und nun siehe, der Hund des Herrn kommt über euch. Und ihr werdet eine Zeit lang erblind sein und die Sonne nicht sehen. Okay? Das sage ich zu euch. Okay? Ihr täuscht. Und dann, ich bringe gerne Romer 7, wenn nämlich die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überstrommen wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann durch meine Lüge als Sünder gerichtet? Muss man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lass uns Böses mit Gutes tun. Also ihr lügt, ihr verleumdet hier. Ihr könnt weder lesen noch schreiben, wie euer Prophet, ihr seid anaphobiert. Wie da locker weiss, was peinlich ist, wenn einer eine Aussage tätigt und sich dabei selber widerlegt. Das ist peinlich eigentlich. Wallah billah, das ist peinlich. Ja ne, gib dir das mal. Durch seine Lüge und durch seine Liste. Davor sagt er, wer sowas tut, der ist ein Teufelssohn. Gib dir das mal, das ist doch peinlich. Ey Wallah, ihr seid so, ey, ohne Witz, mit euch könnte ich mich kaputt lachen. Ehrlich, mit euch kann man nur kaputt lachen. Ich kann mich nur, also ehrlich, das ist peinlich. Wallah billah, peinlich, was ihr für Verse bringt. Die sind einfach nur peinlich. Ihr habt nicht mal widerlegt, das, was ich gesagt habe. Aber okay, gut. Aram, weißt du, was gut ist? Wenn man lesen kann. Weil wer lesen kann, der ist einem klaren Vorteil. Weißt du, da steht nämlich, Jesus ist ein Gesandter von Allah. Da geht es die ganze Zeit eigentlich, also, ich weiß nicht, wer von uns ist denn Schwein? Ihr. So, erstens. Wer von euch glaubt an den Kreuz? Ihr. Also, meinst du wirklich, dass Jesus mit uns Krieg machen wird? Oder uns richten wird? Macht das Sinn, Aram? Ich gebe dir einen Tipp. Es gibt es im Internet bestimmt zigtausende Duden. Und dann bestellst du die ein. Und dann liest du das mal. Und wenn du fertig bist, dann kommst du mal hier rein. Und dann erklärst du uns mal alles. Weil du kannst auf gar keinen Fall kein Deutsch. Das sieht man. Das sieht man ehrlich. Ohne Witz. Da geht es die ganze Zeit um Muslime. Und er sagt, ihr werdet gerichtet. Ey, boah, Dumme tut weh. Ehrlich. Sorry. Und wo habe ich mich schon bedroht? Seit wann ist eine Diskussion? Eine Bedrohung. Zum dritten Mal. Also ehrlich, irgendwas fehlt bei euch. Und Johnny, wir haben keine Angst vor der Polizei. Wir haben gar keine Angst. Wir haben nur von Allah Angst. Merkt ihr das? Das ist der Unterschied zwischen euch und uns. So ist mein Ding, Alter. Ey, ganz ehrlich. Boah, ey. Was für ein hirnloses Problem, ey. Wirklich, Mann. Ey, es tut mir wirklich leid. Aber ich habe weder die Geduld noch die Buntstifte, um euch Kindern alles zu erklären. Deswegen lasse ich einfach nur Video laufen. Das ist das Beste. Weil ich habe keinen Bock, meinen Kopf für euch anzustrengen. Weil ihr seid sowieso gehirnfrei. Ja, hört zu. Und lasst mich in Ruhe. Ich möchte euch heute ein paar Reden zeigen. Muslime wachsen ja mit dem Glauben auf, dass der Koran unantastbar ist. Dass er nie verändert wurde und dass er Strich für Strich, Punkt für Punkt, genau so existiert wie damals zu Mohammeds Zeiten, wie auch im Himmel bei Allah, dass er unnachahmlich wäre und über jegliche Kritik erhaben sei. Wenn man ihnen das beigebracht hat und wenn der Koran deshalb auf so einen hohen Sockel gestellt wurde und sie ihr ganzes Leben damit verbracht haben, dies zu glauben. Was glauben sie? Was passiert, wenn sie dann mit der Wahrheit konfrontiert werden, dass es tatsächlich eine Vielzahl von Koranen gibt und dass diese Korane nicht übereinstimmen? Und zwar kein einziger stimmt mit dem nächsten überein. Und wir sind bei mittlerweile 37 Koranen angelangt. Alle aus der arabischen Welt. Denn der Koran ist das arabische Buch für das arabisch sprechende Volk in der arabischen Sprache. Und das sagt auch der Koran. Plötzlich werden sie mit einer Vielzahl von Koranabweichungen konfrontiert, die alle eine andere Meinung haben, also nicht gleich sind. In diesem Fall 26 von ihnen. Nein, schauen Sie sich an, was passiert, denn an Muslimen das zeigt. Es wird viel Unsinn hier geredet. Sehr viel Unsinn. Deswegen weiß man nicht, wo man anfangen soll. Fangen wir doch beim Lieblingsthema der Christen an, nämlich Kinder. 4. Buch Mose 31 So tötet nun alles, was männlich ist, unter den Kindern und tötet alle Frauen, die einen Mann im Beischlaf erkannt haben. TikTok sportlich. Aber alle Kinder weiblichen Geschlechts, die keinen Mann im Beischlaf erkannt haben, die lasst für euch leben. Da sagt Jesus, der Gott des Alten Testaments ist Jesus, da sagt Jesus über die Kinder, über die weiblichen Geschlechts, also Jungfrauen, kleine Kinder, Mädchen, die noch Jungfrauen sind, sollen die Soldaten, die die anderen umgebracht haben, für sich dann lassen, zum Vergnügen. Das ist reiner Satanismus, das ist nichts anderes als pure abscheuliche Gewalt und extreme Art von Abscheulichkeit, die wir nirgendwo sehen. Und das wollen sie uns als Liebe verkaufen. Das wollen sie uns als Liebe verkaufen. Jetzt kommen sie und sagen, ja, das Alte Testament gilt nicht mehr, etc. Euer Gott ist aber drin und euer Gott hat diesen Befehl gegeben. Da könnt ihr nicht so schnell weglaufen. Und tausend andere Verse dieser Art, die noch grausamer sind. Also wie gesagt, wir können so anfangen. Das, was du jetzt gerade vorgelesen hast, das hatten wir gestern schon gehabt. Das gilt nicht für alle Völker oder für die ganze Welt. Das war für ein bestimmtes Volk, was Unzucht bzw. schlechte Dinge auf der Welt getan hat. Und da hat Gott den direkten Befehl gegeben, dieses Volk auszulöschen. Und die Kinder, die umgebracht wurden oder die man töten sollte, waren quasi die Erben davon, die wahrscheinlich später auch so geworden wären wie die anderen. Also erzähl kein Mist, das war nur für ein Volk, okay? Nicht aus dem Kontext rauslesen. Punkt A. Punkt B, du redest echt nur Müll. Du hast gerade selber gesagt, wer lesen kann, ist ein Vorteil oder irgendetwas. Komisch ist, dass du komischerweise die Bibel verstehst. Aber wieso brauchst du denn so viele Imame, um deinen Koran zu verstehen? Ich dachte, wer lesen kann, ist ein Vorteil. Komisch, ne? Dankeschön. Ja, also, Risk von mir aus, ja, brauchst du keine Angst vor der Polizei haben. Weißt du, das Problem ist ja, bei den, naja, meisten Muslimen, ich muss ja wieder sagen, nicht bei allen, ja, die haben überhaupt gar keinen Respekt. Es geht ja gar nicht um Angst. Es geht einfach um das, um Respekt, Respekt vor dem Grundgesetz, vor dem Nächsten, ja, Nächstenliebe. Das lehrt unser Gott, ja, Nächstenliebe, Barmherzigkeit. Und ich muss nicht vor meinem Gott Angst haben. Das ist der Unterschied, verstehst du? Aber du verstehst halt nicht. Und nicht nur du, sondern mehrere von euch. Ihr versteht halt einfach nicht, worum es geht. Es geht um Nächstenliebe. Damit man den anderen Menschen hilft. Ja, bei euch gibt es nur Gewalt und Zwang, Frauenunterdrückung. Und das nennst du eine Religion? Oder dass das von Gott kommen soll? Überleg doch mal. Es hat was mit Wikinger-Tum zu tun. Im Kampf sterben und nach Valhalla gehen. Das soll eure Religion sein? Nein, danke. Das will ich nicht. Und das wollen auch viele Leute in Europa nicht. Nicht nur Christen. Sondern einfach auch Menschen. Das wollen die nicht. Überleg doch mal. Willst du dein Kind mit Zwang und was weiß ich was erziehen? Oder mit Liebe? Mann, 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 Mann. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Regt man sich nur auf, ey. So, ich weiß nicht, wie viele Sachen wir noch bringen sollen, ganz ehrlich. Ich meine, wenn du die Sura 3 schon anschaust, du kannst sie ja selber auch aufschlagen. Und mich zu bezichtigen, dass ich nicht lesen kann. Ich glaube, ich kann immer noch besser lesen wie du. Und ich glaube, ich bin in der deutschen Sprache genauso mächtig wie du. Das wäre nicht mehr. Dann schlage mal deine Sura 3, 87 auf. Allah verflucht Enkel und Menschen. Sura 779. Allah hat Dschins und Menschen für die Hölle erschaffen. 625 lässt die Menschen die Ehre erfahren. Also, ich verstehe euch nicht, warum schlagt sie nicht eure Schriften auf? Und tut ja nicht die Bibel aus dem Kontext ziehen. Also, dann lest doch in euren Schriften nach. Aber für jede Sura von euch braucht sie 125 Gelehrten, dass sie euch eine einzige Sura erklären. Also, somit bestätigt mir eigentlich, dass ihr nichts selbstständig denken könnt. Also, ihr habt nichts in eurem Kopf wahrscheinlich. Oder, ihr habt Angst davor. Und beides ist nicht gut. Also, denkt darüber nach, liebe Leute. Bei uns gibt es das nicht. Diese Gewalt, dieses Verdrehen, dieses Vertuschen, dieses Leugnen. Das ist bei uns alles verboten von Gott aus. Aber ihr dürft das. Merkt euch das. Und wenn Gott diese Lügen will, dann kann der nicht Gott sein. Das kann nur vom Teufel kommen. Absolut. Das kann nichts Götliches in sich tragen. Mit Sicherheit nicht. Arm, selig seid ihr nichts anderes. Also, vielen Dank. Also, zuerst zum Beispiel zu den Moses, wo er da gebracht hat. Die sind so peinlich. Dann, das ist Sura 9, Vers 5. Dann bekämpft die Muschriken, wo immer ihr sie findet. Bedeutet auf die Erde in allgemein. Mit Ausnahme mit der Heiligen bereichst. Wie denn Allah sagt. Also, auf der Erde allgemein habt ihr einen Befehl, Leute zu bekämpfen. Dann habe ich gezeigt, euer Prophet wurde exorziert. Und ich habe gezeigt, dass ihr einen Teufel in euch habt. Okay. Da. Einen Teufel habt ihr in euch. Darum macht ihr so. Und jetzt werdet ihr diese letzte Zeit benutzen. Und euch so widerlegen. Wenn nämlich die Wahrheit, die Wahrhaftigkeit Gottes, du meine Lüge überstrommender wird, zu seiner Ruhm. Weshalb werde ich dann noch gerichtet? Werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Muss man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden? Hier geht darum, dass die Leute sagen, dass Paulus lügt. Ihr Täuscher, ihr Kinder des Teufels. Das ist es. Ihr verleumdet Paulus und uns Christen. Aber dann muss man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen. Wie ihr behauptet, lasst uns böse tun. Wir lügen, wie euer Leerlaub zu lügen, zu teuschen, zu betrügen, ihr Kinder des Teufels. Damit Gutes daraus kommen. So wie ihr behauptet, eure Verurteilung ist gerecht. Ihr werdet dafür büssen. Euer Knie wird sie vor der Herr Jesus Christus beugen. Und ihr werdet bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Keine Chance für euch. Brennen werdet ihr. So, wieder locker. Das ist ganz einfach. Dich zu widerlegen ist so, als würde ich einfach einen Keks essen. Ganz einfach. Wieder locker. Aber Paulus sagt hier, was wollt ihr eigentlich, wenn ich doch mit meiner Lüge so viele Menschen gewinne? Was wollt ihr? Das sagt ihr. Hammer. Der ist ein Gangster. So. Zum Beispiel jetzt hier ein Aram. Hölle für die Menschen und so weiter und so fort. Ja, für was ist denn denn die Hölle? Ist die Hölle für den Garten? Für Pflanzen? Für was ist denn die Hölle? Ich möchte von dir jetzt wissen, was hat dein Gott für die Hölle erschaffen? Für welche Art Lebewesen oder Materialen? Keine Ahnung. Dann kommen bei euch materielle Sachen in der Hölle? Oder kommen bei euch Pflanzen oder was? Keine Ahnung. Erklär mir das mal. Wäre wirklich schön, damit man das hier hören kann. Und was denn jetzt? Kann ich jetzt Deutsch oder kann ich nicht? Erst sagst du, ich kann besser als du Deutsch. Und dann sagst du, ja und ich kann bestimmt auch genauso gut wie du Deutsch. Ich sag nur eins, Verwirrung. Wallah, Verwirrung ist schon verwirrt. Aber egal, alles gut. Aram, alles gut. Alles gut. Durch euch merkt man auf jeden Fall. Ihr habt den Heiligen Geist? Das merkt man auf jeden Fall. Ja ne, man muss blind sein, wenn man das nicht boy sieht. Und Adonis, ich weiß nicht, was du hast, Alter. Aber bitte, hör auf, Alter. Bitte, hör auf, ey. Hör mal auf, ey, wirklich. Nur das will ich dir sagen. Mehr will ich nicht. Hör auf, bitte nicht mit mir. Und ja, guck mal. Ich sag euch nur eins. Eine klare Botschaft bekommst du nur, wenn du den Koran liest. Ich glaube an einen Gott, ich glaube an die Engel, ich glaube an die Propheten. Meine Propheten sind, Alhamdulillah, nicht wie bei euch. Alhamdulillah, ich, da muss ich wirklich sagen, Alhamdulillah. Bei euch wären Engel zu Teufeln, Mutierte. Also, was willst du? Wallah, Adonis, ich sag dir, Adonis, nur eine Sache. Hör auf, Wallah, hör auf. Alhamdulillah, du musst nur ein Buch lesen im Koran. Alle Propheten glauben, Wallah, Adonis, hör auf. Wallah, du musst nur diese haben. Ich suche eine, ich bin Patient in Zimmer 4, 5, 6, Patient in neue Therapie. Machst du lesen, vor Deutsch lesen. Blah, 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 blah. So, about this Koran. So, about this Koran to bring with each other. Maozer, ich sag dir nur eins. Adonis, äh, blah, 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 blah. Hör auf, Adonis. Du musst nur diese, du, du musst nur diese 37 Korane lesen, dann weißt du Bescheid. Hör auf, Adonis, äh, Adonis, schick keine Smilies da, Wallah, mach das nicht mit mir, Wallah, ich sag, mach das nicht, Wallah, mach das nicht, Wallah, mach das nicht. Ohne Wiss, Wallah, mach das, Alhamdulillah. So, das musste jetzt sein. Habt ihr das gesehen? Der Sprechende Muslim wurde jetzt zu zwei gleichen Suchen aus zwei verschiedenen Gruppen. Der wollte gerade live vor Ort verarschen. Der wollte nur verarschen, da war Fehler im Koran, der wollte verarschen. Hast du gesehen, Adonis? Wawah, mach das nicht, Alhamdulillah. Gottes Segen an alle. Babu, danke für deine Einladung. Und ich wollte nur, also nicht viel dazu sagen, ich bin noch nicht so lange hier am Zuhören. Ich wollte nur dich fragen, wie heißt du RISC? Also, ich habe schon oft Zeugnisse erlebt, wo Menschen aus dem Islam zum Christentum überhaupt konvertiert sind, weil sie Jesus begegnet sind. Aber ganz ehrlich, also wirklich ganz ehrlich, vielleicht habe ich etwas verpasst, habe ich noch nie gehört, dass jemand konvertiert ist, weil er zum Beispiel Mohammed oder so begegnet ist. Hat es da Gründe, ja, diese sind verständlich, aber für mich trotzdem, wie du sagst, der Islam ist der wahre Glaube, ist für mich der Christentum der wahre Glaube. Genau, zum Beispiel, dass nur ein kleines Beispiel, nebst allen Prophezeiungen und allem. Das war schon alles von mir. Danke, Babu. Gerne, Schwestern, danke. Vielen Dank, Horst. Ich muss auch, weil das wird hier alles zu blöd, war ja schon von Anfang an, die ganze Diskussion hat zunächst geführt, das war, das Frucht wird auch nicht fruchten, aber ich wünsche euch Rechtleitung, Gottes Rechtleitung und bitte, bitte versucht, euren Verstand zu benutzen, auch wenn es, wie wir gelesen haben, anders steht in der Bibel, dass ihr euch nicht auf euren Verstand verlassen sollt. Aber versucht bitte, euren Verstand zu benutzen und die Quellen der Bibel genauer unter die Lupe zu nehmen. Es gibt nämlich hier ein Zitat von einem berühmten biblischen Gelehrten, Dr. Lobgott Friedrich Konstantin von Tischendorf, einer der unnachgiebigsten konservativen christlichen Verfechter der Trinität, der zugegeben hat, Zitat, Das Neue Testament war in zahlreichen Passagen ernsthaften Abänderungen in der Bedeutung unterzogen worden, so dass wir einer schmerzvollen Unsicherheit überlassen werden, was die Jünger tatsächlich aufgeschrieben hatten. Zitat Ende Das, was wir versuchen, euch mitzuteilen, vielleicht gab es hier und da Momente, die nicht so schön waren, aber das, was wir eigentlich euch mitteilen wollen, ihr befindet euch auf einem sehr, sehr falschen Weg und unsere Intention ist, euch die Wahrheit aufzuzeigen, euch zu zeigen, dass ihr Götzendienst betreibt, ihr verstoßt gegen das erste Gebot, du sollst Gott keine anderen Götter beigesellen und wie gesagt, versucht euren Verstand einzuschalten und ja, das war's eigentlich. Zweieinhalb Stunden hat das circa gedauert, Green Rebel, bis du eine Sache gesagt hast, die wirklich wahr ist, die Diskussion hatte keinen Sinn und da stimme ich dir 100% zu, die hatte wirklich keinen Sinn. Jetzt möchte ich gerne mal mild mit euch mal, wirklich, damit ihr das mal versteht und ich habe jetzt keinen Bock mehr mit irgendwelchen Versen, und sowas zu lesen, weil ihr akzeptiert es ja so nicht oder keine Ahnung was. Ganz einfache Frage, Risk oder Green, ganz einfach. Hat Mohamed mit einer Sechsjährigen geheiratet? Ja oder nein? Erste Frage, hat Mohamed die Ehe mit ihr mit neun vollzogen? Ja oder nein? Mehr möchte ich nicht sagen. Keine Ausreden, nichts. Beantwortet mir einfach nur diese Frage. Diese zwei Fragen bitte. Danke. Ja, also ich will jetzt im Grunde genommen, was mich so ärgert, ist immer im Islam, ich habe nichts gegen die Leute, nein. Ich bin mit Muslimen aufgewachsen, mit Internationalleuten. Aber was mich so ärgert, ist, dass bei denen in der Religion ständig irgendwas getötet werden muss. Hunde, schwarze Hunde, Frauen werden versklavt. Ja, sowas. Was soll das? Also wenn das in der Religion ist, dann das kann nicht, das kann nicht von Gott kommen. Geht auch nicht. Und wenn ihr meint, der Jesus Christus wäre bei euch ein Prophet, dann respektiert den bitte auch. Und sagt nicht, der hatte Windeln. Ja, er war ein Mensch. Aber redet doch über gute Sachen von dem Menschen. Und nicht, dass der auf Klo gegangen ist. Sagt mal, geht es euch noch gut? Und das hören wir ja nicht nur von euch beiden, sondern man hört das von euren anderen Brüdern auch. Wie sollen wir euch denn da ernst nehmen? Nicht nur wir, andere Leute auch. Entweder respektiert ihr eure Glauben, angeblich, oder nicht. Aber doch nicht so. Ja, ich will jetzt auch nicht. Wie gesagt, Gottes Segen an euch beide und eure Familien. Und ja, und an meine christlichen Geschwister, danke für die Aufklärung. Und ja, ich mag euch einfach, weil ihr meine Brüder seid. Ich mag auch meine Feinde. Bis zu einem gewissen Punkt. Ja, das habe ich zu spät gesehen. Also hier, 178, wen Allah recht leitet, der ist rechtgeleitet. Wen er aber in die Ehre gehen lässt, das sind die Verlierer. Wir haben ja schon viele von den Djinn und den Menschen für die Hölle erschaffen. Sie haben Herzen, mit denen sie nicht verstehen. Also, wenn hier euer Allah die Menschen und die Djinn und die Menschen für die Hölle erschaffen, als sie noch in den Ländern ihres Vaters war. Die Bibel besagt, dass Gott die Hölle für den Satan erschaffen hat und seine Engel alle die, die ihn annehmen. Und was er will, was er aufgeschrieben hat und zwei, drei, also drei Mal oder vier Mal schon vergessen habe, ist, es geht nicht um euch, sondern um die Zuhörer. Über 100 Leute hier, war vorher, über 100 Leute, jetzt 92 Leute, sie hören zu, wie es philosophiert, lügt, täuscht, wie Allah und Mohammed. Und das kann ich beweisen, wenn ich die Zeit finde, Moment, schnell, wenn ich die Zeit neu erlaubt, kann ich schnell, kann ich zeigen, dass Mohammed erlaubt, zu lügen und zu betrügen und zu täuschen und sogar einen Menschen zu töten. Das finden wir hier, Moment, schnell, hoffe, es reicht noch, da, so, so, Kappa Raffat, Allah, Segen, Segen, also da steht geschrieben, dass Mohammed fragt, wer ist bereit, Kappa zu töten, der Allah und seine Gesandte verletzt hat, daraufhin stand Mohammed bin Masmala auf und sagt, okay, Sander, lass, willst du, dass ich ihn töte? Der Prophet sagt, ja, und Mohammed bin Masmala sagt, dann erlaube mir, etwas Falsches zu sagen, daher zu täuschen, der Prophet sagte, du darfst es sagen, also, du darfst lügen, betrügen, täuschen, und sogar Menschen zu töten, ich habe Taki, alles, genau das, was ihr macht, und die riesige Debatte, die tausendmal widerlegt man, YouTube kann jeder schauen, wie du die blamierst. So, Johnny, weil du sagtest, wegen Wikinger und so weiter und so fort, das waren natürlich deine Vorfahren, die haben an sowas geglaubt, ne, die Deutschen waren alle, ähm, äh, keine Christen, die wohnen durch die Römer, Christen und so weiter, aber okay, alles gut, ähm, ich muss jetzt nicht weiter in diese Details rangehen und so weiter, da habe ich keinen Bock drauf, es dauert zu lange auch, ne, die Geschichte ist ja nicht seit einem Jahr oder so, und, ähm, wieder locker, du musst mir immer noch was, was zu rechnen schaffen. Hat Paulus die ganzen Wunder die er getan hat mit Lüge oder nicht mit Lüge gemacht? Erstens. Zweitens, Paulus hat doch die Menschen mit Lüge, äh, und so weiter gewonnen. Was willst du jetzt? Das verstehe ich nicht, ehrlich. Und, äh, Ram, nochmals, du hast mir immer noch nicht geantwortet. Hat dein Gott die Hölle erschaffen für Autos, für Fahrräder oder für was? Für was hat denn dein Gott die Hölle erschaffen? Und noch was, ist die Hölle eigentlich ewig? Dann ist das auch irgendwie laut eurer These auch ein Gott, oder nicht? Weil alles, was ewig ist, kann ja nur Gott sein. Aber gut, äh, und, äh, und, äh, also, dieser Sheikh, oder, der sich so nennt, der heißt eigentlich Michael, der beweist ja auf jeden Fall, dass er kein Christ ist, definitiv. Weil, das ist wirklich ein sehr, sehr großer Beweis für mich, dass der nicht den Heiligen Geist hat, ne, und, äh, das ist echt peinlich. Das ist mega peinlich. Und, ewig, es gibt's Christen, die sind Atheisten geworden, Buddhisten, Hinduisten, und keine Ahnung was. Es gibt's sogar Christen, die sind Muslime geworden. Ich hab ein Schienbein wie Allah. Kommen wir zum Ende. Ibn al-Kafir zu Surah 69, Vers 30. Er greift ihn und fesselt ihn, dann werft ihn in das lodernde Feuer. Das heißt, er wird den Wächtern der Hölle befehlen, ihn gewaltsam von der Versammlungsstätte zu entfernen, ihn zu fesseln. Daher ihm eiserne Halsbände um den Hals zu legen, ihn dann in die Hölle zu tragen und in sie zu werfen. Was bedeutet, dass sie ihn darin untertauchen, Allah sagte, dann binde ihn an eine Kette, deren Länge 70 Ellen beträgt. Kaab al-Akbar sagte, jeder Ring davon wird der gesamten Mengen an Eisen entsprechen, die auf dieser Welt zu finden ist. Al-Aufi berichtete, dass Ibn Abbas und Ibn Juraiz beide sagten, jede Elle wird die Unterarmlänge eines Engels sein. Ibn Juraiz berichtete, dass Ibn Abbas sagte, dann binde ihn fest, es wird in sein Gesäß eingeführt und aus seinem Mund herausgezogen. Dann werden sie auf dieser Kette angeordnet sein, so wie Heuschrecken auf einem Stock angeordnet werden. Die werden dann geröstet. Al-Aufi berichtete von Ibn Abbas, dass er sagte, es wird ihm in den Hintern gerammt werden, bis es aus seinen beiden Nasenlöchern herausgeholt wird, so dass er nicht in der Lage sein wird, auf seinen beiden Füßen zu stehen. Ibn Ahmad berichtete von Abdullah ibn Amr, dass der Gesandte Allahs sagte, wenn ein solcher Bleitropfen und er deutete auf ein Schädelknochen von Himmel und die Erde geschickt würde und es ist eine Strecke von 500 Jahren, würde er die Erde vor der Nacht erreichen und wenn er denselben Tropfen Blei von Haupt der Kette der Hölle gesandt würde, würde er 40 Herbstzeiten durchqueren. Liebe Muslime, das wartet auf euch. Das gesamte Eisen der Erde einmal durch den Hintern und dann aus beiden Nasenlöchern raus, so wie in Thailand die Heuschrecken auf einem Stock angeordnet werden. MashaAllah. Also ich wollte genau sagen, was Wider gesagt hat, erstens mal an die Gäste, an die Leute, die hier zuhören. Ist schön und danke an alle, aber diese Kommentare, dass mir jemand sagt, ewige runter. Babu ist hier der Host. Warum soll sie runtergehen? Nein, nein, Schwester, achte nicht auf die Leute, was sie da schreiben. Ja, ja, das ist dein Leib und du entscheidest, wer hier reinkommt oder wer nicht. Punkt. Punkt eins. Punkt zwei. Green, wenn das für dich Götzendienst ist, der Christentum, das ist deine Meinung. Ich bin zum Beispiel hier aus Nächstenliebe. Ich bin nicht so gelehrt, darum habe ich auch hier meine lieben Brüder. Kaum erwähne ich etwas, ob Wider, Babu oder andere, die wissen sofort, was ich meine und sie finden sofort die Quelle, was ich sehr schön finde und schätze. und Riske, wenn für dich die Hölle und die Ewigkeit einen Gott hat und du dich dafür entscheidest, in der Hölle zu schmoren, ewig, dann machst du das. Dann ist das dein Gott, aber meiner ist es sicher nicht. Oder ein christlicher Gott. Das ist der riesen Unterschied. Also wenn du die Bibel mal gelesen hättest, dann würdest du die Geschichte verstehen, wer und warum in der Hölle schmort und wie es dazu kommt. Ich bin da nicht perfekt, ich bin nicht zu überlesen, was das angeht, aber die ganze Grundlage an sich verstehe ich und kenne ich und ich glaube daran. Und wie schon gesagt, wenn das für jemand im Nützendienst ist, ich mache das auch aus Nächstenliebe, wer nicht dabei sein will, vielen Dank. Ciao. Danke dir, Schwester. Danke dir. Und ich entschuldige mich für die Leute, die da irgendwas schreiben. Wie gesagt, du bist willkommen. Iwiwi, warum dir hier viele Christen schreiben, geh runter, das resultiert einfach aus der Bibel, wo es im Korinther kann man lesen, eine Frau muss still sein, sie soll schweigen und sich den Männern unterwerfen. das ist auch, warum viele nicht wollen von unseren christlichen Mitmenschen, dass eine Frau hier spricht. Zu Adonis, der immer wieder mit diesem Kinderargument kommt, eure Gelehrten, eure Bibelgelehrten kommen nicht mit solchen Argumenten, denn sie kennen ihre Bibel. Sie wissen auch, dass in der Bibel kein Mindestalter vorgeschrieben ist. Sie wissen auch, dass in der Vergangenheit sehr viele von euren Gelehrten mit Minderjährigen verheiratet waren und das wird immer wieder auch nicht abgelehnt. Sobald das Geschlechtsreife, die Geschlechtsreife erreicht ist, darf man laut Bibel eine Frau heiraten. Deswegen ist das gar kein Argument, was ihr immer wieder bringt. Und wie gesagt, das kommt meistens von Menschen wie ihr aus TikTok etc., aber von euren Gelehrten kommt sowas nicht, weil die kennen, die wissen, dass es bei euch ganz anders aussieht. Nämlich, wenn wir lesen zum Beispiel Mose, 4. Buch, Vers 31, so tötet nun alles, was männlich ist unter den Kindern, also männliche Kinder sollen getötet werden und tötet alle Frauen, die einen Mann hatten, also alle Frauen, die nicht Jungfrau sind. Aber alle Kinder weiblichen Geschlechts, die keinen Mann im Beischlaf erkannt haben, die Last für euch leben, nimmt sie sozusagen als Geisel. Wer solche, so einen Gott hat, der sowas befiehlt, hat seine Schnauze zu halten in Bezug auf Kinderehen etc. Das war's auch. Schönen Abend durch. Danke, Bruder. Als allererstes, ich weiß nichts von Kinderehen in christlichen Glauben, erzähl kein Mist, du hast mir die Frage auch nicht beantwortet, du kamst mir sofort mit einer Gegenfrage. Risk hat gerade gesagt, er hat vergessen oder konnte nicht auf sechs Christen beantworten, das ist auch Müllgelaber, weil du hast dazwischen viel philosophiert, also erzähl kein Mist, ihr seid beide meiner Fragen ausgewichen und das zeigt mir, ihr habt keine Antwort darauf, weil ihr beide wisst, dass das falsch ist und wenn was falsch ist, werdet ihr das nicht erwähnen, ganz einfach, ja. Mehr möchte ich nicht sagen, danke. Was hat denn die Schwester gesagt? Die hat doch hier nicht gepredigt, die hat ganz normal geredet, warum dürfen Frauen nicht reden? Was habt ihr denn für ein Problem damit? Wo sind denn eure Frauen? Warum dürfen die denn nicht reden? Eure muslimischen Frauen, Was soll das? Und außerdem, ach, sie ärgert mich echt. Möchtest du noch was sagen, Johnny? Ich höre ihn, ich höre ihn, Ja, ich höre ihn. Achso, ich wollte irgendwas sagen, ach ja, jetzt weiß ich es. hier mit dem, Rebecca war drei, dann kommt immer, wie heißt das, ach, immer nur, ich kann das gar nicht mehr hören, ja. Okay, du sag mir einfach Bescheid, wenn du fertig bist, okay? ja. Johnny, du willst nichts mehr sagen, okay, du hast dich gestimmt, Bruder. ja, alles gut, ich möchte nichts mehr sagen, also, du willst eine Antwort haben, ich habe dir die Antwort schon vorhin gegeben, dass dein Allah die Menschen für die Hölle geschaffen hat, kapierst du das nicht? Bei uns ist es eben nicht so, wir werden gerettet, wenn wir die Satzungen von unserem Herrn Jesus Christus halten. Es ist ganz einfach, das zu verstehen. Jetzt pass auf, jetzt zeige ich dir, wie pädophil ihr seid. Und diejenigen eurer Frauen, die ihre Menstruation aufgegeben haben, wenn ihr Zweifel habt, dann beträgt ihre Wartezeit drei Monate. Und diejenigen eurer Frauen, die ihre Menstruation nicht hatten, und diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist die Geburt. Er hat sie getragen, wer Allah fürchtet, dem wird er seine Angelegenheit leicht machen. Gott der Allmächtige erklärt die Wartezeit für die Frau, die aufgrund ihres Alters mit der Menstruation aufgehört hat. Sie beträgt drei Monate statt drei Menstruationszyklen. Für die Frau, die Menstruation wird, wie im Vers angegeben, Al-Bachara und auch für kleine Kinder, die das Menstruationsalter noch nicht erreicht haben, dass ihre Wartezeit der Wartezeit der Frau entspricht, die ihre Menstruation hat. So. Erklärt mir mal das hier. Sure 65, Vers 4. Das ist der... Wer ist das? Wer ist hier, der wird das erklärt? Der Tafsir ist von Ibn Kathir. Und ratet mal. Der ist der Hei. Und es ist euer Gelehrter. Der tut ganz genau die Sure 65, Vers 4 richtig erklären. Also, erklärt uns mal das hier. Und kommt mir nicht mit irgendetwas aus dem Alten Testament, wo das für die damalige Zeit, weil diese Menschen so verdorben waren und ihre Kinder für den Wahl geopfert haben und gegen Gott und gegen die Menschheit gesündigt haben, die wurden bestraft. Aber ausschließlich nur für die damalige Zeit und für dieses Volk. Also kommt es mir nicht daher. Schaut mal eure 54 muslimischen Länder. Die können noch nicht einmal einen einzigen Nagel herstellen. Also hört es auch mit dem Schmarrn, ihr Hirn amputiert und ehrlich. Also, eben, wie gesagt, die Risk-Debatte, der größte Lügner hier, er beharrt unbedingt, dass Paulus lügt. Ich habe das widerlegt. Ihr seid nicht wichtig hier drin, ihr zwei Muslime, sondern die Menschen, die zuhören. Ich habe gezeigt, dass ihr lügt. Okay? Ich habe ganz klar erklärt. Ihr erzählt Kindern eh in der Bibel, aber labern keine Quellen. Wir zeigen Quellen die ganze Zeit, ihr labert nur hier, je geht ein Mist. Aber ich habe hier Quellen, wie Sex mit Leichen, Sex mit Tieren und viele, viele andere Sachen. Zum Beispiel, ich lese hier, es gibt keine vorgeschriebene Strafe für jemanden, der Geschlechtsverkürt mit einem Tier hat. Mit einem Tier. Okay? Es gibt keine Strafe für euch. Die einen sagen, auspeitschen. Aber nicht viel. Also, vielleicht. Sie sind gar nicht mal sicher. Aber ihr dürft sogar Sex mit Tieren machen. Okay? Und jeder weiss, und wer nicht weiss, weiss jetzt, dass wenn man Hatsch macht, und man ein Tier gemacht hat, dass der Hatsch nicht, ihr könnt weiter euren Hatsch machen. Und es gibt weitere Quellen hier. Wegen Kindertöten. Hey, über was spreche ich dir? Zeiget Quellen. Zeiget den Kontext. Das für ein bestimmtes Volk, für eine bestimmte Zeit. Ich habe vorher gezeigt, töte die Muschrikin, wo immer ihr sie findet, bedeutet auf der gesamten Erde. Ihr habt den Befehl, auf der gesamten Erde Menschen zu töten. Darum, ihr seid lächelig. Beweis es nicht. Die Menschen, die zu hören, ist wichtig. Ihr macht euch nur euer Islam, nicht mehr kaputt. Bitte weiter so. So, Adonis, zu dir. Ja, der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, hat Aisha mit sechs Jahren geheiratet und mit neun die Aktion fortgeführt. Und ich bin parteilos. Das heißt, mir ist es egal, sagen wir mal, mit wieviel Jahren deine Mutter ihr erstes Mal hatte oder wer auch immer von euch. Es juckt mich gar nicht. Das sind privates Angelegenheiten, die jucken mich nicht. Und so wie das bei euch auch steht, in 1. Korinther 17, wer ist 36, solange sie Jungfrau ist. Also bei uns ist das jetzt nicht so, aber bei euch ist das so. Sie muss nur Jungfrau sein und dann ist das für die Christen auch kein Problem. Und auch natürlich, ja, steht zwar auch, die muss geschlechtsreif sein. So. Jetzt ist die Frage, an welchem Alter ist denn eine Frau geschlechtsreif? Das kann man in Wikipedia nachschauen und dann steht da alles so detailliert. Und ja, da kannst du das alles nachschauen. Und Aram, bitte beantworte doch einfach meine Frage. Ich verstehe es nicht. Beantworte doch einfach meine Frage. Für was ist denn jetzt eure Hölle erschaffen worden? Ich will auch nur wissen, für was ist die Hölle erschaffen? Nicht die Errettung. Für was ist die Hölle erschaffen? Und ist die ewig? Das will ich wissen. Ob die Hölle ewig ist, von ewig an erschaffen worden ist. Und das möchte ich wissen. Nicht die Rettung und so. Das juckt mich doch gar nicht. Mich interessiert, für was ist die Hölle erschaffen worden? Und dein Gott hat, weißt du, was dein Gott gemacht hat? Der hat gewürfelt und hat gepustet und hat gesagt, Thomas und so weiter, kommt rein. Aber was die macht, ich habe keine Ahnung. Ich bin ein Dscherhell. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur das machen, aber mehr nicht. Also, ich gebe jetzt Gas. Schaut hier. Das sind alle meine Hadithe, was ich habe. Alles mögliche. Ich habe einfach einen Haufen jetzt angemacht. Okay? Los geht's. Es wird berichtet, dass Abu Huraira sagte, ich sah Al-Hassan nie, ohne dass meine Augen vor Tränen überströmten. Das liegt daran, dass der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Frieden eines Tages hinausging und mich in der Moschee fand. Er nahm meine Hand und ich ging mit ihm. Er sprach nicht mit mir, bis wir den Bad von Banu Kunayna erreichten. Er ginge darum herum und schaute, dann ging er und ich ging mit ihm, bis wir die Moschee erreichten. Er setzte sich hin, hüllte sich in sein Gewand und ich sprang auf seinen Schoß. Dann steckte er seine Hand in meinem Bad. Dann öffnete der Prophet Allah segne ihm und schenke ihm Frieden seinen Mund und steckte seinen Mund in den Mund von Al-Hassan. Dann sagte Al-Hassan, Oh Allah, liebe ihn, also liebe ihn und den, den er liebt. Weiter geht's. Während der vorislamischen Periode der Unwissenheit sah ich eine Affendame, die von einer Anzahl von Affen umgeben war. Sie alle steinigten ihn, weil er illegalen Geschlechtsverkehr begangen hatte. Auch ich habe es zusammen mit ihnen gesteinigt. Weiter geht's. Gesandte Allahs, wir töten die Kinder der Götzendiener während der nächtlichen Überfälle und Mohammed sagte dazu, egal, sie sind von ihnen, also darf man sie töten. Said ibn Haritha kam in Al-Medina an, während der Gesandte Allahs in seinem Haus war. Da ging er hin, klopfte er an die Tür, sodass der Gesandte Allahs nackt dastand und sein Gewand schleppte. Und bei Allah, ich habe ihn weder vorher noch nachher wieder nackt gesehen und er hat ihn umarmt und geküsst. Sie sagen, dass die Bedeutung von nackt hier darin besteht, dass er nicht seine Ritter oder sein oberes Tuch trug und dass es das war, was schleifte, sodass der Bereich zwischen dem Nabel und dem Knie bedeckt war. Siehe tufad au audii. Das steht von Al-Scha hat das gesagt, dass sie den Propheten danach nicht mehr nackt gesehen hat. Wer auch immer Geschlechtsverkehr mit einem Mahram verwandt hat, töte ihn. Ja, bla, bla, bla. Also, dass du Lügen hier verbreitest aus deinen Quellen, die nicht bekannt sind, das wissen wir schon. Also, warum du lügen musst, wissen wir auch schon. Die Quellen habe ich jetzt nicht überprüft, aber ich habe dir tausendmal gesagt, so arbeiten wir nicht. Unsere Gelehrten haben zu alles schon Stellung genommen. Du kannst nicht irgendwas von irgendwo rausholen und hier auf TikTok zeigen nach dem Motto, und das macht das Ganze nicht richtig. Du denkst, nur weil du hier irgendwas zitierst, macht es richtig. Nein, macht es nicht. Und das hat gar keinen Sinn. Du verschwendest unnötig Zeit. Du siehst ja, dass keiner nimmt dich ernst. Deine eigenen Leute hören nicht mehr zu. Unnötig. Also, hat gar kein Hand und Fuß. Aber erzähl uns von der Dreijährigen, Rebekah, die einen 40-jährigen Mann geheiratet hat. Alle jüdischen Gelehrten sind sich da einig, dass Jesus, euer Gott, das zugelassen hat. Wie gesagt, ich bin damit nicht angekommen. Was ihr bringt, bringen wir zehntausendmal Gleiches oder darüber hinaus zurück. Das heißt, das, was ihr macht, hat gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Ehrlich gesagt, wurde heute schon sehr viel dummes Zeug geredet und wieder locker. Ganz ehrlich, du machst dich nur lächerlich, genau wie dieser Professor, selbsternannte Professor. Also, ehrlich gesagt, ist mir zu blöd, diese Art der Diskussion. Können aber gerne weitermachen. als allererstes viel Mist kam nicht von uns, sondern von euch beide. Und danke schön, dass du die Frage beantwortet hast. Ich bin mir ziemlich sicher, es sind 107 Leute hier im Chat drin. Und du hast selber gesagt, mit sechs verheiratet, mit neun Geschlechtsverkehr. Meine Mutter war erwachsen, wo sie geheiratet hat. Sprich, wo sie geheiratet war sie schon erwachsen. Aber, und du sagtest, das ist Privatsphäre, gebe ich dir vollkommen recht, aber es ist keine Privatsphäre, wenn das ein kleines Kind betrifft, dann ist das absolut keine Privatsphäre, das gehört sich überhaupt nicht. Also war Mohammed ein Kinderschänder, ein Pädophiler, ein Gewaltiger. Ganz einfach, weil eine Neunjährige macht das bestimmt nicht freiwillig mit. Und ihr nehmt so einen Menschen als Vorbild. Das bedeutet, wenn du, er ist ja für euch der beste Mensch auf der Welt, das bedeutet, dass du auch mit einer Neunjährigen schlafen würdest, weil es ist ja bei euch erlaubt. Und mit solchen Menschen möchte ich nichts zu tun haben und dementsprechend möchte ich mich auch verabschieden. Und wie gesagt, ihr werdet in der Hölle dafür landen, dass ihr so einen Menschen verfolgt. Dankeschön. Adonis, möchtest du wieder was sagen oder soll ich dich runterholen? Ich habe da Anfragen. Du kannst mich gerne runternehmen. Ich bin noch fünf Minuten. Okay, ich hole jetzt wieder Freunde. Ich weiß nicht, wer unten rutscht. Warte, wo bist du? Ja, hallo. Du bist dran. Ja, danke. Ja, also, was haben denn unsere Mütter jetzt damit zu tun? Das verstehe ich nicht. Da steht drin von irgendwelchen Gelehrten von euch, die das aufgeschrieben haben, dass das so passiert sein soll. Was haben jetzt unsere Mütter damit zu tun? Erstens. Und zweitens, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, okay, ihr könnt von mir aus die Diskussion weiterführen oder auch nicht. Ist auch im Grunde, wenn ihr gehen wollt, könnt ihr auch gehen und wenn es euch zu anstrengend ist, auch, ja, das ist es ja. Das ist ja, ne, die Demokratie. Man kann sich entscheiden. Ne, man lebt nach dem Grundgesetz. und das Grundgesetz ist nach dem christlichen, nach dem christlichen Menschenbild gemacht worden. Und, ja, was wollte ich noch ganz Wichtiges sagen, habe ich jetzt aber vergessen. Naja, vielleicht fällt es mir nachher noch ein. Danke, Buchuta. Soll ich weiter machen? Okay, ja, das ist gestohnt. Ich gebe dir die Antwort wegen der Hölle. Die Hölle ist definitiv für solche Leute geschaffen, die wo nicht einsichtig sind und nicht Gott erkennen. Ich hoffe nur, ich meine es vollkommen ernst, dass einer jeder von euch den richtigen Gott erkennen wird und nicht in die Hölle fahren wird. Und das ist nun mal unser Herr Jesus Christus. Und ich hoffe, dass jetzt einer von euch ein Türke ist hier. Schau mal diesen Sahih an. Von Bukhari. Die Stunde wird erst beginnen, wenn die Muslime gegen die Türken kämpfen. Ein Volk mit Gesichtern wie gehämmerten Schildern, das Kleidung aus Haaren und Schuhen aus Haaren trägt. Also, das ist euer Allah. Das ist euer Prophet. Sahih. Nein, Sunan Anasai 31,77. Ich hoffe, dass ihr da ein bisschen darüber nachdenken tut. Noch einmal. Wie gesagt, die Hölle ist natürlich erschaffen für solche Leute, die wo nicht einsichtig sind und nicht den wahren Weg finden werden. So wie ihr nun mal seid. Ihr seid nicht auf dem richtigen Weg. Und da werdet ihr dann definitiv hingelangen und hinkommen in der Hölle bleiben. So ist das. Ob ihr das haben wollt oder nicht. Folgt nur eurem Allah und diesem verrückten Mohammed. Aber wie gesagt, ihr tut hier so rumtun, als ob ihr, was weiß ich, weise wärt oder schlau wärt. Wie gesagt, ich kann es noch einmal sagen, werde es noch einmal sagen. Schaut mal in allen neuen Ländern. 1400 Jahre hat der Islam geherrscht und gewütet. Was hat er hervorgebracht? Unser Mord, außer Mord und Leid, nichts anderes. Nichts. 0,0. Nicht einmal eine Schraube, nicht einmal einen Nagel habt ihr hervorbringen können. Also, wacht auf und seid nicht so geblendet. So, vielen Dank. Also, da ich vorher immer wieder von Wissenschaft von den Muslimen gehört habe. Es wird überliefert, dass Abu Sid Al-Qaduri sagte, es wurde gesagt, oh, Gesandt Allah, du vollziehst Wudu aus dem Brunnen in dem Körperteile von Hunden Menstruationslumpen und Müll geworfen werden. Er sagte, Wasser, das Wasser ist rein und es wird durch nichts unrein gemacht. Also, ich fordere jetzt, jeder möchte gerne Muslim, die hier ist, genau das zu machen. Okay, mach deine Badewanne voll, wer dir dringt Leichen, Körperteile von Hunden, Menstruationslappen, Müll und Faulnis, steht hier wie euer Prophet, genauso wie euer Prophet, Wudu, weil was ich rein, wird du nicht zum rein. Dann habe ich hier ganz klein Hadith, die eure Mami, also eure Mami, Entschuldigung, wenn ich so sage, also in dem Sinne Aisha, also nicht eure Mutter, also Mutter der Gläubige, also nicht, dass ihr falsch versteht, also hier steht geschrieben, ihr bietet mich um Informationen um eine verhexte Frau, eine verhext, Mohammed verhext, Mohammed besessen, Mohammed ruft euch dazu auf, Vudu zu machen, Gebetswaschung, mit Leichen von Hunden, Menstruation und alles mögliche, erhamdulillah, Maschallah, macht genauso, ihr will sehen, dass ihr wie euer Prophet Vudu macht, mit Menstruationslappen, Leichen von Hunden, Faulnis, Müll, macht so, wie euer Prophet Vudu Ja, vielen Dank, dass ich hier wieder reden darf, fangen wir mit Bibelzitaten an, weil das hört ihr doch am liebsten, oder? Bibelzitate, Ich muss hier erst mal aufschlagen, weil, ach so, für alle, die das mit Dreijährigen nicht glauben, dass in der Bibel Jesus erlaubt hat, dem 14-Jährigen eine Dreijährige zu heiraten, schlagt alle auf, ich versuche mal hier die Quelle, Rabbinu Bayha Bereshit 24 67 Ja, das sind jüdische Quellen, das ist euer altes Testament, das sind die Erklärungen, mit einer Dreijährigen hat Jesus verheiratet, einen 40-Jährigen, nur dazu, die grausamen Bibelzitate, was soll ich da rauslesen, ich meine, das wurde schon so oft zitiert, ihr wisst, ihr kennt die alle selber, ihr wisst, wie viel Grausamkeit, wie viel Hass, wie viel Unmenschlichkeit, wie viel Brutalität, wie viel Grausamkeit in aller Form, ich meine von Kannibalismus, TikTok-Sportlich, wir reden von Kannibalismus, kleine Kinder wurden gegessen, auf Befehl von Jesus, eigene Kinder wurden gegessen, ganze Völker wurden zerschmettert, ausgerotet, TikTok-Sportlich, ja, also was wollt ihr da noch, mit was wollt ihr noch kommen? Green, danke für deinen Kommentar, du bist so unwissend und so unfähig, ich weiß nicht, wo du das gefunden hast, in irgendeinem Satanisten-Live oder Google bei Satanismus oder so, auf Befehl von Jesus, vor allem das mit dieser dreijährigen Rebekah und so, das war lange vorher, also von dem her, wenn du keine Ahnung hast, dann sprich besser nicht und für alle anderen, danke für eure Meldungen, ich als Frau habe genauso viel Recht zu sprechen, ich respektiere Männer und alles und auch meinen Vater und alles Mögliche, das ist okay, aber euch alle haben Frauen geboren und erzogen, also bitte verhartet euch nicht so und nehmt bitte nicht etwas aus dem Kontext raus, ein Bibelfers, wo sich die Frauen zu unterwerfen haben, was soll ich mich da jedem Idioten unterwerfen hier, oder was? Das ist mit euch nicht gut, sorry, es muss da einfach sein, ich weiß, wem ich mich unterwerfe und warum, aber nicht jeden, der etwas zwischen den Beinen hat, also bitte übernimmt euch und hört auf mich zu melden, weil ich, Babu hat diese Nerven heute gehabt, er hat mich hundertmal zurückgeholt und Green nochmals, bitte informiere dich, bevor du kommentierst und diese Dreijährige hat einen Krug geschleppt, der Krug selber war fünf Kilo schwer, eine Dreijährige, die fünf Kilo schlägt, zeig sie mir, zeig sie mir, bitte, auch im heutigen Zeitalter, wenn ich das sehe, mein zehnjähriger Sohn kann keine fünf Kilo schläppen, danke. Boah, endlich bin ich auch mal dran, erstmal Shalom und Gottes Segen an jeden Brüder und Geschwister, die hier drin sind. Rebecca 3 ist ein kritisches Thema, von mir aus war sie sogar zweieinhalb, habe ich auch kein Problem damit, trotz allem müssen wir sagen, diese Frau, die zweieinhalb Jahre alt war, wurde schwanger laut Genesis 25 irgendwo dort sollte stehen, ich schwanger war, geworden ist, könnt ihr müsst ihr einfach mal selber reinziehen in diese Passage, ich bin kein Bibel Vers jetzt, aber was ich weiß, in 2. Könige 6, Vers 29 steht nirgendwo, dass Gott der Herr befohlen hat, dass du deine Kinder essen sollst, nein, es ist eine Erzählung, die geschehen ist, die mit in die Bibel genommen wurden ist, wir sehen, dass die Frau verhungert war und sie hat ihre Kinder gegessen, okay, alles schön und gut, aber Gott hat das nirgendwo befohlen, erste Linie, zweite Linie, Zerstörung von Sodom und Gomorra finden wir im Koran, Sündflut finden wir im Koran, den Angriff an den Amalakita finden wir wahrscheinlich nicht im Koran, aber auch das kann ich dir irgendwann mal zeigen, definitiv, Mohamed seine Kriege in Scheibar oder wie das auch immer heißt, weil er seine Frau Sallafir kennengelernt hat, die sehr jung war und er vergewaltigt hat, das, was du erzählst, Green, oder du schießt hier in deinen eigenen Kauf mit einer Pump oder von Fortnite 200 oder 220 Hedge oder One Pump oder ehrlich, das war peinlich, würde ich so sagen, aber wir sind ja nicht hier, um dich bloßzustellen, aber das, was du da sagst, Bruder, lies mal zweite Könige 6, Vers 29, richtig, wo steht da Gott, der Herr hat befohlen, ist Kinder, Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, äh, Babu, deine Motze, die kicken mich die ganze Zeit, ich verstehe nicht, warum die das machen, aber egal. Sehr, sehr, nein, 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 es wird nicht hier gemacht, hier Bruder, hier nur Demokratie, versprochen, keine, schick jemand runter, bitte Leute. Also, bei mir steht die ganze Zeit, Motz, äh, deine Motz kicken mich, da steht immer, du wirst getrennt von der Verbindung. Aber egal, alles gut, alles gut. Äh, wieder locker, zu dir, du weißt ja, ne, was du auch machen musst, Brot auf Kacke, backen, und das kannst du ja auch mal gerne machen, steht nämlich bei euch in der Bibel, und der Brunnen, ja, wie groß soll er sein, dass du überhaupt Wasser holen kannst? Soll er so groß sein, wie wie ein Hund, oder ist das bestimmt ein sehr, sehr großer Brunnen? Weil die Sache ist so, das Wasser, das hat Allah erschaffen, also Gott, und das Wasser ist natürlich rein, weil das alles, was von Gott kommt, ist rein. Vielleicht bei euch, alles, was von Gott kommt, ist unrein, aber bei uns ist das so halt, ne, du musst aufpassen, was du sagst, über die materiellen Sachen, die Allah erschaffen hat, da musst du schweigen, da darfst du nichts sagen, selbst wenn du ein Brot siehst mit Schimmel, Mund zu, sag nicht i, sag nicht bar, das ist eklig, oder sonst irgendwas, weil das machen nur Artisten, ich kenne das nur bei Artisten, bei Gläubigen, die sagen sowas nicht, die machen Mund zu, und machen das weg, oder was auch immer, und fertig, ne, und, ähm, ihr seid uns eigentlich eins schuldig, war Rebekka drei Jahre alt, oder hat die Bibel gelogen, eins von den beiden muss es ja wohl stimmen, weil, ich bitte dich, wer braucht eine Amme, die, sagen wir mal, jetzt 35 Jahre alt war, oder 20, oder wie auch immer, ich weiß ja, ihr habt immer diese Vorstellung, 26, 36, das sagt ihr immer, also eins von beiden muss ja stimmen, entweder die, die Zahlen Schalom zusammen, Gottes Segen, naja, ihr kommt immer mit der Rebekka, Sache, ich hab euch das alles widerlegt, ich zeig euch das nochmal, ich muss es ja hundertmal immer wieder zeigen, wir schalten, meine Kamera, Moment, 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 ihr habt ja keine Ausrede, außer Rebekka zu nehmen, ja, wie alt Rebekka war, weil, weil der Prophet, mit 53 Jahren, ein kleines Kind, ja, geheiratet hat, und mit kleines Kind, geschlafen hat, was habt ihr für Argumente, sagt mir ehrliches, so, wir lesen hier, erste Mose, 22, ja, wir lesen, und er sprach, ich habe bei mir selbst, geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan, und dein Sohn, dein einzigen nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen, und dein Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel, und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Samen soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst, und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten, so, es ging hier um die Opferung seines Sohnes Isaac, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham wohnte in Besheba, so, und, es geschah nach diesen Begebenheiten, wurde Abrahams berichtet, so, sieh auch, Milka hat, dein Bruder, jetzt, 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 ja, Jerry, du kannst gleich weiter gucken, äh, weitermachen, und zwar, wie soll denn eine Dreijährige da den Krug getragen haben, bis zum Brunnen, da war ja auch noch eine Mauer, ja, und dann soll die die ganzen, äh, Kamele getränkt haben, was für ein Quatsch, da steht nirgendswo, dass die drei ist, und ich glaube nicht, dass ihr irgendwas von der Bibel gelesen habt, ihr beiden, das glaube ich einfach nicht, ihr habt da nur Erzählungen gehört, oder sowas, und außerdem, dass, wenn ihr so euren Glauben, äh, vertritt, dann guckt euch doch mal die ganzen Länder an, guckt doch mal, was den Taliban los ist, ja, mit dem IS, mit der Hamas, die Schiiten, Sunniten, die bekriegen sich doch alle gegenseitig, guck mal, was den Saudi-Arabien ist, was denn da, Iran, alles Diktaturen, islamische Diktaturen, und das wollt ihr uns hier verkaufen, dass das, äh, die beste Religion sein soll? Sag mal, na, dann geht doch da hin, lebt doch da, heiratet vier Frauen, oder hundert von mir aus, und noch drei Esel, oder was weiß ich was, aber erzählt uns doch hier nicht, so ein Schmarrn, also wirklich, ich würde mich schämen, mich hier hinzustellen, und sowas zu erzählen, was ihr sagt, es geht doch nicht, also wirklich, so, ich heuchle, so viel Lügen kann, ehrlich gesagt, kein normaler Mensch enteinander, schau mal hier, hier ist schon, und die Töchter der Stadtbewohner werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen, das Mädchen, zu dem ich sage, reich mir doch, deinen Krug zum Trinken, und das antwortet, trink nur, auf deine Kamele will ich trinken, so soll sie sein, die du für deinen Knecht, die sagt, bestimmt hast, daran will ich erkennen, dass du meinem Herrn Hult erweist, kaum hatte er aufgehört zu sprechen, da kam auch schon aus der Stadt Rebekka mit dem Krug auf der Schulter, sie war dem Betual geboren worden, dem Sohn der Milka, die die Frau Nahorz, des Bruders Abrahams war, das Mädchen war sehr schön, und sie war ledig, noch kein Mann hatte sie erkannt, sie stieg zur Quelle hinab, füllte ihren Krug, und kam wieder herauf, da ging der Knecht schnell auf sie zu, und sagte, lass mich ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken, trink nur, mein Herr, antwortete sie, ließ geschwind den Krug auf, auf ihre Hand herab, und gab ihn zu trinken, nachdem sie ihm zum Trinken gegeben hatte, sagte sie auch, deine Kamele will ich schöpfen, bis sie sich satt getrunken haben, klinglehrte sie ihren Krug an der Tränke, und lief noch einmal an den Brunnen, zum Schöpfen, so schöpfte sie für alle Kamele. Also, hier hat sich schon eine ganz einfache, kleine Prophezeiung erfüllt, er sagte, so soll sie mir antworten, wenn ich sie frage, und so hat es auch der Herr eingerichtet, und wir sehen hier eine junge Frau, die wo er erwachsen ist, noch keinen Mann gehabt hat, also, was ist denn los mit euch, und hat zehn Kamele zum Trinken gegeben, und ich glaube nicht, dass ein Kamel nur einen Liter getrunken hat, also sagt es doch auf, ihr Lügner, also schämen sollt ihr euch, es ist asozial und abgrundtiv, asozial, unwürdig, überhaupt, dass man mit euch reden tut, also ich habe keine Lust mehr, Babu, mit diesen Leuten zu sprechen, diesen asozial. Ich werde jetzt noch mal das zeigen, weil er da philosophiert hat, RISK-Debatte, wie immer. Hier steht geschrieben, es wird überliefert, in dem die Körper von Hunden, Menstruationslumpen und Müll geworfen werden, wo steht hier, dass es mega groß ist, und das, das ist die Voodoo, dort wo so sauberes Wasser ist. Nein, hier steht, er führt Voodoo aus einem Brunnen, genau, kreisvoll, mich ist ein Brunnen, bravo, richtig, also ein Brunnen, in dem Körperteile von Hunden, Menstruationslumpen und Müll geworfen werden, und ein Prophet, da wegen Wissenschaft, Wissenschaft, sagt, was ist rein, und wird auch nichts und rein, nichts und rein gemacht, mach doch so, wie du, mach ein Video, und schick mir, dann sag, Elhamdulillah, du bist ein wahrer Muslim, solange ihr das nicht macht, seid ihr Heuchler für mich, Heuchler, ah, wie groß die Brunnen, ein kleiner, aber das ist ein Brunnen, weißt du überhaupt, wie ein Brunnen aussieht, so lange, so lange, so lange, wirklich nachher, wie, also Fotos zeigen, wie ein Brunnen aussieht, ich denke, du hast noch nie ein Brunnen in deinem Leben gesehen, ich kann es sehen, hier steht ein Brunnen, kein C, oder, keine Ahnung was, ein Brunnen, okay, und in diese Brunnen werden Menstruationslumpen und alles mehr geworfen, mach so Voodoo, Leotrim, Green, bist du da? Ja, vielen Dank, Rostum, ich muss wieder laut machen, ich gebe zu, ich mache jetzt immer wieder leise und dann laut, sobald ich dran bin, weil, das, was die christlichen Mitmenschen hier von sich geben, ist unter aller Sau, also, ich glaube, ihr tut euren christlichen Mitmenschen weltweit keinen Gefallen mit eurem Verhalten und eurer Art, wie ihr gerade hier euch präsentiert. Ist jetzt Green weg? Ja, du bist dran, Evi, ich weiß auch nicht, was das los war. Du kannst reden, bitte. Vermutlich wurde rausgeschmissen, aber ich wollte ihm besonders sagen, weil er mir im Kommentar geschrieben hat, in der Bibel steht, dass ich als Frau dies und jenes, sorry, ich muss nochmals mit dem Thema kommen, also, wenn dieser Mann schon nicht an die Bibel glaubt, dann muss er mir nichts aus der Bibel erzählen. Ah, jetzt ist er da, wo es da drin ist, ich weiß, ich verliere Zeit, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, auch was Rebekah angeht, soweit ich weiß oder gelesen habe, wie, aber wo, bitte bestätigt mich oder nicht in den Kommentaren, ich glaube, Rebekah war etwa 1500 Jahre vor Christus, ungefähr. Richtig. Richtig, ja. Okay. Das heißt, auch wenn das so war, okay, es war nicht so, aber theoretisch gesehen, auch wenn es so war, sie war keine Aisha, sie war nicht, wie bei uns in der Bibel, sie war nicht die Mutter von Jesus, sie war nicht die Frau von Jesus, sie war nicht die Tochter von Jesus und dann kommen sie mit einer Geschichte, was 1500 Jahre vorher geschehen ist. Leute, ganz ehrlich. Und das andere ist, ich kenne mich mit dem Koran nicht so gut aus, ich habe ihn gelesen, oh mein Gott, meine Zeit läuft ab, aber ich wollte nur noch sagen, trotz allem, egal ob Bukhari, Tafsira und so weiter und so fort, ich weiß, Mohammed ist tot und in vielen ist Isa Aura Jungs, Alter, was geht, Alter, und es wird? Bitte, keiner soll jemanden runter schicken, ihr macht mir nur mehr Arbeit, Freunde, ihr helft mir, ihr helft mir nicht, ihr macht mir nur mehr Probleme und mehr Stress, Leute, bitte, niemanden runterbringen. Ja, ich finde das auch krass, aber ich sage euch ehrlich, ich lache mich ein bisschen schon, gerade ein bisschen lustig. Green Rebell schreibt, also er sagt, es gibt einen Rabbiner, der sagt, ja, der Jesus hat erlaubt, einen Dreijährigen heiraten zu lassen, dann habe ich ihm gerade gesagt, ja, okay, guck mal, von mir aus ist Rebekka zweieinhalb, ne, und diese Predigt gerade, ja, wie ihr Christen euch unterhaltet hier, Junge, Bruder, hör mir mal auf, Bruder, ja, ich bin's, den hast du ein Problem, ich bin 35, ja, aber guck mal, das Ding, ah, einen Punkt habe ich mir nur gemerkt, und zwar steht ja hier wirklich, Amne, steht ja sie und ihre Amne, damit haben wir auch kein Problem, denn die Amne, musst du dir mal so vorstellen, ist eine Zeuge gewesen, für die Hochzeit, jetzt stell dir mal vor, ihre Mutter, also es steht in der Passage, im Kontext, ihre Mutter wollte nicht mal, dass sie geht, sie wollte, dass sie noch 10 Tage bleibt, und deswegen ist ihre Amne mitgegangen, ihre Stillmutter, die sie gestillt hat, die geht mit, für die Tradition, eine Amne, eine Stillmutter, nirgendwo steht dabei, wiederum in den nächsten Passagen, ja, sie hat sie mitgestillt, auf den Wege, nirgendwo steht das, denn eine Frau, die ihre Blutungen hat, muss nicht mehr gestillt werden, Amne, achso, Amne, 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 er ist doch dasselbe, Amne, 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 ist doch alles gut, Stillmutter, ich habe doch gesagt, Stillmutter, also wiederum ist es nur eine Tradition, weil man eine Zeugin mitnimmt, normalerweise, weil ihre Mutter nicht mitgegangen ist, und trotz allem steht nirgendwo in einer nächsten Passage, dass sie gestillt worden ist, nein, steht geschrieben, dass sie schon reif genug war zum heiraten, sie hat ihre Tage, Okay, also alle haben jetzt hier bezeugt, dass es alles falsch ist mit dem Alter, weil wenn man die Alter alles addiert, und subtrahiert und alles mögliche, kommt man dann auf dreieinhalb oder zwei von mir aus, oder wie auch immer, gut, dann halt, dann machen wir das so, die Altersangaben sind alle falsch, können wir auch so machen, kein Problem, aber was ich natürlich sehr kurios finde, ist, dass irgendwie nur Rebecca sowas braucht, in keiner Passage der Bibel wird behauptet, dass irgendeine Frau, eine, oder überhaupt irgendein Weib, oder weibliches Geschlecht, eine Arme braucht, irgendwie nur Rebecca, aber okay, alles gut, dann machen wir das halt so, die Altersangaben sind falsch, also es gibt Fehler auch sozusagen, dann auch im Alten Testament, kein Problem, okay, müsst ihr halt damit klarkommen, und wieder locker, ich weiß, was ein Brunnen ist, aber ich will gerne wissen, von welchen Quelle hast du das, weil soweit ich weiß, ist das in Zahi, Zahi Al-Bukhari, ist das so, dass das Brunnen sogar auch beschrieben wird, wo das ist, und deswegen, ich weiß jetzt wirklich nicht, was du da hast, also jetzt müssen wir uns einen Brunnen vorstellen, der muss ja eigentlich größer als die Tiere sein, oder wie soll man jetzt mit der Hand da reingreifen, wenn das alles vollgestopft ist, also das ergibt doch keinen Sinn, also wie gesagt, es muss also ein Brunnen sein, der wirklich groß ist, so, und, ja, Aram, wir sind alle asozial, ich weiß, ich weiß, ich weiß, wir sind alle asozial, und, nur du darfst natürlich sagen, wir sind Heuchler und so, das ist nicht asozial, nein, das ist pure Liebe, ja, ich muss erstmal wieder meine Kamera einschalten, so, Moment, ich zeige euch was, so, so, das sind hier zum Beispiel von Juden Gesetze, was man alles nach drei Jahren und einen Tag machen darf, ja, und was haben sie hier genommen, ja, hier, die haben hier dieses Gesetz genommen, dass man eine Ehe verschließen darf, nach drei Jahren und einem Tag mit einer Frau, die vorher verheiratet war, in diese drei Jahre und einem Tag darf mit dieser Frau nicht Ehe verzogen werden, so, und jetzt, wenn man das klein hier macht, dann versteht man hier gar nichts, dann liest man hier, so, und Joseph verwirrte, komm und höre, mit drei Jahren und einem Tag, kann eine weibliche Person durch den Beischlaf angetraut werden, was heißt denn angetraut werden, guck mal jetzt hier, schau mal, die Antrauung, die Antrauung kann auch durch den Beischlaf erfolgen, wenn er in dieser Absicht vollzogen wird, werden, wenn der Ehe schwager, warum geht es hier überhaupt, und ich muss ganz genau recherchieren, worum es hier überhaupt geht, es geht zum Beispiel, wenn ein Bruder verstorben ist, und die Frau alleine geblieben ist, dann darf die Ehe erst nach drei Jahren und einem Tag, Ja, du hast das nicht verstanden, es geht um den Brunnen, ja, und das ist, der Brunnen soll keine Tränke sein, du verstehst das nicht, weil du sagst irgendwas von Tieren und, die da hingehen sollen und, die nicht über den Brunnen kommen, seit wann trinken denn Tiere aus dem Brunnen, die trinken aus einer Tränke, ja, und, ja, das wollte ich schon wieder vergessen, Mensch, wie hört das nicht ein, also, Babu, hol mich ruhig runter, du kannst, ja, bitte Leute, Leute, bitte, holt keine mehr runter, bitte Leute, ihr macht es mir nur noch schwer, ich verstehe nicht, warum ihr mir das anbetut, ich verstehe nicht, muss ich jetzt die ganze Zeit noch mal die Leute hochholen, bitte, seid doch erwachsen Leute, hier Demokratie, ihr könnt die Leute rausschmeißen bei euch, hier Demokratie, seid keine Meinung, bitte, was sollen wir machen, wenn wir hier nicht mit denen diskutieren, mit wem, sollen wir schließen, schlafen gehen, also bitte, lasst die Leute reden, also, das ist der Beta, das ist der Beta, das Kind muss beim Namen genannt werden, und darf man nicht lügen, das ist nun mal so, Sahih al-Bukhari 5765, das ist Sahih, auf den Gesandten Allahs wurde Magie ausgeübt, so dass er glaubte, er hätte sexuelle Beziehungen zu seinen Frauen, obwohl dies tatsächlich nicht der Fall war, Sufjan sagte, das ist die härteste Art von Magie, da sie eine solche Wirkung hat, dann sagte er eines Tages, oh Aisha, weißt du, dass Allah mich über die Angelegenheit, nach der ich ihn gefragt habe, belehrt hat, zwei Männer kamen zu mir, und einer von ihnen setzte sich neben meinen Kopf, und der andere saß neben meinen Füßen, der eine in der Nähe, fragte mein Kopf den anderen, was ist mit diesem Mann los, der letzte antwortete, er stehe unter der Wirkung von Magie, der erste fragte, wer hat Magie auf ihn ausgeübt, der andere antwortete, ein Mann aus Bani-Zuraik, der ein Verbündeter der Juden und ein Heuchler war, der erste fragte, welches Material hat er verwendet, der andere antwortete, ein Kamm und die Haare klebten daran, der erste fragte, wo ist das, der andere antwortete, in einer Schale aus Pollen, einer männlichen Dattelpalme, die unter einem Stein im Brunnen von Darwan aufbewahrt wird, also ging der Prophet zu diesem Brunnen, holte diese Dinge heraus und sagte, das war der Brunnen, was mir in einem Traum gezeigt wurde, sein Wasser sah aus wie der Ausguss, der Aufguss von Hanna-Blättern und seine Dattelpalmen sahen aus, wie die Köpfe von Teufeln, der Prophet, Okay, viel Dank, Kassel, wir haben gesehen, Warte, 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 nein, wieder locker, nein, warte, warte, nein, warte, bitte, schickt irgendjemand hier die Leute runter, sonst mache ich die Adminste, schickt hier irgendjemand die Leute runter, der sagt, ja, ich habe gesagt, keine bitte hier runtergeschickt, ich verstehe nicht, warum schickt ihr die, mit dem sollen wir diskutieren, wenn nicht mit ihm, habt ihr andere Leute zu diskutieren, dann bringt sie her, hört auf Leute, und einfach kindisch, kindisch Leute, tu einfach Mut, tu einfach Mut wegnehmen, Bruder, ja, aber seit drei Stunden, dann hol ich die Leute hoch und die holen sie wieder runter und ich hol sie wieder hoch und sie holen sie wieder runter, aber es geht doch nicht Leute, ich habe, ich kann das nicht, ey Leute, das ist gut, Bruder, kann ich sagen? Ja, bitte. Okay, also, ich probiere schneller zu machen, eine Minute ist leider weg, das ist für die Riskdebate, ich hörte, dass die Leute des Propheten Allahs fragten, es wird Wasser für aus dem Brunnen vom Bude gebracht, es ist ein Brunnen, in dem Toten, Hund, Menstruation, Kleid, Extremen, von Menschen geworfen werden, der Gesandte Allahs, erwidert, wahrlich Wasser erscheinen, wir tun nichts und rein. Okay, Abidavud sagte, ich hörte, ich könnte sagen, ich frage die Verantwortung für die Brunnen vom Bude, nach der Tiefe des Wassers, er antwortet, das Wasser reicht höchstens, bis zu der Shamhar, dann fragte ich, wohin gelangt es, seine Pegel, er antwortet, unterhalb des Teambereichs, und dann heißt, da unten, ich sah, dass sich das Wasser, das in dem Brunnen sich verändert hatte, riesig, große Brunnen, riesig, große Brunnen, nein, ganz kleine Brunnen, er reitet bis Shamhar, und wenn du willst, lese nachher noch besser und genauer für dich, okay, das Wasser hat sich sogar verendet, die Farbe, ja, renne weg. Ganz kurz, als Tipp, Ritz, also, sich kurz aus dem TikTok rausschmeissen, und dann, kurz auf Einstellungen, sein Profil auf Privatstellen, falls er nicht schon ist, und dann zurückkommen, dann sollte es funktionieren. Einfach so als Tipp. Ich hätte eigentlich direkt am Ritz keinen Kommentar, aber es macht nichts. Erstens mal, einen Brunnen, also Leute, jeder, ich hoffe zumindest, egal wie alt man ist, dass jeder zumindest 10 bis 20 Brunnen in seinem Leben schon gesehen hat und diesen Umfang kennt. Und der Brunnen ist nicht da, damit Menschen oder Tiere direkt heraus trinken, sondern zu 99 Prozent hat man einen Kübel, da man das Wasser rauszieht mit einem Seil und so weiter, ist ja nicht wichtig. und was hat das andere Moritz gesagt? Was ist der noch gesagt? Das habe ich ja im Hänge. Egal. Stellung. Ich sage es nach mir. Bist du fertig? Ja, Stellung. Also ich weiß nicht, schickt jemand die Leute hier runter oder machen sie das extra? Ich kann ja die Admine wegmachen, ich brauche keine Hilfe. Ich kann das allein. Ich meine, ich mache ja mehr Arbeit mit Admine als ohne jetzt gerade. Ja, das macht mir nur das Schwierige. Ich verstehe nicht, wieso. Das verstehe ich nicht. Das ist wirklich nicht schön, wenn ihr das wirklich macht, Leute. Das ist wirklich nicht schön. Ich habe gelesen, dass das Admins waren. Ich habe es gelesen, oder das musst du mir nicht zu sagen. Und ich dachte, ihr seid ehrliche Menschen. Jerry, weg los. So, gut, dass ich keinen Administrator habe. dass ich damit kein Problem habe. So, wie gesagt, hier wurde der, sollte der Isaac geopfert werden. Direkt danach kam die Nachricht und es geschah, es berichtet wurde, dass ich hier direkt Rebecca geboren wurde. Da, Rebecca. So, und es steht hier, nichts mit dem Alter, wann er hier geopfert werden sollte. Und wenn du mir hier irgendwie beweisen kannst, dass er hier geopfert werden sollte mit 30, 40 Jahren, dann glaube ich dir, dass Rebecca drei Jahre alt war. So, und ich habe euch gezeigt, auf welche Quellen die gehen, die schauen sich immer diese falsche Quellen und, und übersetzen das ganz falsch, darum, es ging, die haben da Gesetze, dass immer etwas nach drei Jahren geschehen soll. Das könnt ihr selber nachschauen. Das, hier, das sind alles Gesetze von dem Tanner. Hier. Und es geht meistens immer um die drei Jahre. Ja. Die haben ja keine anderen Argumente, als das zu nehmen. Warum? Weil, natürlich, Aisha war ja sechs und dann mit neunjährigen zu schlafen, ist ja nicht schön, oder? Also, wir haben vorhin gelesen, dass Mohammed definitiv verhext war. Es ist bestätigt, also, und wenn, wenn ein Prophet verhext wird, dann kann er gar kein Prophet sein, denn ein Prophet wird auch von Gott beschützt. Das wissen wir alle. Also kann er gar kein Prophet sein. Das ist in euren Schriften. Und hier, in Zaheib Bukhari 40, 37, da darf man täuschen, um zu töten. Der Gesandte Allah sagte, wer ist bereit, Ka'bin Al-Ashtar zu töten? Der Allah und seinem Gesandten einen Schaden zugefügt hat. Daraufhin stand Mohammed bin Maslamah auf und sagte, oh Allah ist Gesandter, möchtest du, dass ich ihn töte? Der Prophet sagte, ja, Mohammed bin Maslamah sagte, dann erlaube mir, etwas Unwahres zu sagen. Das heißt, Ka'b zu täuschen. Der Prophet sagte, du darfst es sagen. Dann geht Mohammed bin Maslamah zu Ka'b und sagte, dieser Mann, das heißt Mohammed, verlangt Sadaka, das heißt, Sakat von uns und er hat uns beunruhigt. Und ich bin gekommen, um etwas von dir zu leihen. Darauf Ka'b sagte, bei Allah, du wirst seiner überdrüssig werden. Mohammed bin Maslamah sagte, da wir ihm nun gefolgt sind, wollen wir ihn nicht verlassen. Es sei denn, und bis wir sehen, wie sein Ende sein wird, jetzt wollen wir einige Unterschiede zwischen den Erzählern bezüglich einer oder zwei Kamelhandlungen. Ka'b sagte, ja, ich werde dir leihen. Ich werde dir leihen, aber du solltest mir etwas verpfänden. Mohammed bin Maslamah und seine Begleiter sagten, was willst du? Also das ist ein riesenlanger Vers. Auf jeden Fall hier sehen wir auch, dass Mohammed täuschen kann und soll und Allah erlaubt es ihm, um zu töten. Also und wenn das hier ein Prophet ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Wie gesagt, er wurde verhext. Okay? Ein Prophet, der verhext wird von Dschins. Also hallo Leute, wie kann das ein Prophet sein? Wacht mal auf. Es gibt kein Admins mehr. Es gibt kein Admins mehr, damit sie nicht mehr ihre Fehler machen, dass sie runtergehen. Sehr gut, Bruder. Ihr könnt nicht mehr abhauen. Es gibt kein Admins. Okay? Sehr gut, Bruder. Also, ihr hört, dass die Leute des Propheten Allahs fragten, es wird Wasser für euch aus dem Brunnen vom Buddha gebracht. Es ist ein Brunnen, in dem toten Hunde, Menstruation, Kleid und Extrementen von Menschen geworfen werden. Der Gesangt Allahs erwiderte, wahrlich, Wasser ist rein und wirkt auch nicht zum Unrein. Abidavut sagte, ich hörte, ich fragte den verantwortlich für den Brunnen vom Buddha nach der Tiefe des Brunnes. Er antwortete, das Wasser reicht höchstens bis zu den Schamhaar. Dann fragte ich, wohin langt es, wenn sein Pegel sinkt? Er antwortete, unterhalb des Intimsbereichs, des Körpers. Abidavut sagte, ich habe die Breite des Brunnen vom Buddha mit meinen Lacken gemessen, das ich über ihn gespannt habe. Dann maß ich ihn mit der Hand, der maß sechs Ellen ist der Breite. Dann fragte ich den Mann, der mir die Tür des Gartens öffnete und mir hinein liess, hat sich der Zustand des Brunnes gegenüber dem Wasser, dem Wasser früher am Ort war, verändert? Er antwortete, nein, ich sah, dass sich das Wasser, also, dass die Farbe des Wassers des Brunnes verändert hat. Also, jetzt haben wir keinen Moderator mehr, können nicht behaupten, dass ich gekickt wurde, haben wir ganz klar jetzt, auch wenn ich gekickt wurde, haben wir verwischt, wer lügt, der Bruder hat gesagt, kein Moderator mehr und dass der Brunnen ganz kattreckig ist, mach schon Voodoo, wie dein Prophet gemacht hat, okay, und beweise uns, dass du ein wahrhaftiger Muslim bist. Wenn du die ganze Zeit runterkommst, wenn auch immer dieser Moderator ist, du bist der größte Fanboy, schon auf all das, bist ein richtiger Fanboy. Das ist nicht immer der Moderator, ab und zu zeigt, dass das ein Moderator ist, aber das ist TikTok. Also, ab und zu. ich werde jedes Mal runtergekriegt, das ist ein richtiger Fanboy. Aber es hat kein Moderator mehr. Es gibt kein Moderator, außer ich und die Spiele und ich habe sich auch schließlich auf die ganze Zeit vor. Ich hole euch die ganze Zeit vor. Es gibt kein Modell. Ja, dieser Cowboy, der unten ist ein richtiger Fanboy, Bruder Babu. Sag mal ehrlich, habe ich gerade in diesem Geistchen beleidigt? Nein, aber ich bin noch nicht. Was ist dann dieser Cowboy da unten so frech und macht mir ihn auf Kuhn und sagt mir, ich bin ein Kind oder so? Lass dich nicht provozieren, Bruder. Ja, da hast du auch recht, Bruder. Kita, Kita, mein Lieber, der ist selphersüchtig auf dich, der hat Angst vor dir, deswegen, aber lass, lass einfach. Ich glaube, der Trauma von dem letzten Stream oder so, ich weiß es selber nicht. Höchstwahrscheinlich. Also ich möchte jetzt gerne sehen, von Riske-Debat, wo steht jetzt wie alt Israqa. Boah, Derry, Alter. Ihr habt doch gerade auf der heiligen Schrift gelesen, da wo es drin steht. Wo stand da, dass es frei war? Riske-Debat kann nichts beweisen. Ich habe bewiesen, dass es ein kleiner Brunnen ist, Riske-Debat, ein kleiner Brunnen, sich der Farbe sogar verendet und ein Prophet daraus Wudu gemacht hat. Also ich möchte jetzt die Jahre erzählen. Schick mir eine E-Mail. Ich möchte jetzt die Jahre erzählen. Wo? Wo stehen die Jahre hier? Wo? Wo? Nach diesen Begebenheiten? Wo stehen die Jahre hier? Boah, das sagen doch auch die Rabbiner, aber auch egal. Aber weißt du, was mir ist egal? Bitte komm, bitte komm, ich habe die gezeigt, was deine Leute, was deine Leute versuchen zu manipulieren. Ich bin da genau da reingegangen. Ich habe geschaut, worum es da geht. Das sind Gesetze. Leute, es gibt tatsächlich eine Rechnung, es ist ein bisschen kompliziert, aber man kommt dahinter, die ist definitiv über 17 und 19, sogar über 20 Jahre. Also es ist überhaupt kein Problem. das braucht Zeit, aber man kann das wirklich beregnen. Ja, hier, wenn er geopfert werden sollte, wie alt war er? Wie alt könnte er gewissen? Lass mal 20 Jahre, höchstens als 20 Jahre. So, und nach dieser kam die Nachricht, nachdem kam die Nachricht, dass Rebecca geboren ist. Ich habe gesagt, Rabbiner geben das auch zu. Die Rabbiner sind Antichristen. Verstehst du das? und wie alt war er, als er geopfert werden sollte? War er 37? Oder aber das macht kein Semmertes. Sollte er mit 37 geopfert werden? Zeig uns eine Rabbiner, die das zugibt, RISK DEBATTER, du bist ein Lügner, okay? Beweise jetzt jegende Piss. Jetzt hast du die Möglichkeit, Bruder, mach RISK DEBATTER groß. Er soll uns eine Quelle zeigen, bis jetzt nichts. Ich war sie nicht an der Grund. Außerkalabert nichts. Ich habe jetzt bewiesen, dass dein Prophet Voodoo, Voodoo aus einem Brunnen gemacht hat, mit Menstruationlappen. Und Bruder, mach mich bitte schnell groß, ich will RISK DEBATTER schnell eine Sache verzeigen und fragen, wenn das möglich ist, Bruder. Ja, nee, der hat das gemacht, aber komischerweise konnten die alle so ein Alter erreichen, was eigentlich... Ja, aber genau, mach du auch so, Voodoo, wie dein Prophet gemacht hat, okay? Mach so, Voodoo, Bruder, kannst du schon mich bitte groß machen? Ist dein Brot mit Kacke, okay? Zeig mir das in der Bibel, dass ich Brot mit Kacke essen muss. Beweise, laber nicht nur, beweise, irgendetwas. Also, jeder, der da drin ist, wir waren im Trauerzug eines der Tochter des Propheten und er saß an der Seite des Grabes. Ich sah, wie seine Augen Tränen vergoss. Warte, wie seine Augen Tränen versorgen. Er sagte, gibt es jemanden unter euch, der letzte Nacht keinen Geschlechtsverkehr mit seiner Frau hatte, Abu Talia, Bejatedis, und fragte, und diese, und, und diese fragte, ich liebe dein Deutsch. Daraufhin befahl ihn, der Prophet in das Grab hinabzusteigen und so stieg er im Grab hinab. Warum fragt ein Prophet, ob jemand Geschlechtsverkehr in der letzten Nacht gehabt hat und er befahl, Tal, also, Abu Talia, im Grab des Tochter, dass das Prophet hinabsteigt. Was wollte er dort machen? Für was? Für was fragte dein Prophet, ob er Sex gehabt hat, Geschlechtsverkehr? wieder locker, du benutzt immer so Quellen, die nicht vollständig sind, wie vorhin auch mit den, nicht vollständig, nicht vollständig sind, du bist ein, genau gleich wie hier, Lugomo, wo dein Prophet, wo du macht, wo du macht, mit einem Wasser, das sich verändert hat, wo Körper, Lukas, Menstruation, also, Exkremente von Menschen geworfen werden und schau mal, wie breit es ist, schau mal, wie breit es ist, dass man mit einer Lacken wieder diese Brunnen heißt Bervidara. Wenn ihr den Brunnen findet, der heißt Bervidara, der in wie 50 Zentimeter Tiefe, ich weiß nicht, nicht mal ein Arm. Genau, genau. Siehst du, das ist die Debatte, mach du auch so, wo du, mach in Badewanne Exkremente, Exkremente in deiner Badewanne, Menstruationslappe, Müll, Faulnis, Körperteile, von Tieren, zum Beispiel, kannst du du Hohn essen, dort reinwerfen, egal, einfach wie ich Fleisch dort drin und dann machst du so dein Voodoo. Und wie breit ist das? Die Breite steht hier, schau mal, man konnte mit einem Lacken messen und mit der Hand hat er gemessen, das macht 6 Ellen. Okay. In der Breite, 6 Ellen, er hat das mit der Hand gemessen, 6 Ellen. Das heisst 6, 6, ja, also ich nicht so breit, 6 Ellen. Okay. So, so Voodoo machen auch. Okay, und dann, ja, mach ich und jetzt? Mach, mach ein Video und dann glaube ich dir. Nein, er hat Voodoo gemacht, er hat Voodoo gemacht für ein Gebet, er hat sich gewaschen damit für ein Gebet. Genau, und die Gefährte, alle haben auch so gemacht, Maschallah. Und jetzt? Und jetzt, was ich schreibe, du nicht umdrehen, aber das Wasser hat sich verändert und jetzt, und jetzt, was beweise ich du jetzt? Beweise, okay, aber, okay, ja. Beweise, dass ich kackier zu soll. Beweise, jenke deppis jetzt hier. Beweise eine Sache, bring je deine Quellen. Beweise, jenke deppis, labernicht. aber okay, gut, ich mach das und dann, was passiert dann? So, jeder, die da drin ist, über 100 Leute, nichts können sie beweisen, außer, ich sag doch gerade, ich mach das und dann, was willst du dann machen? Sie können nichts beweisen, außer lügen, betrügen und täuschen. Was soll jetzt? Und, ja, ich mach das und so, und was jetzt? Und jetzt? Seit Stunden zeigen wir Quellen aus deinen Schriften und jetzt kommst du und dann machst du deinen Mund auf, wenn ich jetzt was zeige. Jetzt zeig halt! Ja, und dann, was dann? Zum Beispiel, was dann? Ja, lüg halt nicht, lüg nicht. Ja, ich mach das dann, und dann, und jetzt? Ja, was ist dann? Was ist dann? Ja, beweise, dass die Rebecca, dass die Rebecca drei Jahre alt war. Beweise es doch, wenn du Quellen hast, dann zeig sie doch. Weiß, Bruder, was? Ich hab doch gesagt, er ist einfach erst, es haben auch Rabbiner das, es haben Rabbiner so, wer? Und, wenn man, Chris, Chris, er hat, er hat, er hat, er hat fake Konvertierung gemacht, bei, bei, er hat die fake Konvertierung gemacht, bei, er hat die fake Konvertierung gemacht, er hat sie für Christ ausgegeben, jetzt in kurz, wieder zurückkonvertiert. Wir haben, wir haben gehört, wir haben die gehört, wir haben aufgenommen, Jerry hat die Aufnahme, denkst du, du kannst uns verraschen, Jerry hat die Aufnahme, wie du als fake Christ, dort zu Liebe zu Hadis gegangen bist, und so getan hast, als wer zu Christ, ein Muslim geworden. Komm herauf, komm herauf, Jerry hat die Aufnahme, wir haben genau gehört, wie du Albanisch gesprochen hast, mit dem anderen Typ. Oh mein Gott. Weißt du, wir haben genau gehört, wir haben die Aufnahme, wir haben die Aufnahme, du kannst uns nicht verraschen, ihr mit eurer fake Konvertierung. Spiel doch die Aufnahme, ich spiel die Aufnahme, wie du kannst, Bruder. Aber weißt du, du hast deine Heidee geschmissen, ich spiel doch ab, was ist los? Voll verleugnet, ey, das ist doch, ja spiel doch ab, spiel die Aufnahme, wo du spielen kannst, sonst nimmst du auf, und schickst mir, Bruder, schickst mir per WhatsApp, und die poste hier auf, 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 TikTok, damit jeder zuhören, ich spiel, nachher am Schluss noch Albanisch spricht, und jeder wird seine Stimme hören und wissen, dass er ist, der angebliche Christoph. Und weißt du, Rahul, wer bist du denn? Wallah, wieder locker, du bist einer, der Leumnungen verfolgt, und möge Allah dich recht leiten, mehr kann ich nicht dazu sagen. Ja, komm. Wallah kann nicht, an deiner Stelle, wo dich mich schäme, für deine ganze, ganze Mannschaft, weißt du? Und das werde ich dir auch nicht verzeihen, glaub mir. Schämt euch, schämt euch, ich kann das nicht verzeihen, schämt dich, schäme dich, schäme dich, aber du kannst leugnen, du kannst lügen, betrügen, täuschen. Das ist deine Religion, Takiyah Boy. Das ist deine Religion. Sogar Reza hat Tecfie auf dich gemacht. Egal, was Reza gemacht hat, trotzdem, ich mache mich, Ja, aber er hat schon recht. Christ wie du, und mache ein Fake-Konvertierung bei anderen Muslimen. Verstehst du? Schäme dich, Mann, schäme dich. Jerry, schick mir die Aufnahme, Jerry. Ich werde das hier posten. Weißt du, was der Unterschied zwischen dir und mir ist? Ich sage, durch Fucken, durch Reza, und du kommst mit Verleugnungen. Was für Fakten, Mann? Was für Fakten? Du konntest das doch gesagt, aber du hast keine Beweise, dass ich das sage. Nichts konnte ich bis jetzt zeigen. Je 101 Menschen, 101 Leute hören zu, jeder hat gesehen, nichts konntest du beweisen. Nichts konnte man meinen Gesicht sehen. du beweisen. Jerry wird mir die Aufnahme schicken, und ich werde dich bloß stellen. Dich werde ich bloß stellen. Jeder wird hören, dass du es warst. Du warst es. Okay, konnte man mich hören? Du konnte dich hören, man könnte auch... Konnte man mich sehen? ...sprichst. Man konnte hören, wie du Albani sprichst. Okay, konnte man... ...konten ich verraschen. Mich und Jerry können schon nicht verraschen. Wir kennen dich so lange. Okay, konnte man mich sehen? Das will ich wissen. Du hast deine Religion bei mir gelernt, auf YouTube. Jeder Locker, konnte man mich sehen? Du hast deine Hose angefangen zu kürzen, sonst wäre es in Höhlenfeuer. Jeder Locker, konnte man mich sehen? Deine Stimme erkennt man. Ja, aber konnte man mich sehen? Die Aufnahme haben wir, und wir werden es veröffentlicht. Okay, okay, aber konnte man mich sehen? Das will ich wissen. Du warst da, und du hast halb zugegeben. Die Aufnahme ist bei mir auf meine... Konnte man mich sehen? Das will ich wissen. Er will wissen, ob man sein Gesicht gesehen hat. Verstehst du? Also, wenn sein Gesicht drauf ist, will er nicht, dass das veröffentlicht wird, würde ich sagen. Nein, nein. Ich will nur wissen, ob man mein Gesicht gesehen hat. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Risk Tribator, warum hast du das gemacht? Was habe ich gemacht? Diese Spielerei mit dem Fake-Riss. Das habe ich doch gar nicht gemacht. Doch, da hast du kein Mark-Gebens. Okay, wollt ihr jetzt auf Fütner? Du warst nachher bei uns im Stream. Du warst am nächsten Tag bei uns im Stream. Wir haben das gesagt, und du hast halb zugegeben. Und diese Aufnahme ist vielleicht bei mir, in meinen Streams vielleicht sogar. Und weil du halb zugegeben hast, okay, und jetzt bist du hier und sagst, nein, 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 nein. Aber doch, wir haben bei jedem dein Bruder, und ich werde diese Aufnahme suchen, wo du bei mir warst, mit mir zusammen gesprochen hast, und die haben noch zu dir gesagt, ich habe die verwischt, und du hast es halb zugegeben, und jetzt machst du hier wieder eins auf Heuchler, okay? Ganz genau, ich werde dich bloß stellen, okay? Jerry, mach mal. Ja, wir werden dich bloß stellen, keine Sorge, Jerry, ich werde mit der Aufnahme schicken. Da kannst du auch tausend Jahre warten, weil ich war das nicht, weil ich mache sowas nicht. Warum soll ich sowas machen? Du weißt das. Ich habe nicht am Anfang... Ich weiss das. Du weißt das. Wir haben gehört, du hast sogar am Schluss Albanisch gesprochen. Du hast sogar Albanisch gesprochen. Ich weiss das. Oh mein Gott, ich kann nicht albanisch. Ja, ich weiss. Nein, nicht nur du, aber ich... Ich kann nur, dass eine Frau mit Schluss gemacht hat. Wir kennen... Oh mein Gott, die hat wirklich... Ich kann ihn verstehen, Wallabilla. Ich kann deine Ex auf jeden Fall mal stehen. Ey, 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 das ist jetzt niveaulos, bitte. Nein, aber ist das nicht nur... Nein, 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 das müssen wir nicht wissen. Das geht uns nicht an, bitte. Aber guck mal, er gibt, guck mal, was er macht, ist richtig respektlos, kindisch. Respektlos. Du warst mit mir an erster Tag, ich habe dich gefragt, Lieskdebiet. Jetzt du schaust. Aber ich habe dich gefragt, einen Tag danach habe ich gefragt, es waren nur andere Brüder dabei. Wieder lockert du bist langweilig, Wallabilla. Ich war nicht alleine dort, Lieskdebiet. Ich war nicht alleine, ich war nicht alleine. Ich habe dich gefragt und du hast es halbe zugegeben. Wie siehst du? Jetzt hier, sagst du so. Okay. Tag warst du dort und ich war mit meinem Brüder. Ich war mit meinem Brüder. Du werde mit meinem Brüder sprechen. Und ich werde mit meinem Brüder sprechen. Und ich werde mit meinem Brüder sprechen. Okay, warte, ich habe dreimal gesagt und ich war das nicht. Ich habe das nicht gemacht und ich will auch, ich will das auch nicht mehr von dir hören, aus mich verstanden. Okay. Du kannst mit deinem Sohn drehen. Aber was passiert? Du warst das und jetzt. Du warst das, du warst das und du warst das. Ja, gut. Ja, ganz genau. Dann täuscher bist du. Aber nicht mit mir, hast du mich verstanden. Enttäuscher bist du. Ja, teuscher bist du. Gibt es noch. Das war es, man. Am nächsten Tag warst du bei mir und wir haben miteinander gesprochen. Oh, jetzt durch jede Saison. Ey, wie da locker, du bist so peinlich, Alter. Ehrlich, ohne Witz. Du gibst dir Verleugnungen und witz mit Verleugnungen hier irgendwas verraten hat. Die hat aufgenommen. Jerry hat aufgenommen und Jerry hat gesagt, das ist Leo Trim. Und am Schluss hast du in Albanisch gesprochen. Frag Jerry, frag Jerry selber. Du bist peinlich, Junge. Du bist peinlich. Deine eigene Frau hat dir tech 4 gemacht. Du peinlich. Deine eigene Frau hat tech 4 auf dich gemacht. Ich habe so viel labert, was du willst. Ihr denkt, er stört mich, mich stört das nicht. Weil du, siehst du, er stört mich nicht. Verstehst du? Aber die Zeit kommt am Tageslicht. Ja, okay. Die Wahrheit kommt am Tageslicht. Ich war froh. Hast du ihn nicht geglaubt oder wie jetzt den Hadithen, die er dir gesagt hat von Bir Beda'a und von, es gibt andere Hadithen, noch schlimmer wurde. Da musst du dich schon, musst du vorbereitet sein. Was meinst du? Ja, zum Beispiel, dass er seine Geschäft erledigen war, seine große Geschäft erledigen war und sich nicht die Hände gewaschen hat und essen wollte. Dann haben die Leute gesagt, hallo, du hast gerade dein Geschäft erledigt und willst direkt essen. Warum waschst du dir nicht die Hände? Dann sagt er, ich will doch jetzt nicht beten. Es gibt viele. Ein Hadith, wo in seine Tante die Läuse aus dem Kopf entfährt. Ich war die ganze Zeit still, aber ich kenne mich sehr gut in den Islam. Du findest, wenn man einen Menschen die Läuse wegkämmt, schlimm, oder was? Ich bin ja jetzt ein Prophet, ich meinst, es ist ein Prophet, oder? Ich stehe dir bei ein Prophet. Aber warte, wenn dein Kind zum Beispiel Läuse hat, lest du dein Kind mit Läuse oder warst du die Läuse weg? Das ist ein Prophet und auf ihn leben Parasiten. Was hat das damit zu tun? Ja, alles. Was hat das jetzt damit zu tun? Wenn es deine Kinder, okay, das heißt, das heißt, nur weil jetzt ein Prophet ist, darf der jetzt nicht einem Menschen helfen, oder wie? Nein, die soll keine Läuse haben im Kopf. Das ist dein Ernst, Alter? Dass ein Prophet läuft mit Läuse, ich bitte dich, also hat ihn Allah nicht wenigstens von Läuse befreit? Ich mein, ein Läusen gepackter Prophet? Die Tante hatte Läuse, hast du gesagt? Nein, seine Tante hat ihm die Läuse weggemacht zu seinem Kopf. Achso, okay, ja, okay, nur weil er jetzt Läuse hatte, ist das jetzt so schlimm, oder was? Naja, das sind Parasiten, die sind vorstellbar, oder sind lebende Wesen. aber Läuse, die gibt es überall, Junge. Naja, ich bin schon bei Parasiten, weißt du, dass du dir eine Ausnahmeseite. Achso, wir haben sein Blut getrunken. Okay, das heißt, alle Menschen, der musste die ganze Zeit juken, das heißt, alle Menschen, der musste die ganze Zeit juken, ey, der musste die ganze Zeit juken, das hat ihn gestört, das ist keine schöne Sache, dass eine Krankheit das stört, der hat gejuken, also hat Gott, ich hab dich doch verstanden, alles gut, ich hab dich verstanden, das heißt, alle Kinder, weil du weißt, im Kindergarten sind die Läuse sehr, sehr stark befallen, das heißt, alle Kinder, ja, Kinder, wir reden von Kinder, die jetzt Läuse bekommen, sind keine gute Menschen. Nein, sind keine Prophete, sind keine Prophete, das mein ich. Ja, was hat jetzt Propheten mit? Ja, Gott sollte ihn wenigstens befreien von Läuse, von seinem Kopf. Ich mein, der wurde, der hat die ganze Zeit, das ist dein Ernst, das ist dein Ernst. Kannst du mit Läuse, würdest du gerne mit Läuse in deinem Kopf leben, also würde das nicht, dich nicht stören, würdest du dich nicht lieber los haben? Wenn du Läuse hast, dann hast du Läuse, was würdest du da machen? Das ist ein Prophet, normalerweise, man muss ihn nicht, aber was hat das jetzt mit Propheten zu tun? Wenn der läuft, guck mal, die sagen, wenn der Prophet läuft, läuft einen, einen Dings, eine Wolke auf ihn, um ihn von der Sonne zu bedecken. Warum hat er nicht wenigstens die Läuse genommen? Die Sonne ist egal. Warte mal, warte. Die Bäume bewegen sich, wenn er sein Geschäft erledigen will. Die Bäume bewegen sich und verstecken ihn. Und das findest du jetzt schlimm, oder was? Das ist keine normale Mensch, das ist eine außergewöhnliche Person. Und du findest das schlimm, dass Bäume sich bewegen, oder wie, oder was? Ich muss jetzt nicht verstehen. ich finde es schlimm, dass Bäume sich bewegen, dass die Wolken für seinen Gut, so für seinen Dings, damit sie zufrieden sind. Ja, bewegen. Aber die Läuse, das heißt, guck mal, wenn die Läuse weg sind, würde ich später fühlen, als wenn eine Wolke in der Sonne zu bedecken. Aber wenn du jetzt überlegst, guck mal, warte. Wenn du überlegst, die Wolken haben ihnen sozusagen Schutz gegeben und das findest du jetzt schlimm, oder was? Nein, ich meine, statt Wolken hätte ihnen wenigstens die Läusen auf dem Kopf. Aber die Läuse sind auch weggegangen. Die Läuse waren weg. aber das stört mehr als Sonne. Du kannst dich verstecken, aber Läuse, die beweisen dich die ganze Zeit. Verstehst du? Das stört mehr als Sonne. Digga, das sind Lebewesen, was willst du machen? Du musst zusammenstehen, du musst zusammenstehen, ein bisschen verstehen, was der liebe Babu sagt. Das heißt, ein Prophet, guck mal, aber guck mal, jetzt machst du was ganz Schönes. Allah, jetzt machst du was richtig Schönes. Das heißt, Propheten, Propheten darf nichts passieren, sozusagen. Aber ein Gott darf nichts passieren. Aber ein Gott darf nichts passieren. Aber warte, 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 jetzt machen wir jetzt richtig, jetzt gebe ich noch ein bisschen Tabasco, weißt du? Ja, ja, das ist ein Reste, bitte, ich gebe dir gleich die Antwort. Pass auf. Ich gebe dir gleich die Antwort. Er hat eine gute Antwort gegeben. Weißt du warum? Ich gebe dir gleich die Antwort. Also hör zu. bleib zu. Hör zu. Hör zu. Lass mich doch aussprechen. Lass mich doch... Nein, nein, du redest die ganze Zeit. Jetzt hör zu. Ich gebe dir gleich die Antwort, bevor du redest, damit du das verstehst. Alles gut, alles gut. Ich habe Nächstenliebe. Das musste alles geschehen, weil es so prophezeit worden ist, mein Lieber. Dass du das mal irgendwann mal begreifst. Schlag die Bibel auf. Schlag das Alte Testament auf. 300 Prophezeiungen haben sich erfüllt über Jesus' Dasein, wie alles ablaufen wird. Und das ist alles passiert. Also, das sind Prophezeiungen. Und Prophetien müssen sich erfüllen, sonst ist Gott nicht wahrhaftig. Also, dass du das verstehst. Okay, okay. Wenn du willst, kannst du jetzt weiterreden. Aber laut seiner Aussage war... Jesus ist kein Prophet. Okay, deswegen würze ich das doch jetzt. Ich würze das doch jetzt. Und der sagt allein schon, ein Prophet, also, nee, ein Prophet, darf nichts passieren. Ja, nee, es darf nicht irgendwie irgendwas auf ihn kommen oder so, weißt du. Und aber ein Dolch, volle Kanne, auf einen Gott reinzuspießen, das geht, oder was? Aber Moment wurde doch auch gefeiert. Moment wurde doch auch gefeiert. Weißt du, jetzt mal, dein Gott wurde bespuckt. Und ich habe die ganze Zeit nicht gesprochen, ich habe uns reden lassen. Du hast gesehen, ich habe nicht gesprochen. Nein, Gott wurde beleidigt. Nein, Gott wurde bespuckt. Nein, Gott wurde ausgezogen. Noch einmal. Nein, Gott wurde ausgezogen. Ich glaube, du willst es nicht verstehen. Es ist alles prophezeit im Alten Testament, dass diese ganzen Sachen über unseren Messias, pass auf, lass mich zu Ende ausreden. All diese Sachen wurden prophezeit über den Messias, dass diese Sachen über ihn kommen. oder prophezeit oder getanzt oder wie auch immer. Die Tat ändert sich doch trotzdem nicht. Das ist der Beweis, das ist der Beweis, dass er der Wahrhaftige ist. Das ist der Beweis, dass er die Sünden der Menschheit getragen hat. Ob du das jetzt verstehen willst oder nicht, das ist dir überlassen. Okay, aber wunderschönen guten Abend. Aber du musst überlegen, dass er wurde bespuckt und beleidigt. Ich habe mal eine Frage, aber Mohammed wurde doch vergiftet wie ein Mensch. Wie jeder normale Mensch, wie ein normaler Mensch, vergiftet, schreibt, er hatte sogar seine, der hatte sogar seine Waffe, seine Wache, weggesucht. Er hat gesagt, Allah und Jibril werden mich beschützen. Ich brauche keine Wachen mehr. Also seine Leute, der Prophet Mohammed eigentlich keine Wunder vollbringen. Jesus hatte voll die Skills. Er konnte wundervoll. Er hat die Leute, Leute, sonst kriege ich die Schwerin wie ein normaler Mensch. Auf wen soll ich jetzt antworten? Hier sind jetzt 5.000. Ja, das ist gefährlich. Also ich rede für keine Religion. Babo, was hast du nochmal gesagt? Ich habe gesagt, bevor er gestorben ist, ne? Ein paar Tage hat er seine Wachen. Die Leute, die ihn bewachen, hat er weggeschickt. Der kam raus, geht weg. Ich brauche euch nicht. Gott, Allah und Jibril beschützen mich. Und danach wurde er vergiftet und durch Gift gestorben, ein qualvoller Tod, drei Tage lang. Warum geht es? Wie geht es für den letzten Propheten? Wie kann man so einfach vergiftet werden? durch den Gift getötet nach vier Jahren. Nein, nicht nach vier Jahren. So gibt es nicht nicht nach vier Jahren. Es gibt kein Gift, der nach vier Jahren weg wurde. Es gibt kein Gift, der bleibt schon. Ja, der ist aber nach vier Jahren und außerdem, er sagt selbst, er sagt selbst in einem Hadith Also wer sieben Datteln aus Medina isst, wird nicht krank durch. Mohammed hat gelogen. Man hat verwünscht, wie er ein falscher Prophet ist. Er hat gelogen. Er sagt sieben Datteln essen passiert nicht und trotzdem wurde vergiftet. Wieder locker, wieder locker. Ich habe mal eine Frage, warum konnte der Prophet Warte, warum baue ich den Gift doch auch, dass ihr nicht vergiftet werden könnt? Dann will ich das doch sehen. Das stimmt nicht. Zeig mir der Vers. Ja, Markus. Zeig mir der Vers. Mach auf, zeig auf. Wenn man steht, dass du Markus sagst, weil Mohammed dauert alles vier Jahre lang. Mohammed wurde erst gesagt, Leute, Mohammed wurde nach dem Tod von seinem Vater, vier Jahre nach dem Tod von seinem Vater geboren. Der Gift hatte gegessen, vier Jahre erst danach. Er kommt mir nicht mit unauthentischen Quellen. Nein, nein, nein. Hamza, seine Cousin, war vier Jahre älter als er und sein Vater ist gestorben drei Monate nach dem Hochzeit. Das hat wirklich mal eine ernsthafte Frage. Wie hat er sein Vater gestorben drei Monate nach dem Hochzeit? Der Opa hat am gleichen Tag geheiratet, Mann. Der Opa und der Vater von Mohammed haben am gleichen Tag geheiratet. Ein Kind bekam nach neun Monate, der andere starb nach drei Monaten und bekam ein Kind erst vier Jahre danach. Babo, eure Aussagen erinnern. Ich habe mal eine generelle Frage, bitte. Nur eine Frage. Eure Aussagen erinnert mich an Talmud, wo was über Jesus... Ich wollte mal wirklich nur eine Frage stellen, die ist wirklich wichtig. Warum konnte der Prophet Mohammed keine Wunder vollbringen? Das interessiert mich wirklich mal. wenn er doch der Besonderste und der Letzte Prophet... Es gibt keinen Beweis. Es gibt keinen Beweis, dass er ein Prophet ist. Es gibt gar keinen Beweis, dass er ein Prophet ist. Ich meine, er muss doch der Mächtigste sein. Wunder sind doch... Welche Wunder hat denn David gemacht? David hat Goliath besiegt und er hatte die Salbung bekommen von dem Propheten Samuel. Er hatte starke Kräfte. Er konnte mit zwölf, also mit ein bisschen jünger, ich weiß nicht, ob zwölf oder älter, hat er einen Riesen besiegen können. Er konnte mit seinem jungen Alter einen Löwen besiegen. Er konnte... Er war ein gesegneter Prophet, Maschallah. Er hat Sabur empfangen. Er hat 50 Psalmen geschrieben über Gott. Er hat 50 Psalmen geschrieben über Gott. In Tatschikistan hat ein 7-Jähriger mit einem Bären gekämpft und der hat ihn besiegt. Und jetzt? Ja, okay, aber warte mal noch ganz kurz. Du kannst einen Bären nicht mit einem Löwen erst mal vergleichen. Aber konnte dieser 7-Jährige auch... Warte ganz kurz. Könnte dieser 7-Jährige aus Tschetschenien, vielleicht zufälligerweise, die Zukunft prophezeien? Mit dem Messias, der in Gleichnungen reden wird, der Messias, der Gesalbte, der gekreuzigt wird, der Messias, der Gott genannt wird? Konnte das der 7-Jährige? Das gibt es bestimmt welche, die irgendwelche mit Zukunftssachen und so geredet haben. Wenn man jetzt nach der Bibel... Also rein theoretisch... Nur ganz kurz. Aber das heißt, der 7-Jährige konnte eine Zukunft voraussagen und Jesus nicht? Okay, doch. Jesus hat öfters die Zukunft prophezeit. Ne, ne? Natürlich hat er das. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt mal ganz ehrlich. Warte ganz kurz. Matthäus 24, er redet über die Endzeit. Dieses eine Gleichnis war auch... Das wäre aber nicht Zukunftsvoraussage. Doch, das ist... Aber er wurde noch gefragt, er wurde noch gefragt, wann der Tag ist und so weiter. Und der hat gesagt, ich weiß das nicht. Ja, aber was sagt er davor? Das heißt zum Beispiel jetzt... Ja, aber nur ganz kurz. Nein, nein, ganz kurz. Okay, David wusste die letzte Stunde definitiv. Dann lass uns mal rein. Nein, oder hat der Reikon-Ton-Kunst. Bitte ganz kurz, Mann, Jungs. Ihr stellt eine Frage, dann bleibt auch bei einer Frage und hört auf, immer noch was reinzuwerfen. Ich erzähle dir, warum angeblich Jesus nicht die Stunde wusste. Gucken wir uns mal das Wort an. Griechisches Wort. Oiden. Jesus war 100% Mensch, 100% Gott. Das heißt, in dieser menschlichen Natur, der er hatte, die göttliche hat sich den menschlichen untergeworfen. So glauben wir in der byzantinischen. Also in erster Linie heißt es wohl, hier geht es gerade nicht um wissen, was er nicht weiß, sondern um deklendierendes Wissen. Im Sinne von, weil er die zweite Person an der Hypostase ist, ist er nicht derjenige, der die Stunde offenbart. Genau das sagt er auch in Apostelgeschichte 1, Vers 7. Denn der Vater liegt es in der Vollmacht. Richtig. Diese Stunde jenen Tage zur Offenbarung. Es geht es um deklendierendes Wissen, nicht um Wissen, was er nicht hat. Deklendierendes Wissen, wenn er nicht weiß, was das ist. Okay, und David... Aber noch mal kurz, ganz kurz, ganz kurz. Dieser, also Jesus, du sagst, er hat keine Prophezeiungen erfüllt, äh, getan. Doch Matthäus 25, geht es voll um Prophezeiungen, genauso wie Matthäus 25. Okay, okay. Er sagt sogar, achte darauf, dass keiner euch verführt, denn viele falsche Messias werden auftreten. Er prophezeit auch die ganze Offenbarung. Ich, Jesus, habe meine Engel gesandt. Offenbarung 22. Die ganze Offenbarung zum Prophezeiungen. Okay, also das heißt, Jesus kommt, also Jesus weiß es nicht, sondern nur der Vater. Und wie ist das bei... Nein, er offenbart es nicht. Er offenbart es nicht. Okay, und wie ist das bei David? Wusste das nur der Vater oder wusste es nur David? Oder... Was denn? David hat nichts mit der letzten Stunde zu tun. Ja, aber er hat auch was prophezeit. Natürlich hat er was prophezeit. Ja, und hatte das... Aber Abraham was prophezeit? Warte, aber hat der das von seinen Vater oder wie? Oder hat er von Vater? Was für Vater ist er bei uns? Er erzählt dir gerade was vom Vater. Er hat diese Prophezeiungen von Gott selber bekommen und in erster Linie auch da waren. Wieso? Der Vater sagt doch, David ist mein erstgeborener Sohn. Gott sagt, David ist mein erstgeborener. Soweit ich gelesen habe, ja. Zeig mal, ja. Ein Schlachter, das steht doch da. Der meint es in Psalm 2, Vers 7? Ich meine schon, ja. Ja, schade, dass es sich dort eigentlich um Jesus handelt. Ich sehe, das ist, du bist mein Sohn heute habe ich dich gezeugt. Das ist eine Prophezeiung über Jesus. Das sehen wir auch in Hebräer 1. Dort geht es nämlich um genau das, worum... Warum sagt er dann du? Weil du nicht verstehst, wie die Bibel aufgeschrieben ist. Die ist in der zweiten Person aufgeschrieben. Teilweise. Öfters. Er spielt auch keine Rolle, dann musst du doch nicht du sagen. Doch, er sagt, du bist mein Sohn heute habe ich dich gezeugt. David schreibt den das. David schreibt das. Weil er inspiriert wurde durch den Heiligen Geist. Ja, wer soll das denn sonst aufgeschrieben haben? Wer soll das denn sonst aufgeschrieben haben? Das kann ja nur David gewesen sein. Oder ich glaube, du hast einen Kurzschluss, ja. Nein, aber wer soll... Digga, du sagst, das hat David aufgeschrieben. Ist ja normal, dass es David geschrieben hat. Wer soll das sonst geschrieben haben? Moses oder was? Natürlich David. Das hat David geschrieben. Ihr glaubt doch gar nicht daran, dass die Psalm geschrieben worden sind. Doch, du sagst ja gerade, das hat David geschrieben. Ja, aber ihr im Islam sagt daran, dass das ein extra Buch ist, was Gott herabgesandt hat. Wo steht das? Extra Buch. Das hat mir Liebe zu Hadith gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr selber Aqida habt. Das ist Sabur. Sabur. Und du hast gesagt, Sabur wurde extra geschrieben. Wo steht das? Extra Buch. Extra herabgesandt an David. Und wir gab David Sabur. Und wir gab David Sabur. Also, dann heißt es, das hat David gemacht. Nee, dann hat, wenn Allah ihm das gegeben hat, dann hat, er ist nicht geschrieben, sondern es wurde herabgesandt, was 1-1 gar nicht funktioniert. Gar nicht. Es wurde ihm herabgesandt. Ob David, das habe ich jetzt geschrieben. Warte, du denkst. herabgesandt wird so zu verstehen, also um das zu verstehen, muss man so verstehen, dass das auf ihn die Offenbarung gekommen ist. Offenbarung, ja. Ja, sozusagen. Also, hat Mohammed den Koran selber geschrieben? Was? Also, hat Mohammed selber den Koran geschrieben? Nein, der hat das nicht geschrieben. Jetzt ist das doppelt Moral. Warum? Bruder, ihr glaubt jedes Mal, dass Gott Bücher herabgesandt hat. Offenbarung bedeutet Offenbarung. Er hat ihn das Buch offenbart und er schreibt das. Genau, richtig. Jetzt mal 1 plus 1, wenn ich dir etwas offenbare, ein Schokokeks, habe ich dir diesen Schokokeks, hast du den selber geschrieben? Nein, du hast das Offenbar bekommen. Genau. ich habe ihn dir so gegeben, wie er schon ist. Genauso glaubt ihr auch, dass es bei der Tora so war. Genauso glaubt ihr auch, dass es bei dem Sabur so war. Genauso glaubt ihr auch, dass es beim Imjil war. Und genauso glaubt ihr auch, dass es beim Koran ist war. Nur der große Unterschied ist, was ich bis heute nicht verstehe, alle Schriften sind erschaffen. Was hält eigentlich? Ganz kurz, alle Schriften sind erschaffen, aber der Koran ist unerschaffen. Ist 1 plus 1. Das eine ist erschaffen, das andere nicht. Wo macht das Sinn? Weil er es ihm doch offenbart hat, ihn gegeben hat. Wie der Koran ist erschaffen. Was meinst du mit der Koran ist erschaffen? Der Koran ist unerschaffen. Ihr glaubt daran, dass das Wort, was da drin steht, von Allah subhanahu wa ta'ala selber rezultiert worden ist und somit auch unerschaffen. Wie sind denn die Worte von deinem Gott nicht unerschaffen? Wir glauben immer noch daran, dass es eine Inspiration Gottes ist. Also sind die Worte, die Gott da gesprochen hat, erschaffen? Was ist eine Inspiration? Was? Was ist eine Inspiration? Jungs, helfen mir mal bitte, ich kann kein Deutsch. Inspiration. Inspiration. Genau, genau. Sag mal, was das ist. Eine Inspiration ist eine mentalische Mitteilung, sage ich jetzt mal. Also eine Message. Wenn Gott dich inspiriert, eine Schrift zu schreiben. Ja. Ja. Ja, wieso? Die Schrift, die da jetzt gezeichnet wurde oder geschrieben wurde, wie auch immer, ist erschaffen worden, ja. Aber die Worte nicht. Das, was gesprochen wurde, nicht. Das macht keinen Sinn. Ja gut, wenn das für dich keinen Sinn macht, okay. Ich hätte mal eine Frage an den Debater. Ich hätte mal eine Frage. Warum hat Allah die Menschen so dumm gehalten über so viele Jahrhunderte, weil die erst im siebten Jahrhundert der Koran gekommen ist? Warum hat der Millionen Menschen? Wann wurde da die Bibel verfälscht? Warum? Also die Bibel wurde ja eurer Meinung nach irgendwie verfälscht. Das Problem ist, jahrhundertelang hat Allah die Menschen, Millionen Menschen, also alleine um das Jahr Null, schau mal, schau mal, um das Jahr Null haben auf der Erde über 100 Millionen Menschen gelebt. Allah hat über Jahrhunderte Hunderte von Millionen Menschen für dumm verkauft. Wir sind jetzt gerade beim Frühstück. Alles gut, weiter, ja? Okay, er hat die jahrhundertelang für dumm verkauft. Die Leute mussten an gefälschte Schriften glauben, deiner Meinung nach. Warum hat er den nicht gleichgebracht zum Koran? Okay, Sonnenschein. Warum hat er Jahrhunderte gewartet? Sonnenschein. Bist du ein Christ? Spielt keine Rolle, das ist nur eine allgemeine Frage. Das heißt, wenn ein Gott Menschen, sagen wir mal, tausend Jahre, zweitausend Jahre, viertausend Jahre keine Message gibt, also keine Bücher, wie auch immer, ist das für dich primitiv? Und die Frage ist so, warum kam denn dann Jesus nach viertausend Jahren? Wieso nach viertausend Jahren? Aber wir glauben nicht daran, aber ein Big Diffen haben wir zwischen mir und dir. Wir glauben nicht daran, dass die Tora weder noch das Tanakh verfälscht ist. Also bitte. Ja, okay, okay, tamam, spielt jetzt trotzdem keine Rolle. Ja, doch, es spielt schon eine große Rolle. Nein, warum ist nicht Jesus sofort? Es wurde prophezeit, es wurde prophezeit, dass die Bibel oder dass Jesus in Zukunft oder dass Allah in Zukunft sagen wird oder neue Botschaft bringt. Aber warum? Das haben die Pharisäer auch zu Jesus gesagt. Alles gut. Ich habe damit keine Probleme. Ganz ehrlich, ganz logisch jetzt mal betrachtet, du hast die Bibel und die Bibel wird eurer Meinung nach verfälscht. Und Allah lässt die Menschen jahrhundertelang wie die Idioten rumlaufen und bringt keine Korrektur. Er greift das nicht ein, sondern er kommt irgendwann im siebten Jahrhundert. Irgendwann mal, wenn die Zeit schon mit den hunderte von Jahren um sind, kommt der dann auf einmal und sagt, ey, sorry, ich wollte euch übrigens mitteilen, alle eure Generationen davor, dein Papa, dein Großvater, dein Urgroßvater, Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater hat nur an Müll geglaubt, ist sein ganzes Leben hat an Müll geglaubt und ist dann gestorben. Was ist das, was ergibt daran? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Das ist doch ernsthaft. Hörst du dir auch mal selber zu, was du sagst eigentlich? Nee, das ist eine ganz klare Frage. Ja, aber ich habe gesagt, macht das jetzt die Sache viel besser, dass Jesus 4000 Jahre gewartet hat? Ich will deine Position wissen. Ja, ich will auch deine Position dazu wissen. Das ist nicht, warum lenkst du jetzt ab? Hat gar keinen Sinn. 4000 Jahre, warum lügst du? Du kannst es nicht probierst zu täuschen. Wo steht 4000 Jahre gewartet? Jesus wurde prophezeit und in Erfüllung in alle in ihm. Her aufzulügen zu täuschen hier. aber wie alt ist denn die Erde? Her aufzulügen zu täuschen. Du hast erstmal, du hast das Judentum, du hast die Tora und das wird dann prophezeit, dass der Messias kommt. Aber warum kommt die Bibel nicht vor das Allem kommt der Messias? Dann kommt der Messias alles ist abgeschlossen. Ja, aber jetzt ist abgeschlossen. Und dann sagst du, nachdem das Ganze abgeschlossen ist, unentscheidend. Einmal wird das alles vertellt. Die gleiche Frage könnte ich jetzt die auch stellen. Wieso kam nicht die Bibel vor das Alte Testament? Warum nicht? Warum kommt nicht die Bibel? Ich mach jetzt noch mehr Würze drauf, warum hat das nicht vor die Bibel? nicht die Bibel? Du hast irgendwie eine Erklärung, weil du merkst selbst, dass es total rum ist. Stell dir vor, du läufst rum, du läufst rum und ich spiele Mohammed. Und dann kommt der Mohammed und dann sagt der Mohammed, guck mal, dein Leben war sinnlos, aber das Leben aller deiner Vorfahren seit Jahrhunderten haben die ihr ganzes Leben lang sinnlos an falsche Sachen geglaubt. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Sonnenschein, guck mal, die Erde ist ja 6000 Jahre alt, laut Bibel. Die Erde ist 6000 Jahre alt. Lüg nicht. Wie viel denn? Lüg nicht. Okay, wie viel? Laut der Bibel steht nicht geschrieben, wie alt die Erde ist, sondern wann der Sündenfall von Adam passiert ist und wo er auf die Erde geschickt wurde. Ab da. Aber sag nicht, dass da in der Bibel 6000 Jahre geschrieben steht. Okay, okay. Also dann haben mich die Christen angelungen. Okay, gut. Das ist kein Problem. Die kennen sich nicht aus. Ja, dann fangen wir wieder locker an. Wenn die Erde 6000 Jahre alt ist, man tut höchstens eine Rechnung stellen von Adam bis Ende wohin. Das ist auch nur Theorie. Okay, das ist nie hundertprozentig betreffend. Und die Erde, die Erde, Materie und das alles, da steht nicht in der Bibel, wie alt das ist. Wie siehst du? Es ist nicht gleich, wie du kommst aus dem Hebeka-Blad 3. Man tut so und so rechnen. Okay, gut. Gut, das haben die Christen mir so gesagt, dass die Erde 6000 Jahre alt ist. Welche Christen hat sie das gesagt? Viele, Freikirchler. Viele Freikirchler, sicher. Freikirchler, ja, genau. Ja, sicher. Die schämen sich auch gar nicht dafür. Weißt du, wie ich meine? Übrigens Klaus es gibt Menschen die Rechnungsstellen von Adam bis Jesus, von Jesus bis jetzt. Juden haben auch die Rechnung. Dass die Erde niemals über 10.000 Jahre alt sein kann oder über 100.000 oder eine Million. Das hat er selber dazu gegeben. Das streitet jetzt nicht ab, dass die Erde nicht eine Million oder was auch immer. Ich sage nur, das in der Bibel wie auf die Erde ist. Du kannst höchstens eine Rechnung machen, so wie du sagst, Rebekka war drei und dann machst du da jede eine Rechnung. Gut, dass du das zugibst. Danke. Aber gut. Ja, aber du machst jede eine Rechnung. Aber das ist nicht so. Ich sage, es ist nicht so. Weil du bist ein Glühler und Täuscher. Okay, gut. Okay, gut. Dann ist Jesus dann noch länger als 4.000 Jahre zurückgekommen. Noch länger. Wenn das nicht 6.000 Jahre alt war, dann ist das noch später. Dann müssen wir 6.000 plus rechnen. 4.000 plus rechnen. Das ist mal eine ganz andere Frage. Pass auf, dein Freund oder dein muslimischer Bruder hier, der hat ja gesagt, dass irgendeiner von den christlichen Brüdern ein Gebrot gebrochen hätte. Das zweite oder dann wird neunte, weiß ich nicht. Dein Prophet, der Mohammed, ja, der hat alle zehn Gebote gebrochen. Alle zehn. Achso, Gebote, ja, okay. Ich habe einen Schlag an euch, an euch allen. Ich bin ein Christ, ein sehr gläubiger. Entschuldige, dass ich euch unterbreche, aber ich höre euch schon lange zu oder mehrere Sachen, wenn ich immer höre, euer Gott, dein Gott, mein Gott. ich bin ein gläubiger Christ und mein Gott ist auch euer Gott. Jetzt würde ich ja an den muslimischen Freunden eine Frage stellen, eine ganz einfache Frage. Pass auf, es gibt so viele Glauben auf dieser Welt, so viele. Jetzt kommt ein Buddhist, ein Buddhist, der, wo sein Leben lang, sein Leben lang gut war gegenüber anderen Menschen, hat seine Frau nie betrogen, hat immer Gutes gemacht, haben Leute geholfen und hat nur Gutes in sein Leben gemacht. Wenn er stirbt, ich frage euch Puslimen jetzt, kommt er in den Himmel oder in die Hölle? Wenn er nicht an Allah, uns an den Gesandten glaubt, dann kommt er in die Hölle. Siehst du, und das ist ein gerechter Gott? Der steht bei euch im Koran, nicht bei uns Christen. Was steht im Koran? Der Jesus Christus hat uns gelehrt, gut zu anderen Mitmenschen zu sein. Egal was den Glauben der hat. Also, die Christen kommen auch Muslime im Paradies? Ja, Muslime kommen auch im Paradies. Warum sollen die nicht im Paradies kommen, wenn sie gut waren? In was gibt das Recht, an anderen Menschen das Leben zu nehmen? Entschuldigung, entschuldige mal, entschuldige mal, da muss ich ein bisschen einhaken, wenn wir Johannes 3, allein nur Johannes 3 schon lesen, kann das nicht so funktionieren, mein Lieber. Schau mal her, er sagt, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist getauft ist, geboren hat, kann nicht in das Himmelreich, fertig. Nur dieser Kapitel reicht schon, das stimmt. Und dann sagt er mir, was ist denn Gott? Wenn er ihn aber annahm, den gab er Anrechte, Kinder Gottes, was ist denn aber von Gott? Aber Widerlok hat das auch mal gesagt. Mein Lieber, Gott hat Regeln, Gott hat Vorschriften und Gott hat sich präsentiert, Gott hat sich erniedrigt. Aber Widerlok hat das auch gesagt. Was habe ich gesagt? Gott hat sich erniedrigt, hat sich für uns geopfert und dann sollen Leute glauben und dann seine Satzungen und dann sagen, ja, wenn du ein guter Mensch warst, wenn du ein guter Mensch bist, dann kommst du auch in den Paradies. Das habe ich nicht gesagt, du bist schon ein Lügner. Das habe ich nicht gesagt. Doch, das hast du gesagt. Ja, komm herauf. Warum lügen Sie? Also was ich sage, was ich sage, ist, was in der Bibel steht, dass jeder Mensch, den Jesus nicht annimmt, also die, die Jesus, von Jesus gehört haben, sie haben keine Chance. Die, die nie von Jesus gehört haben, steht in der Bibel, sie werden nach seiner Taten gerichtet werden. Ich kann mich gut erinnern, weil du gesagt hast, das steht in der Bibel. wieder locker, ich kann mich gut erinnern. Ich habe dich gefragt, Gott liebt ja die Menschen und so und da hast du gesagt, ja Gott liebt alle Menschen. Da habe ich gesagt, okay und wenn dieser Mensch ein guter Mensch war, der hat Christen geholfen und der hat auch Blut gespendet für die Christen und so und war ein guter Mensch. Würde er eher ins Paradies kommen? Da hast du gesagt, ja, weil der für die Menschen der kommt nicht. Keine Chance. Du bist ja ein Lügner. Enttäuscht wie dein Prophet. Wir wissen alle, wir wissen alle, wir haben bis vorhin aus dem 4. Gehlecht. Ich lese, ich lese vorliebe Leute. Johannes 3, Johannes 3, zuhören bitte. Ich werde es abkürzen, ich werde nicht den ganzen Kapitel lesen. Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann Gott es nicht sehen. Nicodemus entgegnete ihm, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete ihm, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Amen. Das war's. Also ohne Taufe kann er nicht ins Paradies kommen? Keine Chance. Boah, aber dann weißt du gar nicht, was die Freikircher sind. Keine Chance. Verstehst du es falsch? Meine Meinung, verstehst du es falsch? Also Leute, die Mutter von Mohammed ist in die Hölle. Also die Mutter von Mohammed und der Prophet ist in die Hölle. Wie sollen dann andere Leute in den Himmel gehen? Genau, der Bruder hat gefragt, was passiert mit diesen Menschen, die vor Islam gestorben sind, hat jemand hier gefragt. Genau. Die Götzendienste... Pass auf. Die Götzendienste... Wollt ihr, dass ich antworte? Ich soll ich antworten. Wollt ihr hören? Wollt ihr nicht? Und die Menschen, die keinen Götzendienst genommen haben, wird Allah dann halt auf seine Art und Weise richten. Okay, dann heißt es ja für euch, dann heißt es ja für euch, dass alle Menschen, die vor Jahrhunderte, wo an, nicht einmal vor unserer Religion Christentum oder Moslem, Islamische, Moslem, da sind, die wo an Stein oder was weiß ich geglaubt haben, so wie die Barbaren, alle in der Hölle sind. Nein, es gab es doch auch Menschen, die haben nicht an sowas geglaubt. Nein, meine ich ja. Sag mal so, sind alle in der Höhle jetzt. Die sowas geglaubt haben? So sagt es die Bibel, lieber Gennaro, ob du es überwachen willst oder nicht. Unser Gott, unser lieber Gott. Nein, im Koran steht, im Koran steht, so, dass alle Menschen wurden von einem Propheten gewarnt und die Menschen, die keinen Propheten erlebt haben, also gar keine Botschaft haben, bekommen haben, wird Allah auf seine Art und Weise dann halt richten. und es kann, also wie sagen, dass dieser Mensch eventuell auch ins Paradies kommen kann. Wir können ja nicht hell sehen. Oder weißt du, was Gott alles macht? Oder weißt du, was Gott alles macht? Ich finde es immer, ich finde es immer sehr, sehr, wie gesagt, aber wieso, laut Bibel sind doch auch alle Menschen bis Jesus kam, in die Hölle gegangen, oder nicht? Nein, 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 Jesus ist in den schicken drei Tage und hat das Evangelium dort verkündigt und jeder, der wohnt, den angenommen hat. Wo war das? In den Schuhen, in das Totenreich. Und wer hat da gelebt? Wer war der Herrscher da? Wegen dieser Schlüssel? Die ganzen Toten, die ganzen Toten vor Jesus sind im Schuhen. Und Jesus, ja, und wer hat da geherrscht? Die sind im Totenreich, verstehst du das nicht? Ja, ich weiß, und wer hat da geherrscht? Das will ich gerne wissen. Er hat den Schlüssel zum Toten und zum Totenreich. Du verstehst es immer noch nicht. Wer hat da geherrscht? Gott herrscht. Ja, von wem hat er den Schlüssel genommen? Gott, er selber, er ist selber Gott. Verstehst du das nicht? Ja, aber von wem hat er den Schlüssel genommen? Ich möchte gerne wissen, ja, aber ich möchte gerne wissen, von wem hat er den Schlüssel genommen? Wer hat diesen Schlüssel? Er, er selber hat das. Oder verstehst du überhaupt? ja, 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 warte mal, ganz kurz zu heißen. Aram, Aram, bitte nicht mit mir. Nein, ganz kurz, nein, ein Wisk. Das, was du da machst, Bruder, du brauchst paradoxen und aus, zu keinem machen. Wenn ich weiß, was Symbolik ist, Bruder, dann würde ich mir langsam Sorgen machen. Doch, ich weiß, was Symbolik bedeutet. Ja, okay, was bedeutet Symbolik? Symbolik heißt, es ist eine Art Symbol, sozusagen. Was bedeutet das? Also, er ist der Schlüssel selber, verstehst du das nicht? Er, Jesus ist der Schlüssel für das Ganze. Woll, so, jetzt, hol mal deine Bibel und lies mal vor. Willst du ein bisschen was verstehen? Ja, oder nein? Ja, ich möchte das verstehen. Ich will gerne wissen, von wie nach dem Alter. verstehe ich an erlaubert. Und wen hat er den Schlüssel genommen? Bruder, es ist symbolisch gemeint, oder er hat den Tod, den Tod bekämpft, er hat gegen den Tod gewonnen, er ist auch verstanden und jeder, der an ihn glaubt, er sagt selber, wenn du an mich glaubst, du wirst niemals sterben, kriegen wir jetzt einen Schlüssel in die Hand gedrückt, nein, kriegen wir nicht. Ich glaube, eine Frage, hat er den Schlüssel der Teufel? Nein, sowas gibt es nicht, Bruder, symbolisch, symbolisch, Habibi, symbolisch. Ach, alles gut. Alles gut. Weißt du nicht, weißt du nicht, was symbolisch damit gemeint ist, oder eine Metapher? Doch, ich weiß nicht, Jesus sagt auch, ich bin auch die Tür, ich weiß wohl, ich weiß wohl, ja, also, fertig. Ja, ich weiß, was das bedeutet, aber ich kann mich gut erinnern, dass da steht, dass Jesus den Schlüssel vom Satan genommen hat. Sag mir mal den Vers. Zu der Vorstellung, du dich interessiert, da stellst du mir vor, paradies mit dem riesigen Penis, mit der riesige Palme Penis, und dann gibst du dir ein Umarm und deine beste Kollege, stell dir vor, alle wie so riesige Palme Penis, ey, ey, umarmisch nicht so, weißt du, was hat er denn noch ganz kurz nirgendwo steht, dass er den Schlüssel von Satan genommen hat. Das ist gar nicht lustig. Er steht geschrieben, er hat den Tod die Macht genommen, den Tod, hat er in die Macht genommen, nicht den Satan hat er den Schlüssel genommen. Leutrim, wie tust dein bester Freund umarm in Paradies, von hinten oder vor vorne, mit so riesige Palmen Penis. Ne? Von hinten oder vor vorne, Leutrim. Warum darfst du nicht? Ich begrüße dich, weil ich die Wajid, die Hände an hier hinten bringe. Begrüßen wir, begrüßen wir unseren lieben Bruder, begrüßen wir unseren lieben Bruder, begrüßen wir unseren lieben Bruder, ich bin ein bisschen. Shalom, Shalom, Ich habe eine neue Wunde im Koran entdeckt. Oh nein. Ahla wa sahla. Es wird viermal Prophet Mohammed im Koran genannt. Und viermal Al-Khansir genannt. Ist das nicht so? Ja. Ist das ein Wunder im Koran? Ja, hast du gesagt, dass es ein Wunder ist? Nein, ich bin nur ein Trink. Das Einzige, was ich jetzt von Leutrim wissen will, ich wäre wie Leutrim, sein bester Freund, umarmer Willis Paradies mit der riesigen Palmen Penis. Ich liebe dieses Buch, Alter. Dieses Buch ist so heftig, Digga. Ey, Goodie. Ja. Aber wie gekauft ihr dieses Buch? Oder ich brauche keine Bücher. Was hast du für Geräusche? Bei Rissipater kommt das. Erst für die Chips. Goodie, kauf dir das, Habibi. Wallah, das ist ein Chips. Hast du das Gitarm auch... Hast du das Arabisch geholt? Ja, ich habe mir das Arabisch geholt. Ich muss neu Arabisch lernen, Bruder. Alles gut. Deswegen, ich muss wieder ein bisschen ins Arabische reinkommen, Bruder. Ich verlerne es nicht. Ein Prophet, der nicht mal... Aber ich weiß nicht, wie jemand in einem glauben kann, ohne Beweise, dass der Typ überhaupt ein Prophet ist. Das kann ich nicht verstehen. Einfach so. Ja. Es gibt gar keine Beweise. Wenn man sagt... Ja, der Beweis ist, der könnte man an alles glauben. An jeder andere Buch glaubt. Ja, Babu, Babu, wenn man sagt, zum Beispiel, Koran ist der Beweis, dass Mohammed ein Prophet ist, dann kann ich auch genau so ein Buch schreiben, und sagen, ey, hier ist der Beweis, mein Buch ist der Beweis, ich bin ein Prophet. Du bist seit Betrug, ne? Ja, Betrug hat Musik gemacht, und der konnte nicht mehr hören, ich könnte auch sagen, diesen Prophet, ne? Du kannst auch ein, theoretisch auch ein Christ sein, oder? Wer? Du. Jesus ist Gott, Christi weiter. Bist du Christ geworden? Jesus ist Gott, ob du willst, oder nicht? Also bist du Christ geworden, oder? Ich sage dir, Jesus ist Gott, ob du willst, oder nicht? Also, das heißt, du voran selber bestätigt, dass er Gott ist. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt. Gut, ich denke, warte mal ganz kurz, bitte, warte mal bitte, ganz kurz, bitte, mit Respekt, okay? Das, was ich vorhin geschrieben habe, ja, dein Lachen war wirklich nicht so schön, und es auch nicht schön, was ich geschrieben habe, ich entschuldige mich, okay? Das ist kein Problem, ich habe auch was Schlimmes gesagt, alles, es tut mir leid. Aber geh nicht auf Familie, geh nicht auf Familie, dann werden wir immer, dann doch, mir dann wirst du nicht mehr los, alles gut ein angeblicher prophet ja die verbindung durch den engel gott hat dass gott seine mutter und seinen vater verzeiht dass die ins paradies kommen und er sagt nein die kommen in die hölle wie kommt so an und glauben wenn er nicht mal schafft ein platz ins paradies für den eltern zu klären so sagte auch noch im koran ja ich weiß nicht was mit mir und was mit euch geschieht wie kannst du noch an sie glauben dankeschön für die rose das das beweist mir dass dieser mann nicht von seinen eigenen gelüsten redet sondern sondern nur wie allah dafür herbei hatten die auf seinen eigenen gelüsten geredet alles gesteht nur durch den willen von allah und nicht dass man von anderen propheten zum beispiel muss es noch haben die menschen von ihm wunder verlangt damit er bestätigt dass er zu gott gebetet ja und das war auch ein mensch oder er zu gott gebetet und gott hat ihnen diese wunder angegeben damit er die menschen zeigt um zu bestätigen dass ein gesandter von gott ist richtig genau weil das die jugend verlangten ja aber als sie von moment verlangt haben hatte immer gesagt ich bin nur ein mensch was haben die für mohammed die haben die haben von ihnen auch wunderschönen verlangt er konnte das nicht steht auch im koran steht auch steht auch im koran ist er hat gesagt ich bin nur ein mensch ein gesandter ok muss es auch ein mensch ein gesandter mit wunderschönen steht keine wunder warte darf ich schüttel freunde also dann haben wir nur gefragt wir haben gesagt dass seine gott uns töten die erde auf uns klappen alles machen wir den himmel loslassen wir haben das haben in den koran und das was das abgarten zeigen ist dass eure vorfahren nicht daran geglaubt haben also der sich so aufgerät in dem koran noch mal etwas als die ihm gesagt haben zeig uns deine wunder lasst uns dann quäle und macht einen katastrophen las den himmel auf uns zu zahlen weiß und freiner dann hat er mit einer fersen mit buch jetzt steht wo er meine eine annäher mit nun sie der jeter in der entkette bewährte bestehst du das was uns davon abgehalten euch die wunder zu zeigen ist dass eure vorfahren nicht geglaubt habe und da ist sowieso geleugnet haben versteht in dem sinne in dem sinne ich glaube ich glaube ich habe also schicke ich keine wunder das ist eine ausrede ist es stimmt sogar weil wir aber das ist ein ausrede jede könnte es diese ausrede benutzen und dann sagen ob ich habe mit anlage ich habe das noch auf so jesus gesagt eine offensichtliche ausgabe jesus hat auch wunder gemacht und was haben die fahre sehr gesagt ja ich meine mohamed hat 13 jahre gepredigt und dann nur 60 70 leute sind ihm gefolgt also sind fünf leute im jahr das bedeutet auch dass er keine wunder hatte und als er gestorben ist alle muslime haben den islam verlassen den ganzen arabischen halbinselbruder hat den islam verlassen abu bakr musste sie alle bekämpfen das weißt du kennst du die kriege von ritter und es gab keine moscheen mehr nur noch vier muschee haben den islam gerufen in mecca und medina da wo die armee war alle haben du kennst doch die geschichte von abu bakr der hat seine armee alle die ganze arabische warum hat er sie bekämpft die waren doch alle muslime wenn die in die land haben weil die gesagt haben so weil jetzt der prophet gestorben ist gibt es keine sadaqa mehr und solche sachen nein aber die haben auch nicht mehr gebetet und alles aber die haben jedoch genau die wollten abtrünnig werden ja 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 aber ich meine wenn sie die die wunde gesehen haben wird die haben mit moment gelebt haben gesehen verstehst du und der dem trotzdem nicht geglaubt oder haben nur glaubt so lange lebendisch war und die armee hatte verstehst du das kann doch nicht wahr sein wenn sie wirklich haben wir gesehen hätten dann wären sie immer noch muslime geblieben dann musste aber quasi nicht bekämpfen richtig schau im umkehrschluss bei jesus also was ich gerade gar nicht also das heißt diese menschen dürfen nicht haben die kommen das heißt wir haben jetzt ein moslem wirst du niemals mehr sündigen oder wie nein die haben mit ihm gelebt und die haben die wunde genau verstehst du die haben mit ihm gelebt die müssen schon besser gesagt der hat keine wunder gemacht oder wie oder warum haben sie okay die hat denn die wunde gezeigt und dass die hülle wirklich ist und dass den himmel kommt und er hat den anderen haben die aber gesagt dass der prophet keine hatte haben die gesagt nur als er das schwer haben die gesagt haben die gesagt der prophet mohammed war kein prophet oder was haben die gesagt ja die haben gesagt zum beispiel in den koran können wir lesen was sie ihm gesagt haben ein arrogante lügner der verrückte wer hat das denn gesagt diese leute der koran sagt also die koran erzählt uns ja du musst hier bitte bleibt korrekt diese leute haben nur gesagt so dass der prophet nicht mehr lebt aber ich erzähle dir dass die ganze zeit die mich geglaubt haben auch vorher mit seinem koran und alle sagen wir haben gesagt in dem er die lakest du mischt da irgendwas was nicht reinpasst gerade nein ich glaube du verstehst mich nicht habt ihr mich verstanden vorhin oder nicht du sagst gerade weil jetzt dass die leute die mit ihm gelebt haben müssen genau sich am sichersten sein oder er noch nicht was ich verstehe nicht okay sie haben mit ihm gelebt ja der menschen gesagt achtung ihr muss meine religion folgen wenn ihr meine religion nicht in die hölle und die haben die wunde gesehen die augen gesagt es gibt 72 gruppen und als er gestorben ist haben die alle den islam verlassen alle ausnahmsweise die ganze arabische halbinsel die ganze arabische halbinsel ist da verlassen die ganze arabische halbinsel was verstehst du darunter nicht wer sagt also die ganze arabische halbinsel war schon alle muslime oder was die hat ja alle juden und muss aber also muss aber ein muslim muss er immer meister muslim auf deutsch mit dem typ der behauptet hat dass er ein prophet ist genau ja und dann hat er eine prophetin geheiratet war der muslim nein der mensch muss den daten sein eigen ist schon der eine bessere nein den besseren koran haben wir es so der hatte sieb zu sagen eine gruppe 70.000 männer armee 70.000 männer hinter ihm an den geglaubt haben und das ist jetzt für dich viel eine frau und er hat eine eine andere prophet eine frau die sagte dass die prophetin sie hat sie geheiratet und haben ihre beide armee zusammengetan ich weiß nicht ob du die geschichte kennst du denn ich natürlich kenne ich die geschichte und die haben alle verloren ja und jetzt aber ja nicht wegen der religion sondern schwer das ist normal wie sollen die sonst verloren haben mit schokolade oder wie soll man sonst ja aber aber wir werden uns jetzt wieder entfernen guck mal diese leute haben mit moment gelebt die müssen die müssten sich sicher sein dass man mit mohamed gelebt das will ich wissen weil du sagst die leute will bekämpft und hat die ganzen dürfen die ganze zeit hatte krieg geführt die ganze leute haben ihn gesehen und alle haben den islam verlassen verstehe ich nicht du weißt du weißt ja was fitna bedeutet oder du verstehst nein du willst nicht wahrhaben dass die muslime waren nur solange er den schwert hatte und dass sie noch gelebt hat das wirst du nicht wahrhaben warum wirfst du mir irgendwelche wörter in den mund das mag ich nicht weil sie haben ihm nicht geglaubt er musste sie mit dem schwert überzeugen und als er gestorben ist haben die alle den islam verlassen was bedeutet das dass sie nicht geglaubt haben dass es keine religion gibt dass sie kein ingewirkt hat wo sollen dann die wunde kommen wenn er wunde hat wenn wenn die leute glauben weil sie wunde gesehen haben und weil sie hundertprozentig sicher sind dass er der prophet allah ist ist es unmöglich dass sie den islam verlassen ich frage dich jetzt möchte jesus hat das und das erzählt und wenn da habe ich wenig einung wurde über den christentum da habe ich wirklich wenig jesus hat das und das erzählt und jetzt verdreht das einer war und was was hatte wohl jesus mit diesem mann gemacht ganz kurz ganz kurz pass auf ich gebe dir die antwort schau her beim jesus seine ganzen gefolgsleute sind für ihn gestorben weil er wahrhaftig war sie haben nicht verleugnet auf sich hat sind sie für ihn für die wahrheit gestorben mein lieber freund und jesus hat nichts mit irgendjemandem getan getötet oder so aber am tag der auferstehung wird er jeden richten nach seinen taten und glauben das was uns mitgegeben hat keiner von seinen anhängern hat ihn verleugnet keiner sterben sehr viele christliche macht ist er jetzt besser oder wie du du hast ja die möglichkeit du hast ja die möglichkeit an ihm zu glauben das heißt wenn einer jetzt ein tötet ist schlimm aber wenn einer jetzt nach einer woche ihn tötet das nicht so schlimm oder wie jetzt wie soll ich das jetzt verstehen was redest du da für ein schmarrn das ist deine ausrede gewesen gerade für einen quatsch du sagst ja also ganz ehrlich mal da ist mal auf also du hast du hast war so eine sagen die mal ein bisschen so erwachsenere stimme aber ich glaube du bist ein kind ein kind warum bin ich ja warum bin ich ja weil du so text wie ein kind ich denke wie ein kind okay das haben mir auch die zeugen jehovas gesagt kein problem alles gut der war gut ne josef welche landsmann bist du nicht ich bin deutsch ich bin deutsch na gut wie gut ich mach mal deine ohren zu und die hören welche landsmann ist ja sagen wir sind kosovo oder albaner eins von beiden wo weißt du das haben was mich spielen naja ist gleich in albanen es ist deutsch hallo ich bin deutsch sagte mir vielleicht hat er das ist ja auch irrelevant das ist irrelevanz ich glaube oder ich wollte dich kurz versparen eigentlich ja ich will kurz was fragen dann geh ich raus rüsse weiter sehr ehrlich was du mit faker kommt bei hand die uns oder schade ausgesprochen sehr ehrlich werden mal wo man warst du das nicht ich habe doch mal gesagt weil kumat ist aber nicht wirklich der der schade ausgesprochen hat er könnte das sehr gut aussprechen das ist auch kein problem wurde einer der so gerade überzeugt worden ist und dann schade ausspricht kann das nicht so gut aussprechen dann ernst schade auf mohammed weiß werde lüge über mohammed sagt ich in der höhle feuer schwer auf mohammed dass du das nicht warst du weißt ja sowieso eigentlich dass du kein christ bist aber ihr versteht das nicht was gerade wieder locker macht er er zwingt mich zu einer tat die eigentlich laut bibel verboten ist oder schwer auf mohammed das wieder locker du zwingst mich du bist du bist aber es ist natürlich eine große sünde wenn du falsches zeugnis über den Allah ablege über den mohammed ablegst also das heißt wenn du bei hirn solltest und ich habe lange sein sollte dann haben habe ich bezweifelt dass du das auf dem profilbild ist weil ich habe ehrlich das gefühl du hast keine ahnung von deiner bibel wie gesagt im islam ist es ein wenn man lügen tut und bei allah oder bei mohammed schwört dann ist man ein kaffee wenn man lügen tut dann ist man ein kaffee wo steht das bei wem ist es aber so doppelt so laut liebe leute ich gehe schlafen vielen dank danke dir gott segne euch alle risk die beta kommt zu jesus rette deine seele wirklich ich meine das ernst du lesen sowohl im koran auch in der in der bibel und dann wirst du mehr begreifen denn das hilft wirklich du musst du musst auch nicht zum christentum kommen aber lies und bilde dich es ist nicht verwerflich etwas anderes zu lesen und etwas zu begreifen einfach lasst dein herz freien lauf lasst deine folge mein kipp was ich dir gegeben habe ich habe dir heute einen kipp gegeben machen sollst mach mal bitte ja ok als gute nacht leute gott segne euch genauso in chat gottes sehen gute nacht vielen dank schwer auf mohammed leotrim dass du das nicht warst schwer auf mohammed leotrim so peinlich wieder lokal wieder lassen wir wissen wir wissen die wahrheit wir wissen die wahrheit alles gut alles gut wieder locker du frei kichler schwer auf mohammed ist dass du das nicht was wir haben wieder aufnahme das reicht und wir haben das reicht ja locker und warum ist eigentlich aus dem katholismus rausgegangen schwer auf mohammed dass du das nicht war warum täuscht ich das so gerne lehrt warum machst du das sache blamage was du machst blamage ist das was du machst schwer auf schwer auf mohammed dass du das nicht warst wieder der hat gutes geld gekriegt ich glaube ich mache das auch ja ich war noch nie bei denen drinne wie viel hast du bekommen mehr zu zählen kannst leotrim kannst du mir einen löwen schenken ich schenke ich schenke ich schenke gar nichts komm nein schenke nichts ich zeige dir auch schenke du mir einen löwen ich habe nichts ich kann auch gar nichts schenke ich weiss noch wo du gesagt hast damit eine geschäfte aber wie viel hast du für dich hatte was viel hast du bekommen damit sagt doch gerade ich habe ich habe ich habe so viel bekommen so viel kannst du nicht zählen ja aber wie viel hast du bekommen damit du bist wie viel kannst du dann zählen du kannst doch alle auf du kannst du dir schenke ich kommst dir oh manometer ach manny ach manny ach manny 2 dein Quick Anhörer werden Sie plagern den Herr und das ist gibst vor alle leute und ich entschuldige das soll passieren jetzt bevor bevor wir die aufnahme veröffentlichen macht doch warum hast du es nicht ich habe nicht wenn jerry nicht werde das mache ich will sehen markier mich mal mohammed war peinlich wieder lokalig mohammed muss nicht erwartet und die nehme das zurück dann aber du bist heute nicht schwer auf mohammed dass du das nicht wahr und nehme es zurück wie entschuldige mich bei dir jetzt sofort schon auf gott schwer auf mohammed ist das nicht so gut ich darf nicht schwere dann glaube ich die aber ich darf nicht schwere aber du darfst schwere bei mohammed das sind du bei gott schwörst dann kommst du siehst du jeder sieht hier 92 leute und jeder checkt was denn jeder steht es schwer doch bei gott schwör doch mal warum schwörst du nicht der luke hast du angst die aufnahme jerry ja das war mein stream meine ja er weiß ich bin zu dir gekommen du warst schon mal auf genau genau ich war nicht aber ich habe auch geschworen ja genau da war schon gucken ja genau ja du war schon gucken genau schickst du mir bitte die ist gut ist gut dann spiel doch mal die aufnahme also jerry mach mal nein ist alles gut also ist so peinlich ne bei gott ist halt so peinlich für bei gott für dich wäre peinlich ich habe ja vorhin gezeigt was hat ryan dich gefragt aus welchem land kommst du deutsch und wie war das leo dream und du hast nicht immer gemerkt ich war das doch gar nicht ich bin noch albaner ja 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 welcher land kommst du deutsch und am schluss spricht kanzler ist doch kein verbrechen ist kein verbrechen deutsch zu sein aber ich bin ja keiner deswegen bin albaner ja da musste man ja schon sagen wenn er schon christ war und dann aber erst mal überlegen weißt du was sage ich jetzt deutsch ja naja der hat immerhin schon sagen über über das ist aber der hat trotzdem ahnung oder ich finde er hat ein bisschen ahnung über den islam ich habe noch nicht lange mit ihm gesprochen aber trotzdem ein bisschen das was er weiß hatte von mir und jerry gelernt bruder auf youtube ich kann alle aufnahme zeigen er hat seine hosen gefangen zu kürzen wir haben mit risk schon fast wie lange eine halbe jahre zwei jahre ich weiß noch sagte ihr habt recht die hause gekürzt ich habe dich lieb ich finde es schade dass das gewisse sache so passiert und so aber trotzdem heute waren wir mit bboy unbedingt mit uns wieder live sein dann ist wieder live gegangen ich bin bitte das ist eigentlich peinlich oder dein bester freund und du machst dich über ihn lustig jerry jerry geschickt mir die aufnahme ich werde das auf tik tok und auf youtube veröffentlicht und mit fragezeichen wer ist das alle werdet schreiben das ist leo dream das ist leo dream das ist leo dream und ernein bin ich nicht schwere auf mohammed was meinst du peinlich wegen bboy meinst du wieso was mit bboy das war dein bester freund und du machst dich über ihn lustig das ist schon richtig respektlos ehrenlos was machen die lustig ja du lachst die ganze zeit über ihn so das macht man nicht eigentlich und mein problem meine sagt das ist peinlich alter das ist ehrenlos willst du jetzt thema wechseln ich will nicht immer wechseln ich will nur einfach sagen ihr habt definitiv nicht den heiligen geist das sage ich dir sofort du hast du hast nicht mal den atheistischen geist du hast keine ahnung was für einen geist hast du ne resa hat dich voll blamiert alter das war voll peinlich er stellt resa eine frage oh mein gott was für eine frage du ihn gestellt hast aber sag mir sag mir sag mir was hat dich vom islam überzeugt was sind die was ist hier das was dich überzeugt hat ich bin als moslem geboren und ja trotzdem irgendwann müsstest du dich doch entscheiden ob du das gegen leibst oder nicht was hat dich davon überzeugt ich bin als moslem ich bin als moslem nehmen wir an er sagt die wahrheit ich kann ihn nicht jetzt sagen er lügt ich habe keine beweise er lügt ich muss damit also umgehen ich bin ich bin als moslem geboren und mein vater oder sagen wir mal meine ganze familie haben mich dann halt über solche sachen alles aufgeklärt und ich habe dann den koran gelesen hadith gelesen ich bin dann zur moschee gegangen habe alles das da gelernt mein schicht kann perfekt arabisch und sehr sehr gut deutsch und der hat mir das an alles beigebracht ne und ich bin definitiv überzeugt von meinem glauben ich habe die bibel gelesen habe ab zweiter kolosser aufgehört weil es wurde dann für mich irgendwie viel zu kompliziert und ja ne das ist alles so komisch okay okay aber warum bist du jetzt davon ausgegangen dass entweder der islam oder oder das christentum die wahrheit sein muss ich meine du kannst dich ja nicht unbedingt du musst dich nicht unbedingt für den christentum also zum beispiel ich ich habe keine andere religion aber ich habe den islam verlassen weil ich dachte das wäre das mindeste was ich machen kann nachdem ich alles herausfand und alles wirklich gelernt habe ich meine ich meine ja es kann ja auch das ist eine entscheidung nicht meine ich meine keine hat guck mal keiner hat beweise dass das seine religion die wahrheit ist sonst gäbe es nur eine religion wenn es ja auch eine religion nein ich meine wenn jetzt eine eine religion die 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 ganze beweise hat das bleibt ja bleibt ja auch glaube ich nicht wissen das ist eine glaube weil es gibt keine beweise und wenn es beweise gibt dann heißt es wissen also ich meine wenn es jetzt zum beispiel wenn sie zum beispiel die hindus 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 muss der die der die ganze beweise hat dass es so hundert prozent die wahre religion ist dann wäre die ganze wand doch die ganze welt doch hindus verstehst du und weil es keine beweise gibt gibt es verschiedene 4600 religionen aber was er war was wovon ich ganz sicher bin ist dass der islam keine religion von kann nicht von einem gott kommen das ist ja das ist deine perspektive wenigstens das ist deine perspektive das ist nein wenn wir jetzt über sklaverei reden über kindes missbrauchen wir so Sachen das nicht meine meine sich das ist von alle ich habe ich habe ich habe ich habe in marokko ich bin in marokko groß geworden und ich bin mit sklaven groß geworden ich habe das erlebt was du ja vielleicht nicht erlebt hast stehst du deswegen finde ich die grausamkeit vielleicht viel besser und ich habe ja auch die texte viel besser studiert verstehst du ich kann die gesetze viel besser das heißt wenn man einen sklaven hat dann ist das nicht gut oder was natürlich ist das gut dass du eine frau zu hause hast denn du jederzeit verkaufen kannst die erst aufstehen müssen bevor du aufstehst um dir frühstück zu machen die du nachts zu dir holen kannst wenn du willst um sie zu missbrauchen die nachts schlafen muss oder nicht schlafen muss weil du willst dass sie für dich tanzt was heißt denn für was heißt für dich missbrauchen ja mit ihnen schlafen ohne ihre erlaubnis ohne ihre erlaubnis ja natürlich sklaven erfragst du nicht das ist dein eigentum du kannst sie sogar verkaufen an einen anderen du kannst sie in den markt stellen scheine darum sollst du sie fragen wenn du sie nicht vertreten das kannst du auch mit dem machen ich bin auch ein ich habe eine eigene firma ich kann auch leute einstellen und ja aber du machst ja nicht mit denen du nimmst sie ja nicht nachts ne du für gewaltig sie ja nicht oder und du verkauf sie nicht in den markt oder nackt halb nackt oder das machst du nicht warte warte du vergleichst eine vielleicht leute die bei dir arbeiten mit sklaverei also ich habe ich sie griechen ich habe nur gesagt das kannst du nicht weil bei ein eingestellt die werden die können jede minute können die gehören hier nicht du kannst sie nicht vergewaltigen darfst du dich und du darfst sie nicht entscheiden wenn sie aufstehen müssen weil sie schlafen du kannst sie nicht verkaufen das sind nicht dein eigentum die arbeit für dich die können jede minute kündigen und zu einer anderen firma gehen das heißt du kannst deine sklaven du kannst deine sklaven kastrieren damit er zu hause bleibt und deine frau oder dass du dir sorgen machen musst weil er seine eigentum ist das heißt du darfst sozusagen kein sex mit einer person machen die weiblich ist oder wie meinst du das mit ihrer oder wenn sie ja sagt nein wenn sie ja sagt oder sie sagen ja nein mit einer erwarteten ist ja nicht sex was schlimmes nein ich sage nicht mit einem kleinen kind und nicht mit einer sklavin mit eine freie frau mit ihrer ihre zustimmung wenn sie ja sagt und die zusammen seid ja viel spaß mir ist egal ich habe solle leute machen was die wollen aber nicht nur wo ich habe auch gesagt ich habe vorhin gesagt ich habe jetzt meine worte du sagst ich dachte hier man sollte kein sex mit frauen haben nein ich sage man sollte kein sex mit versklavte frauen die keine wahl haben ja oder nein zu sagen haben die nicht zwingen du darfst du wenn ich dann deine frau schlagen was darfst du deine meinung nach was glaubst du was du mit deinen skaten machen kannst zum beispiel die christlichen damals die haben zwischen nicht mit den sklaven geschlechtsverkehr gemacht weil das für die unterste klasse war das war die unterste von den untersten das war wie wie direkt mit denen darfst du lieber islam werden die auch verkauft wie tiere in den märkten ich meine unterschied okay verkaufen ist jetzt für mich jetzt nicht was schlimmes weil letztlich ist nicht schlimm einen mensch auch in einem markt nackt zu stellen zum verkaufen ihm zu suchen seine brüste anzufassen willst du mich bist in den 21 jahrhundert bist du mich veräppeln das ist okay menschen zu verkaufen auf einem markt halbnackt nein es ist als willst du ein pedo es wird so versuchen einen pädophil zu erzählen dass sex mit kleinen kindern nicht okay ist das kommt mir genauso vor der wird das unbedingt relativieren du kannst nicht von den menschen die festkraft wurden getötet wurden misshandelt wurden relativ das kannst du nicht sagen würde er unterstützt pädophilie hat er mehrfach zugegeben bei mir auf youtube muss ich nicht so schlimm dass mit kindern und so nicht so schlimm wenn alle erlaubt dann ist okay genau das ist einfach dir geschrieben hat kommt stell deine schwester dahin in den markt ich achte nicht auf kommentare aber wie kannst du wie kannst du sagen dass menschen auf märkte zu verkaufen wie isis gemacht hat mit den jesiden wie kannst du finden dass okay ist eine frau nackt zu stellen ohne ihre erlaubnis und dass die menschen kommen wo steht das wo steht dass du schreibt 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 sklavenmarkt mekkah guck dir den markt in mekkah guck dir den markt in mekkah guck dir den markt 962 bruder das ist von neustellen dass du eine frau halbnackt markt verkaufen sollst die auge von einer sklaven wie eine mann von ihre gott zu ihre knie und das steht auch von den sohn von umar wie er frauen gesucht hat ihre brüste angepasst hat und sie geschüttelt ihre hinten und gesagt dass sie so eine eine warte kommt und schämt euch nicht verkauft sklaven in halb natt der prophet hat sklaven verkauft ja der hat die sklaven von wenn die kohle das hat gesagt im koran steht du sollst eines glauben ja die standen ja nackt und er hat ihre brüste im koran ich habe gesagt im koran steht dass ein frau nackt in der markt verkauft werden warum drehst du die ganze zeit meine wörter habe ich das gesagt leute was habe ich gesagt das steht im koran er ist meister in dem bruder glaub mir wie keine schulung gerade gefragt und jetzt wenn er als er gemerkt hat dass er das nicht verletzieren kann wieder das leugnen obwohl die saudi arabien die haben das ist dann besser die haben das bis 1964 gemacht die wurden gezwungen es zu verbieten von amerika die wurden gezwungen die haben keine geschäfte mehr gemacht die ganze welt hat die arabien boykottiert damit wo steht das da bist du nicht so nicht ich bin ein zu näher ja also und der ist doch hier oder was für die wir natürlich leute zu hause und ich will es richtig ja es gibt auch noch andere warte den hat die wo man die die sklavin schlägt und sagt du musst dich nackt machen du bist keine freiheit die nummer ist was ich glaube ich habe alles ich muss aber gleich arbeiten aber ich habe eine frage auch von eines klar wenn du kannst hier wie wir heiraten du kannst du dich ist die ex machen das musst du auch aber riesig du kannst sie nehmen und den markt verkaufen und dann kann das ein paar gelassen du darfst wenn du ein kind mit ihr hast darfst du das kind zu dir nehmen du kannst mit ihr es zu ex machen du kannst machen was du willst du das musst du auch mehr oder mit wen darfst du ein kind machen mit eines klaren wenn was ja und wenn du mit ihr ein kind hast da du darfst du dich benutzen nach der lust und laune das wusstest du auch oder nein okay du darfst wenn du eine frau hast aber das ist nicht aber angesehen zum beispiel du hast eine frau und diese frau hat ein kind zum beispiel ja dann dürfte ich rein theoretisch auch sie heiraten vier frauen darf ich ja und du darfst deren kinder auch nehmen auch trotzdem wenn das kleine babys sind oder wie wie ich was was meinst mit dem baby was willst mit deinem baby ja du kannst mit ihm machen was du willst wo steht das im koran sagt allah und ich habe mir die halte und allah sagt im koran oder samen 315 151 sagt macht dich nach ich du musst dich nicht bedecken du bist keine frei frau ich muss auch jetzt arbeiten ich kann ja nicht ein mädchen in säuglingen zu heiraten ist erlaubt im islam laut den hadith von allem aus rheinland ein was absurd oben kannst das lesen machen wir weiter nach oben dein handy schreibt wir das auf doch keine nummer aus dem buch die sammlung von sarkashi genau 15 seite 109 guck mal ich kann mehr deutsch problem aber ich habe auch durch kann ich habe doch gesagt kann deutsch ein bisschen was ja okay ein mann wenn wenn der mann von seine solche ehe profitiert dann ist das allein grund die ehe zu schließen auch wenn er ein weibliches säugling heiratet okay okay und das ist wenn du eine frau als sklaven quasi hast und du hast sie zu dir dann darfst du dir auch als kleine mädchen zu dir nehmen normalerweise dürfen wir nur heiraten wenn die geschlechtsreif sind du kannst mit kleinen bebis auch machen was du da gerade gelesen hast nur bei den schiiten aber gut ich werde das nachgucken nachschauen ich habe viele hier und wenn es jetzt auch gesagt wenn es ums und das hier geht dann ist der zunni und der schiei alles gleich die machen mit jedem dabei denn die gleiche hat diese und dann fast die gleiche imame und da gibt es das gleiche nur ich wollte dass ich habe so mehrere seiten ich wollte zeigen was du gerade ich bin umruf noch etwas ab jetzt schon darab an almara alleine auf der rassum der rassum da gibt es das gerade hier wo ist denn gibt es in den äh in rohett scheiße hier in rohett d血ner die stehe ich ox, scht 74, dreiben du hast hier gesagt hat das ist der erste weibungen gibt es ja nicht nur die blacht, jetzt sind die blacht. Nummer 99 ist nicht so, dass es die dritte Frage ist, Bukhari und Muslime. Hier, nochmal, dann gibt es hier in einem Buch, der Auslatt von Abni Munder, das ist sogar die dritte Frage. Ja, hier vergleicht auch eine Frau und ein Hund und alles wie ein Esel, guck mal. Das ist aber auch, du kannst ja auch aufschreiben. Das kann ich. Okay. Hey, zeig das nochmal, eine Frau, ein Esel. Ja, hier. Wir haben hier auch geschrieben. Ja, Sekunde. Wie vergleicht denn eigentlich Jesus nicht Juden? Eine Frau, ein Esel und ein Hund, beschloss? Ich will gerne wissen, wie Jesus eine nicht-Jüdin vergleicht. Zeig noch, schau den Schluss. Von den Hadith-Brüdern, sechs Gemälen haste. Ja, vor kurz. Wie vergleicht Jesus eine nicht-Jüdin? Sekunde. Sekunde. Ich möchte gerne wissen, so wie Jesus ein nicht-Juden verglichen hat. Kennst du den Hadith-Risk von Safiya, als die gesagt haben, wenn er sie bedeckt, wissen wir, dass er sie geheiratet hat. Aber wenn er sie lässt, ohne Bedeckung, wissen wir, dass sie eine Sklavin ist. Kennst du den Hadith? Oder nicht? Nein, denke ich nicht. Ja. Okay, ich bin dir die Nummer. Darf ich nur... Darf ich nur... Bitte? Ja, bitte, Ivi, bitte. Sorry, ich habe nur eine Frage. Was stand dort? Eine Frau, ein Esel und ein Hund, beschmutzen was? Das Gebet. Das Gebet. Die beschmutzen mit dem Gebet. Und er vergleicht es auch später mit... Und was ist das für ein Buch? Ja, wie, wie? Erzähl ich dir später. Das ist in jedem Hadith. Das kannst du, wenn man die Hadithe kennt, steht alles... Kannst du mir antworten? Das ist ein Hadith, okay. Sorry. Was wollte ich jetzt suchen? Ich wollte jetzt... Das ist Ibn al-Qayyim, oder? Ja, ja. Was sagt Jesus zur nicht-Juden? Guck mal, Rizk, guck mal. In Sahih al-Bukhari schreib... Schreib, Rizk, schreib. Sahih al-Bukhari Nummer 4213. Bitte, schreib. Damit du das später auch lesen kannst. Ja, schreib du, ich mache Screenshot. Achso, okay. Nein, ich bin Babu, ich bin Jakobus. Ich sage dir gerade, ich mache keine Kamera. Ich sage dir die Nummer, hier vor mir. Du kannst doch bitten? Du kannst doch bitten. Ja, aber ich bin auf ein anderes Handy und ich will nicht meine Kamera anmachen. Für die... Für die Sicherheit. Nein! Du sollst in Kommentare schreiben. Achso. Okay, warte kurz. Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Okay, Bruder, ja. Sahih. Warte. Schreibst du auf Arabisch oder Deutsch? Deutsch. Okay. Aber nimmst du das denn auch ernst? Was wir da sagen, was wir da zeigen, das ist einfach nur so... Ach, lass uns mal reden. Hier, Bruder. Ich sage dir, was hier steht. Guck mal. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht. Das steht arabisch. Jakobus, kannst du antworten, was ich dir gesagt habe? Was war das jetzt? Habe ich nicht gehört. Ich bin am Suchen. Was sagt Jesus zu einer Nicht-Judin? Nicht-Judin? Was sagt er zu dir? Erzähl. Weiß ich nicht. Er sagt zu ihr, dass sie ein Hund ist. Ein Hund? Mhm. Das ist mir aber jetzt übergegangen. Kennst du das nicht mit dem Brot? Erzähl. Immer lesen. Zeig mal ein Kapitel. Nimm erzähl. Nicht einfach... Ich mag es nicht, wenn ich einfach so rede. Ich erzähl dir... Okay, warte. Warte. Gib mir eine Minute. Okay? Warte. Ich muss gucken, weil ich wollte noch das hier zeigen, bevor ich abhaue. Ach so, wir abhauen, okay. Ja, ja. Ich muss arbeiten. Ja, dann nächstes Mal. Warte mal. Ist meine Kamera scharf ein bisschen? Ah, jetzt kommt es. Ah, jetzt kommt es. Wo geht es da? Hier kann es alles einmal. Es ist voll. Guck mal. Guck mal. Hier schreibt ihr auch die Nummer schnell. Kannst sie selber gucken. Was denn? Hier. Es muss halt, wenn ich sah, wie Omar eine Sklaven mit einem Stock, auf den Kopf schlug, bis sie ihr Schleier vom Kopf und ihr... Ihr sagte... Warte mal eine Sekunde. Ihr sagte, was ich sie wieder wie eine freie Frau sehen wollte. Hast du das Buch, was du da hast? Schreib dir die Nummer hier auf. Ja, du musst das andersrum halten, ne? Du hältst das so schräg. Das ist das, was ich dir geschrieben habe im Text, wo das Buch 42, 13, der Hadith gibt es. Das ist nicht hier. Das ist nicht Schiri. Was? Was hast du gesagt? Das ist Sünder? Das ist Sünder, habe ich gesagt. Das ist nicht Schiach. Weil du sagst, es ist Schiiten oder was schon, was du vorhin gesagt hast. Er mochte, er mochte gerne Sklaven, dass die Nack für ihn tanzen, dass die wecktidischen wackeln. Wie heißt das Buch, weißt du das? Schreib dir hier die Nummer auf. Ja, aber ich will das Buch. Wie heißt das Buch? Gibt es viele in jedem Buchstelle. Du kannst also in jedem Buchhari... Ja, aber wie heißt das Buch, habe ich dich doch gerade gefragt. Buchhari ist das Buchhari. Habibi. Sag mal, drehen wir um. So, hast du es jetzt geschrieben? Nein, warte noch mal. Zeig mir noch mal. Ich muss jetzt auch los. Was ist mit denen da? Ja, ich muss los. Ich muss arbeiten. Ich muss Steuern zahlen, oder? Ich muss Steuern zahlen. Also ich habe dir die Nummer geschrieben. Ich habe dir geschrieben, wo in Sahih Bukhari. Du kannst direkt zum Sahih Bukhari gehen und es finden. Warum willst du es nicht? So. Hier, der von Sahih Bukhari ist noch länger. Ja, da gibt es viele Hadithe, die du quasi lesen. Das ist ja eine kurze Vision. Ja, ich will wissen, wie das Buch heißt. Warum zeigst du es nicht? Die Quelle musst du wissen. Nicht wissen, was das ist. Ja, nein, nein. Ich möchte auch wissen, welches Buch es ist. Weil, was das für ein Buch ist. Was? Ich habe ein Buch geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben. Warum sagst du nicht, wie das Buch heißt? Warum soll ich dir das Buch sagen? Warum? Weil ich dich doch darum frage. Und wenn ich dir jetzt das Buch zeige, was dann? Ja, nur so. Glaubst du es dann, oder wie? Nein, ich will doch wissen, welches Buch du liest. Ich möchte das Buch lesen. Du bist sehr anstrengend, mein Lieber. Du bist sehr anstrengend. Glaub mir. Was soll das machen? Mach die Foto und dann bin ich weg jetzt. Ich muss auch runter hier. So. Das ist Sahih Al-Bukhari. Ja, alles. Überall kannst du das Buch lesen, mein Lieber. Er hat gedacht, das ist ein anderes Buch. Ich werde das sagen, nicht authentisch, nicht authentisch. Das waren Quellen, nicht von Sahih Al-Bukhari, das war von dir. Ich hab dir Sahih Al-Bukhari, den willst du nicht. Ich hab den dir gegeben, den bist du nicht. Du gibst Sahih Al-Bukhari, liest doch mal da, Junge. Jakob, alles gut, alles gut. Guck mal, ich hab dir gedacht. Guck mal, Bruder, Sahih Al-Bukhari ist 42. Sag nicht, dass mein Christus ist, weil das wäre ja gelogen. Guck mal. Ich hab dir und meine Vorfahren, wenn du weißt, was Aramäer sind, ich kann nicht noch beweisen, meine Vorfahren haben deinen Koran geschrieben. Glaubst du das? Lava, endlich. Ich schwöre nicht, aber wenn ich dir einen Satz zeige, ich komme zu spät, ich krieg noch Abmahnung wegen dir, Junge, ich musst du los. Aber wir können heute reingucken und ich beweist dir, dass unsere Vorfahren dein Buch geschrieben haben. Lava. Die Aramäer haben den Koran geschrieben. Ist doch voll korrekt, oder nicht? Ja, also es heißt, wir haben dein Buch geschrieben, wir haben alles, die Hälfte, die Hälfte dein Koran besteht aus der Tora zu 70 Prozent, nur das mechanische Koran. Es gibt diese mechanische und dann gab es diese medienische. Ist das voll korrekt, oder? Ja, das heißt, dein Buch ist nicht von Allah runtergesandt worden. Das haben Leute geschrieben. Boah, jetzt hast du aber auch eine komische Logik. Ja, guck mal, wenn ich dir sage, wir haben das geschrieben, sind wir Gott. Unsere Theologen haben das geschrieben für euch. Ein Anfang, ein Fundament und darauf hat sich eure Basis aufgebaut. Deswegen ist nur Arbeit voll. Ich habe voll verwirrt. Du legst gerne ab, weil ich mir aufgefahren bin. Du bist verwirrt, Jakob. Soll ich dir einen Satz zeigen, dann machst du dir zehnmal Gedanken. Soll ich das zeigen auf der Schnelle? Es ist mir auch egal. Es ist mir wert, dass ich auch hier zu spät komme und dass ich eine Abmahnung kriege. Aber dann zeige ich dir das, damit du das auch glaubst. Und lass das schön dann heute so dein Kopf gehen. Mach mal. Auf der Schnelle. Ja, mach mal. Sekunde. Gib mir zwei, eine Minute. Ich muss jetzt die Seite einmal suchen. Inshallah bekommst du keine Abmahnung. Ah, ich glaube ich dir nicht. Ihr Muslime denkt anders. Inshallah, der soll rausgeschmissen sein, damit er auch so hoch Hartz IV wird und mit uns in der Shisha sitzen. Ich habe keine Shisha. Beispiel. Ja, du sollst nicht viel träumen, Jakob. Jakob, nicht viel träumen. Ich habe gute sieben Stunden geschlafen, Murug. Ja, aber ich glaube du träumst, wenn du aufbewachst. Ja, schade, dass ihr so Querdenker seid. Weil das Problem, du kommst aus der Sekte nicht raus. Du kommst aus der Sekte nicht raus, weil du hast falsche Freunde. Du hast ein falsches. Schlauchst du wirklich mit Augen auf? Ja, bitte? Schlauchst du wirklich mit deinen Augen, so wenn du die aufmachst? Ja. wir hoffen nicht dass jetzt junge wo finde ich das jetzt heißt es hat erst nicht gezeigt das stimmt nicht die komisch noch zu spät aber kannst du mal sehen wenn wir mit euch wie soll ich denn hinter einen schwarzen stein laufen der mir keine sünden vergeben kann ein stein der keramik ausseht nix nichts gutes er sagt ja auch der nicht wie soll ich denn ein stein küssen warum soll ich ein stein küssen sagt mir das weiß mir dass diese stein sündet vergibt ich komme zu dir sofort ein keramik stein was noch mal das stein was macht er er vergibt dir keine sünden und er nimmt eine sündlich an der ist nicht schädlich und er tut auch nichts gutes warum bietet ihr den stein warum küsstet ihr den stein erstens wir beten nicht den stein wir beten die richtung zweitens wir küssen das was der prophet auch getan hat aber ich zeig dir ein hadith das sagt hätte ich nicht gesehen dass dass der momo den stein geküsst hat hätte ich den auch nicht geküsst jakob ich gebe dir einen tipp weil du bist ja genau wie aram hol dir ein wörterbuch du sollst deutsch lernen du bist halal du bist halal du bist gut aber ich habe jetzt keine zeit für sowas jetzt du bist denn zu früh reingekommen oder zu spät ich hätte das auch heute wirst heute sagen wir gestern um 19 20 uhr eingekommen da hatte ich bisschen mehr zeit gehabt das ist auch so das ist auch was sagtest du vorhin irgendwie ein bild oder so ne so dass auch guck mal von deinem mannen in der hallo und reiche 6 982 warum redest du so hier das ist ja von ihnen lau schochi hier um die mannen ist doch so die mutter der gläubigen und sagst du ja spätsnamik hast du es doch nie gehört die schian die nennen die ja ja warum dann ja aber warum machst du die nach ja ja ich hab das jetzt nicht so böse gemacht guck mal jetzt hier wird erzählt wie muhammad zu markt gekommen ist hier wird erzählt ich habe dir die nummer und liest dir diese fatwa alles liest ihr das ich kann jetzt nicht alles lesen und hier sagt er wie ein christ wie der priester guck mal der onkel des fettelisches seits das war der onkel von haidja der war christ in der kommunikiert zum christentum übertrag und er pflegte solange es allah wollte aus dem evangelium ins arabische sprache abzuschreiben also hat das evangelium in deiner sprache des aramische alles in den arabischen übersetzt was ihr habt auch unser buch geschrieben wer war das jetzt merkte diesen namen schreibt ihr den auf und dies mal nicht jakob jetzt schreibt mir den namen war das habe in laufheit besser geschlafen gehe nicht arbeiten weil gerade mal diesen namen auf ich kenne das ist egal du bist mir erinnert ich bin ich selber kenne ja weil du gar nicht wählen ich jetzt ja bin halal ja hallo ja habibia boobie weil du dein welt deine quellen nicht kennst wenn ich sage das ist der onkel von haidja und als christ hatte sogar mohammed in der kirche die zwei die christliche zirmonie getraut hat er die die zwei das ist auch lüge meinst du jacob besser du geschlafen nicht arbeiten zu besoffen gemacht damit sie sich heiratet der hat der hat der hat er hat dem priester ein aul gegeben also ein versprechen solange er lebt er wird mit der haidja zusammen deswegen ist auch 20 jahre mit ihr geblieben er hat doch in der zeit keine andere frau gehabt weil er hat sie christlich geheiratet christen wenn du einmal heiratet bleibst du so lange du bist du schießt mit ihm das war das versprechen und als ich starb dann hat er die kleine sechsjährige genommen und dann ging es los und dann ging dein schwert los so war das diese phase war alles in mekka wie alt war eigentlich maria du musst immer nicht eigentlich immer quellen zeigst wenn du mir natürlich wir wenn ich sage 20 beweise ich die 20 wenn ich sage 15 sage ich dir 15 ich kann dir nicht sagen wie viel sagt du mir wie viel und beweist mir mit einer quelle also die die katholiken sagen die war 12 zeigt mir eine quelle katholische auslegung zeigt mir ein vater der das geschrieben hat oder zeigt in unserer bibel das was dir immer sagt rebecca war drei maria was gewünscht war bezeichnung steht also ich sage das ja das ist ja für den messias in der prophezeiung steht eine junge frau wird ein kind gebären ja aber wer steht auch wie alt maria war ja junge frau also ich weiß nicht junge frau was darfst du unter jung sowie so wie die reiche sechs ich denke mal die also die christen sagen die war zwölf ich soll ich dir jetzt den hadith lesen oder nicht welchen hat die zahe buchhari nunmehr 4 2 1 3 also ja mach mal schichst du arabisch oder soll ich sie übersetzen ein bisschen aber mach mal lieber deutsch ohje wie soll ich das übersetzen schaffst du auf arabisch oder jetzt verstehst du arabisch ich leise langsam damit du vielleicht verstehst ok und ich werde es gleich zeitig und du wirst merken also der prophet hat sich drei tage zwischen chaiber also auf dem rückweg drei nächte und die haben ihn in safia reingebracht ne wie wie aisha sagt sagt aisha das heißt die hat konsumiert dann habe ich die muslime für seinen essen für dieses essen was er für sie gemacht hat sondern essen da war kein brot oder fleisch und die haben die links auf den boden gelegt und damit die drauf essen dann hat er dateln und und gurken und ein bisschen gesalzene butter und dann haben die muslime gesagt ist das seine ehrfrau ist das eine mutter von mu'minin oder das was seine rechte hand besitzt also eine sklavin dann haben sie gesagt also wenn er sie hijab ergibt was in sich bedeckt dann ist sie eine mutter von mu'minin eine frau und wenn er sie ohne hijab lässt also unbedeckt lässt das heißt dass er sie einer seiner sklavinnen ist hast du mich gehört Bruder oder nicht ich sehe dass dein live in Pause geht ok na ich habe eben die Nachricht gelesen achso ok hast du aber gehört oder alles gut und wenn er sie nicht bedeckt das heißt dass sie eine sklavin ist hier das ist ein beweis dass sklavinnen nicht bedeckt werden müssen oder sollen verstehst du und als er los gehen wollte hat er sie bedeckt mit dem hijab verstehst du dann haben die gewusst ok dass sie seine ehrfrau nicht eine sklavin hier gibt ein zweiterer Hadid kannst du auch nochmal suchen also wenn sie hijab wegtut so und wenn sie hijab trägt dann so also was hat er mit brust zu tun ja das ist das hijab von oben bis in den in den kurzen brüste und kopf und alles du meinst burka oder was man nein normalerweise wie trägt man ihn nicht entschuldigung wenn du den hijab fährst guck mal wenn du den hijab fährst da ist nein du spielst jetzt du verdreht die ganze Zeit ich zeige dir die ganze Zeit mit Beweise und du sagst nein hast du Beweis dass es nicht so ist dann bring mir den Beweis dass es so ist es war so bring du doch den Beweis dass es so ist ja aber ich schalte gerade ein Hadid sag ich dass es ja aber bring du bist du beweispflichtig du meinst ich lese dir nein du hast gar nicht du sagst die ganze Zeit das sagen die das sagen die hat es gar nicht bewiesen ich sage die ganze Zeit mit Nummer ich habe dir gesagt hier gehst du und guck was das Tafsir ist und guck in den Fiqh was bedeutet Aura Schreib einfach Aura also die Aura von Emma es gibt sogar Videos auf YouTube wie sie sich zu bedenken haben von Gelehrten wie sie das erklären ich verstehe dass du es nicht ich schicke dir jetzt ein Video von der Sklavenmarkt von Kärnbach wie würdest du das denn machen dann frage und dann kann ich dir schicken ich schicke dir den Link in eine Nachricht hier auf TikTok ok von YouTube Moment so ok hier ok kannst du nachher gucken wie es gelaufen ist das das Video ist von 1962 es wurde das Klamour wurde danach zwei Jahre danach ich habe dich nicht hier als Freund steht ich nicht warte ich auch ok Sekunde hier ok ok ich schicke dir auch das was sagt über kleinen Kinder das hast du auch vorhin gefragt aber das auf Arabisch du sollst gucken wie du das übersetzt aber du findest bestimmt einen Weg das ist das was ich dir jetzt schicke das ist das was er dir gedacht hat aber dass du das tagsüber machen darfst im Ramadan während du fastest darfst du jeden kleinen Kind missbrauchen für deine Gelüste statt deiner Hand benutzt du die von einem kleinen hier habe ich dir auch die Fatwa geschickt vom Islamweb das ist eine Islamseite von Katar in Sunniter Seite die schreiben Fatwas und erklären ja aber das ist wirklich so weil die ganzen Hadith sagen auch das was die Frau verstecken muss ist genau das ach so ich suche dir den Sohn von Omar wie er sie angefasst hat von Omar das gibt in Ich sage mir, dass ich es nicht so schön ist. Das sagt mir, dass ich es nicht so gut ist. Wollen wir es nicht so gut zu machen? Ja. Ich sage es nicht so gut. Ich sage, wenn ich mit dem Umar bin, in dem Umar bin. Ich sage, dass ich mit dem Umar bin. Das ist das Umar bin. Ich sage, dass es nicht so gut ist. Wenn ich mich mit dem Menschen, dass wir eine Art von ihnen zusammenarbeiten und die Gerechtigkeit haben, Und dann haben wir auf einmal Leute gesehen, die sich an eine Sklavin, näher an Sklavin waren, die haben sie angefasst, um so zu gucken, wie sie ist. Als sie den Sohn von Omar gesehen haben, haben sie sich zurückgehalten und haben gesagt, und die haben gesagt, der Sohn von Omar ist gekommen. Dann kam zu ihr Omar und fasste ihren Körper und sagte, wo sind die Besitzer dieser Sklavin? Das ist nur eine Wahl. Es gibt hier eine andere. Also, wenn der Sohn von Omar eine Sklavin kaufen wollte, hat er seine Hände in seinem Rücken gemacht und zwischen ihre Beine. Und er hat zwischen ihre Schenkeln und hat ihre Beine geguckt. Und dann kam sie die Schenkeln. Eine Beine, die Sie sagen, in der Sohn von Omar Albit und sich in der Speise, sie kam eine Schenkelfer auberflöten zu Hayten. Es war eine Beine, die sich in der Sohn von Omar Albit und Fahle ab und sich in der Sohn mit denen zurückgehalten. Das ist eine Beine, die sich in der Sohn von Omar Albitat befassen. Ich habe einen Beine, was er mit dem Beine, was er zuerst zu sehen? wie gesagt, Bruder, du kannst wirklich, wenn du jemanden kennst, der den Islam kennt und sich nicht scheut und wirklich alles zugibt, du kannst ihn fragen, wie soll sich ein Sklavin in den Islam anziehen, der wird dir klar, also direkt sagen, es gibt keinen Zweifel, die hatten nie ein Problem die wussten es von Anfang an, die haben in der Zeit von Mohammed gemacht und nach ihm gemacht genau wie die uns das Gebet und das Fasten und diese ganzen Sachen, die wir gelernt haben, von den Hadith haben die uns auch diese Sachen gebracht und es ist wirklich so geblieben, 1400 Jahre heute gibt es noch in Mauritaniens Sklaven leider, ich habe ich war in einer Zeit, wo es noch Sklaven gab obwohl keine Märkte waren, aber da waren immer noch die Sklaven, die schon Besitz von jemandem waren und die müssen sich auch so, du kannst auch schreiben einfach auf Google schreiben, Moresk, nackt schreiben zum Beispiel Algerien oder Marokko oder Tunesien und du wirst sehen, wie die Sklavinnen auf Postkarten und so wie sie da stehen, halbnackt, die man nur unten bedeckt nur von Gürtel zum Knie das war das einzige und der Hadith von Amar, das sie bedient haben warte, ich gebe dir den Hadith von Amar, das sie bedient haben, nackt ich kenne das alles auswendig deswegen muss ich immer suchen was bist du eigentlich jetzt, bist du Atheist oder Christ? ich bin Agnostiker ich glaube an gar nichts ich habe hier zwei Bücher, der erste Buch ist Hijab al-Mar'a, so der Hijab von Frau Seite 45 die sagt die Sklavinnen von Amar haben uns bedient bei ihm mit offenen Haaren und ihre Brüste haben gewackelt und so gegeneinander geschlagen hier der zweite Hadith das ist in Sunan al-Kubrali al-Baihaqi al-Baihaqi kennst du bestimmt, oder? Al-Baihaqi ist einer der größten Gelerte der hat sogar die Shafiriyah der hat quasi die Shafiriyah gebaut oder erschaffen der war der fast der Gründer von Shafiriyah ja, Shafiriyah ist ihm sehr dankbar in den ganzen Gesetzen und so also der war einer der größten Al-Baihaqi die sagt, hier Al-Baihaqi Sunan al-Kubrali al-Baihaqi seit 2 nummer 227 Kulassat Hukmin Muhadid Sachih und den gibt auch hier Al-Baihaqi und da du kannst Aifach schreibe Al-Baihaqi 3 3 4 7 ich glaube du kannst dann finden das gleiche wiederholt du weißt es gibt auf den gleichen Hadith von mehreren also Al-Rawi wer das erzählt hat ist alles binomalik ich mache auch ein screenshot damit es hier bei mir bleibt weil das alles kenne ich nur wie gesagt auf im Kopf und da muss ich immer suchen damit ich auch die richtige Nummer und alles damit es nicht heißt ich erzähle und so Sachen und es gibt wirklich viele andere Beweise es fällt mir nur langsam langsam immer wenn ich so rede in einer Konversation bin und irgendjemand redet über irgendwas und dann auf einmal kommt zum Beispiel vorhin haben die gesprochen über die Jizia du kennst die Jizia das was die die Christen und die haben gesagt okay wenn es so Krieg gibt dann musst du entweder sich für den Islam entscheiden oder die Jizia zahlen oder den Tod aber das ist nicht für alle diese Jizia Möglichkeit gibt es nur für Al-Kitab nur für die Juden und für die Christen zum Beispiel jetzt einen Muschrik Heiden oder so die haben entweder Islam oder Tod die haben keine dritte Wahl auf Jizia nur die Christen und die Juden das sind die einzigen die recht auf Jizia das heißt zum Beispiel wenn wir ein ein Islamland bauen und zum Beispiel irgendwo Amazoner befallen und dort irgendwelche Heiden finden dann haben die eine Wahl entweder den Islam oder den Tod die können nicht zwischen also zwischen den Muslimen leben und einfach die Steuer zahlen das machen aber die Muslime täuschen immer mit dieser Sache mit dieser Jizia aber die ist wie gesagt nur für die Christen und Juden gültig für andere nein andere sind gezwungen den Islam zu nehmen oder zu sterben verstehst du alle andere Gläubigen jetzt Buddhisten Hindus alle andere müssen dann entweder den Islam annehmen oder sterben die haben keine Wahl auf Jizia die können nicht zwischen uns leben verstehst du egal unter welcher Zustände das kannst du mir auch noch und du kannst dir das du kannst auch dein E-Mail darüber über diese Sachen so basic Sachen die weiß ich das was du jetzt mir alles gesagt hast das kennt ja aber wenn du es kennst ist ja schon katastrophal das ist dass wir Menschen sagen entweder du stirbst du hast keine Chance zu nehmen muss ich so denken wie du ja aber ich okay kann sein dass du es findest okay ist dass du die Leute zwingst deine Religion zu folgen und zu sterben ja aber das ist trotzdem Terrorist ich meine das ist trotzdem du bist trotzdem kriminell wenn du das so denkst wieso kriminell wenn du die Leute töten willst wenn sie deine Religion nicht annehmen ist das nicht kriminell warum die Leute warum sollte Allah überhaupt Leute töten damit sie ihm folgen warum kann er sie nicht anders überzeugen warum muss das töten überhaupt du musst ja so sehen wenn du nein aber das nein ja okay wenn es Beweise gäbe dass Mohammed mit Allah gesprochen hat und dass der Koran wirklich von Allah kommt und dass alles was da drin steht wahr ist aber ja aber da alles was da drin steht falsch alles falsch die Sonne der weiß nicht wie die Sonne funktioniert die Erbe ist falsch Katastrophe Allah kann nicht mal eine Pizza schneiden Allah kann keine Pizza schneiden der weiß nicht wie man Erbe macht der sagt wenn eine Frau stirbt du musst aufpassen was du sagst das Problem mit der Erbe aber Babu guck mal du musst aufpassen was du sagst weil wenn du stirbst weißt du du stehst allein da gibt kein Beweis was passiert nach dem Tod es gibt kein Beweis ob ich Allah finde ob ich Jesus finde ob ich Buddha finde ob ich du hast das Buch aber keiner hat einen Beweis für irgendwas nach dem Tod woher soll ich wissen dass es Allah gibt oder Aho Ramazda oder Buddha oder Bumba oder Thor oder Zeus woher soll ich wissen wer dann kommt ob überhaupt irgendwas gibt woher soll ich wissen es gibt kein Beweis indem du das Buch liest das Buch ist kein Beweis genau kann ich dir so beweisen guck mal ich könnte dir auch von dem Buch von Harry Potter beweisen dass es Drachen wirklich gibt kann ich dir auch beweisen von Harry Potter so ist das ein Argument das ist in dem wir über 3000 Prophetier haben die alle in Erfüllung gegangen sind sag mal dass die Bibel die Bibel wurde von über 40 Menschen geschrieben sag mal alle 3000 über 100 Jahre Unterschied und Filme ja aber sag doch mal und trotzdem eine reine chronische Buch und alle sprechen über das gleiche und Prophezei über Jesus Christus ja ich chronologisch ich chronologisch ja ich chronologisch kann schlachen aber dein Buch hat nicht mal ein Prophezei und in Erfüllung gegangen ist sondern nur Lügen täuschen, betrüben lass uns bitte die Schwester hören das ist unhöflich Entschuldigung bitte alles gut Shalom an allen meine liebe Geschwister ich habe euch vermisst sehr sehr vermisst Babu ich habe eine Frage an dich das ist mir voll interessant wie bist du also Ex-Muslim geworden also was war dieses Punkt wo du gesagt hast Hallas also ich will nicht mehr ja das wie gesagt ich sage das war nicht nur ein Punkt das waren wirklich mehrere Punkte aber das Schlimmste wie ich immer sage was mich wirklich dafür nicht gefällt ist das mit der Sklaverei also Menschenrechte und Kindermissbrauch in dem Islam das ist für mich wirklich also da würde ich nicht mal einen auch wenn Allah selbst zu mir kommt und sagt nein ich finde es okay dass du ein kleines Kind missbrauchst oder ein Mensch versklaven solltest würde ich nein sagen und auch dass der Islam sich überall reinmüscht im Privatleben von anderen Leuten das gefällt mir auch nicht wie gesagt und die ganzen Fehler natürlich in dem Koran die ganzen wissenschaftlichen Fehler die ganzen Fehler mit der Erbe wie gesagt der kann nicht rechnen was hast du gesagt wir mischen uns in Privatsphäre der Islam mischt sich nicht durch ich rede über eine Religion über eine Ideologie der Islam mischt sich in dem Privatleben von Menschen der ist überall in der Erde du machst das doch gerade was ist los mit dir du machst das doch ich sage Allah sitzt auf einem Rollstuhl und dreht sich im Kreis weil er eigentlich zwei rechte Hände hat stell dir vor du sitzt ich sage dir eine Sache ich sage dir wenn ich dir sage Allah kann keine Fraktion rechnen Allah kann keine Mathematik er kann keine Pizza schneiden wortwörtlich guck mal seine Erbe ist katastrophal ist volle Probleme man kann es nicht folgen der sagt wenn eine Frau gestorben ist ihre zwei Töchter bekommen zwei Drittel also 60% nein halber nein der Ermann bekommt halber die Töchter er hat nur zwei Töchter hast du gesagt zwei Töchter und mehr bekommen die zwei Drittel wenn die zwei Töchter haben kriegen die halbe nein ab zwei Töchter ab zwei Töchter bekommen sie Tulutain mit Ten Pharmafok bekommen sie Tulutain zwei Mädchen und mehr bekommen zwei und das ist passiert bei Umar ibn Khattab wenn du ein bisschen recherchiert hättest der Umar ibn Khattab hat das repariert mit Del Aul der hat den Fehler von Allah repariert in dem er von jedem ein bisschen nimmt die Frage über die Geschichte die Frau die gestorben ist und zwei Töchter hatte und ein Ermann die kam zu Amar ibn Khattab und konnten das nicht teilen der hat gesagt ja die Erbeteilung von Allah funktioniert nicht die müssen 66% natürlich kenne ich das mit der Erbe die Kinder sind doch die müssen zwei Drittel bekommen und der Ermann bekommt die Hälfte und das passt nicht die Hälfte und zwei Drittel passt nicht wer sagt das hä was lauerst du da Alter okay ich hab ich hab 10.000 Euro gelassen ja diese Frau hat 10.000 Euro hinterlassen ja wie viel sind zwei Drittel von 10.000 Euro boah so weiß ich jetzt nicht im Kopf ja das sind 60% okay das sind 6.000 Euro Drittel drei und drei und drei sind neun ne und eins durch drei ist 33 0,33 also 6.000 Euro ungefähr ja und wie viel ist die Hälfte von 10.000 Euro 5.000 Euro aber das ist nicht so wie du das sagst das sind du musst die Zahlen nein nein aber so funktioniert das nicht du musst die Zahlen die haben sie repariert sie haben den Fehler von Allah korrigiert natürlich aber Allah sagt genau das in dem Koran und in dem Koran nicht in Hadith oder so das steht in dem Koran im Koran steht ja steht die Erbe steht im Koran die Erbe steht im Koran dass zwei Mädchen und mehr die zwei Drittel bekommen dass der Ermann die Hälfte das steht im Koran im Koran steht das was im Koran steht ist aber kein Gesetz dass über zwei Mädchen zwei Drittel bekommen sollen im Erbe hast du gesagt was steht im Koran ist kein Gesetz das was Allah sagt ist kein Gesetz das was Allah sagt guck mal jetzt guck mal jetzt wie viele Sachen du kannst verteidigen und du kannst die Sklaverei verteidigen du musst die Sklaverei verteidigen du willst jetzt sogar deine mathematischen Probleme verteidigen was ist das für ein Gott der ist unmenschlich wenn du dir das zu Fehler machst der hat das überhaupt ein hinterlassen das was Allah sagt über Erbrecht ist kein Gesetz sondern eine Verpflichtung kein Vorschlag ein Vorschlag im Augen ein Vorschlag einfach so wie es uns lustig ist wenn wir es wollen nehmen wir es das ist zwar Sprache Gott der sagt uns es teilt sich so zwischen euch aber genau diese Fehler es wird nur so gesagt wegen der Fehler das hat mit der Logik zu tun weil die das hat damit zu tun dass allein Fehler macht und dann der Russ dann steht das Gesetz das mit der Erbe kannst du nicht schön ausreden weil Omar das repariert mit Al-Aul ich weiß wie das Omar hat das nicht repariert ich hatte die Erbe in Abitur du tust so als würde Omar hat auch die Mutter erhe abgeschaffen das war nicht ich bin seit gestern Muslim ich bin nicht seit gestern Muslim hast du das jetzt gehört oder nicht was ich bin nicht seit gestern Muslim ja aber du hast keine Quellen gesagt du behauptest nur du gibst keine Quelle und ich sage für was soll ich dir jetzt eine Quelle nennen wenn du was behauptest du behauptest doch das ist nicht so dass die Erbe richtig ist dann zeig es mir wo ich es richtig ist ich habe doch gesagt das was Allah sagt ist kein Gesetz sondern eine Verpflichtung weißt du was dann müssen wir nicht wir müssen nicht beten wir müssen das alles nicht oder was bedeutet Verpflichtung das mit Verpflichtung alles was er guck mal der hat dir dein Erbe geregelt das ist so gesetzlich bei uns in unseren islamischen Ländern das Gesetz ich habe dich nur gefragt was bedeutet Verpflichtung das was Allah dir alles im Koran sagt ist eine Verpflichtung was der Prophet sagt und was die Sunnah ist ist auch eine Verpflichtung die Sahih die Bukhari ist auch eine Verpflichtung wenn du irgendwas da leugnest aber ich habe ja nichts was verleugnest du äh nee Babu mit dem Bock irgendwie gerade Pflicht ist Pflicht und diese Geschichte die du erfindet du wohnst er sich überhaupt die Erbe die Erbe war schon geregelt Bruder die Erbe war schon geregelt Babu von Mohammed guck mal Khadija hör mir mal zu du willst mir du willst mir die Erbe war schon geregelt die Erbe war schon geregelt Khadija hatte zweimal ihre Mann ihre zwei Ehrmänner geerbt und sie hatte Geld nach ihm er hat das alles korrigiert in dem Sinne Allah hat es korrigiert und dann hat es nicht mehr funktioniert vorhin hat alles funktioniert warum mischt er sich ein wenn es nur Probleme gibt warum warum gibt er überhaupt einen Vorschlag der falsch ist einen Vorschlag der nicht machbar ist der nicht um zu umsetzen ist zwei Drittel sind nicht um eine Hälfte geben dir kein Eins Punkt Punkt warum soll er eine falsche Zufall wenn du nicht weißt was Verpflichtung ist dann kann ich auch nicht dann wünsche ich dir gute Besserung aber sein Vorschlag ist falsch seine Kalkulation seine Mathematik ist sowieso falsch ob es ein Vorschlag ist ob es eine Pflicht ist egal es ist falsch egal wie du es nimmst Bruder wie gesagt das ist dein Bruder diese Pflicht ist gelogen ich kann es nicht ich kann nicht dafür dass du primitiv denkst wenn Allah was sagt wenn Allah was sagt und sagst du es ist Pflicht es ist kein Gesetz also wenn Allah was sagt ist es Gesetz Punkt Ende hä was was laberst oder ja nee ich laber ich bin Allah ich habe gesagt Dava vielleicht musst du auch mal Deutsch lernen ja ich lerne Deutsch aber du musst auch deine Quellen lernen ja Dava du weißt du was ich habe hier mit Sonderschule zu tun ja Sonderschule bist du es tut mir leid dass du Sonderschule bist du ja weil du Mädchen ich habe Realschule ich habe Realschuleabschluss mit Quali du hast dich mir auch Sonderschule abschluss du laberst nur scheiße du kennst keine guck mal du kennst deine Quellen nicht das bockt ja gar nicht ja das bockt ja auch ich brauche schon welche die schlau sind nicht so einfach die ja ja schlau die Allah schlau ist ich habe hier mit dumm zu tun du laberst nur hier und deine Geschichte habe du erfunden Muslime habe das erfunden weiss ich gemerkt habe Allah kann nicht rechnen ohne Quellen wird kein Englisch Hallo Bruder du sprichst du sprichst Englisch ja wie geht's alles gut wir sind gut du sprichst Englisch Nur diese Geschichte war sehr... Guck mal, sie hat angefangen. Wo ist das Problem? Habt ihr ihm gehört, wo er gesagt hat, wo ist das Problem, Menschen zu verkaufen? Habt ihr jetzt gehört überhaupt? Das ist ein, der macht Taqiyah. Das ist ein Salafist, der macht Taqiyah. Das ist ein Terrorist. Das ist ein Pädophil. Du kannst nicht mit ihm diskutieren. Du kannst einen Pädophil nicht überzeugen, dass Kinder nichts vom Dings gemacht sind. Das kannst du nicht, egal wie du bist. Kannst du nicht. Genauso wie ich ihn nicht erklären kann, dass Menschen nicht in Sklavenmärkte verkauft werden. Dass Menschenwürde wichtig ist. Dass ein Mensch frei sein soll. Dass er schlafen soll, wann er will. Aufstehen, wann er will. Schlafen, wann er will. Die muss nicht für ihre Master tanzen. Und dann sagt er mir, wo ist das Problem mit Sex mit Frauen? Und ich habe gesagt, was meinst du jetzt? Was hat Sklaverei? Ein Sex mit einer Frau ist frei. Dass deine Freundin oder deine Frau oder auch immer mit Respekt und ihrem Einverständnis die sagt ja und du sagst ja und ihr seid weiter erwachsen. Ich habe ein Problem mit kleinen Kindern. Ich habe ein Problem, wenn du eine Frau im Markt verkaufst. Das ist es. Wenn du eine Frau in den Markt setzt, wie ein Tier, wie die besten Gelehrten sagen. Die Mutter von deinem Sohn darfst du verkaufen und kaufen wie eine Ziege. Das ist Fakr. Das ist, was die Muslimen Wissenschaft nennen. Ilm al-Rijal. Ilm al-Hadid. Ilm al-Rijal. Das ist das. Das ist die Wissenschaft. Wissenschaft ist, dass sie dir sagen, dass du deine Sklavin, wenn sie dir ein Kind gebärt, kannst du sie trotzdem verkaufen. Das ist die Wissenschaft. Das ist die islamische Wissenschaft. Wissenschaft ist der Islam, dass wenn eine Frau in einem Kaffee sitzt und in Ramadan tagsüber einen Kaffee tritt oder isst, dass die Polizei kommt und ihre Unterhose durchsucht, ob sie Tage hat oder nicht als Grund zu essen in Ramadan. Deswegen sage ich das, der Islam mischt sich sogar in den Unterhosen von den Menschen. Der soll sich nicht überall reinmischen. Dann werden wir auch in Ruhe lassen. Der ist überall unsere Gesetze. Diese Probleme von Erbeleuten, wenn jemand stirbt in unseren Ländern, die Islamländer, die gehen direkt vor Gericht. Weil es ist unmöglich, dass du nach Allahs Gesetz nach Allahs vorschwörst. Also das habe ich aber nicht gewusst, dass die Scharia-Polizei die Unterhose und Schatte. Ich weiß nicht, die Scharia-Polizei, die normale Polizei. Und Marokko ist ja ein liberaler Land. Ihr müsst denken, Marokko ist quasi das Beste von allen anderen Ländern. Von den ganzen islamischen Ländern ist Marokko der am leersten zu Europa und der offene, also die offenste Land sozusagen. Und trotzdem haben wir immer islamische Gesetze, die alles vermassen. Die Leute saßen im Café. Männer und Frauen haben nur was getrunken, was gegessen, kein Alkohol oder so. Die besten normalen Kaffee. Und dann kam die Polizei, die haben die alle in den Knast genommen. Die haben erstmal die Frauen untersucht, wirklich ihre Unterhose, ob sie ihre Menstruation haben als Grund, nicht fassen zu müssen. Und die haben dann alle zum Revier mitgenommen und dann verklagt. Warum soll ich nicht reden für die Rechte von diesen Leuten? Natürlich rede ich. Ja klar. Weil das ist Unrecht. Menschen sollten es nicht sein. Und die haben, dass wir dann merken, ey, die haben, ey, die haben, guck mal, weißt du, was die Muslime gemacht haben mit den Sklaven? Ich kann wirklich, ey, ich kann es nicht fassen, dass Menschen kein Herz haben und so reden können. Ich kann das nicht fassen. Das hat mich angekostet, als ich das herausfand in meiner Religion. Ich habe mich geschämt. Ich habe sowieso Sklaven gesehen, aber ich habe es nicht verstanden. Ich habe immer meine Oma gefragt, wie kann es sein, dass der Israel 1400 Jahre die Sklaverei verboten hat, weil ich dachte, der hat es verboten. Als Kinder mit mir hatten die mir das erzählt. Und sie hat mir irgendwas, immer irgendwelche auszureden gesagt, nein, aber die hatten doch nirgendwo zu gehen und so und so. Und danach habe ich verstanden, dass der erste Sklavenmarkt in Marokko erst 1926 verboten wurde von den Franzosen. Als sie uns kolonisiert haben, dann haben sie uns gezwungen, den Sklavenmarkt zu... Weil es gibt einen Brief von einem Konsul von Amerika, einem Sultan von Marokko, ich glaube, Ende 18. Jahrhundert, der sagte ihm, bitte machen Sie das, die Sklavenmärkte und so, das ist nicht schön. Der sagte ihm, ich kann nicht verbieten, was Allah erlaubt hat und ich kann nicht erlauben, was Allah verboten hat. Und die Märkte von Sklaven tragen bis heute die gleichen Namen in Marokko. Die nennen sich Sokleroselle. In jeder Stadt hast du einen Markt, der Sokleroselle heißt und da wurden Sklaven verkauft. Die haben kleine Kinder, die haben kleine Kinder kastriert, Leute. Bis je wie viele Leute gestorben sind, es gab keine Betäubung, volle Schmerzen, es gab keine Antibiotika, keine Medizin, nichts. Wer überleben hat, war okay, wenn ich überleben hatte, war egal, aber es war ja ein lukrativer Geschäft. Das scheint ihm normal. Das scheint ihm normal, dieser Typ. Ey, Leute, folgt ihr mir überhaupt? Versteht ihr, was ich meine? Bin ich der Einzige, der hier irgendwie überfordert ist? Ich verstehe es sehr gut, Bruder. Einfach nicht normal, einfach nicht. Der ist für Menschen. Der sieht sie nicht an. du weißt, dass er ein Salafist, ein Terrorist ist. Der sieht sie nicht als Menschen. Der kann deren Leid nicht glauben. Der ist unfähig, Empathie zu empfinden. Aber kein Herz. Der hat keine Empathie. Der kann keine Empathie empfinden mit Menschen. Der würde zugucken und es wäre okay noch für ihn, wie die Leute misshandelt werden. Ich meine, wie grausam muss ein Herz sein? Wie schwarz muss dein Herz sein, um sowas zu erlauben, zu akzeptieren? Auch wenn es ein Allah ist, auch wenn Allah mit mir selbst spricht, würde ich das nicht akzeptieren. Das müssen auf Märkte verkauft werden, wie Tiere. Mohammed selbst, Mohammed hat an deren besten Vorbild. Mohammed, als er gestorben hat, hat er neun Sklavinnen. Maria hat er nie geheiratet. Rayhana, seine Sklavinnen, hat ihn nie geheiratet oder befreit. Nie. Die sind Sklavengebirge, bis er gestorben ist. Das ist deren Vorbild. Was erwartest du von solchen Menschen? Mohammed, der beste Mensch. Mohammed war der beste Mensch. Alles frei, Bunga, Bunga. Komplett. Normal, dass er der beste Mensch ist. Sie haben das bestimmt auch mit seinen Vorfahren gemacht. Bei uns in Nordafrika, als sie ankamen, die haben am Anfang 1,3 Millionen Kinder weggenommen als Sklaven. Mädchen und Jungs. Das haben sie bestimmt auch in seinem Land gemacht. Diese ganzen Grausamkeiten, diese ganzen Tötungen kann ein Allah nicht sein Ziel erreichen. Ohne Töten, ohne die Menschen zu verskladen, ohne Kindesmissbrauch. War das ein Muss für deinen Prophet, Aisha zu vergewaltigen? Nein, das war kein Muss. Außerdem, sagt mir nicht, dass es damals normal ist. Leute, ich will das nicht mehr hören, dass es damals normal ist. Es war nicht normal. Nicht alle Männer haben auf Kinder, standen auf Kinder. Nicht alle Männer hatten Lust. Nicht alle Männer haben Erektionen bekommen, wenn sie kleine Kinder gesehen haben. Das passiert nur bei Kranken. Das muss uns schon klar sein. Heute passiert es nur Kranken. Damals passiert es nur Kranken. Die haben es nur damals nicht verstanden. Punkt. Die wussten nur damals nicht, was das für schlichte und schlimme Nachfolgendes hat. Ob psychisch, ob körperlich, aber egal. Allein, dass du deinem Kind einen fremden Mann gibst und der bleibt bei ihm zu Hause und du weißt nicht, was mit deinem Kind passiert. Ich bin krank, ey. Wir haben gesehen, alle, was die Jesiden gemacht haben, mit den armen Mädchen, wie sie die verkauft haben. Die haben sie verkauft. Jeden Tag wurde sie an einen anderen verkauft. Manchmal haben die mehrere gekauft. Du kannst ja auch eine Sklavin, du kannst auch mit fünf Männern eine Sklavin kaufen. Und dann zwischen euch, jeden Tag nimmt sie eine. Das ist erlaubt in dem Islam. Die wollen, das ist ein perfektes Bild, das ist ein perfektes, schönes Bild, ist eine Stadt, wo Sklavenmärkte, Frauen draußen nackt sind, wo Männer mit kleinen Ehrkindern zusammenlaufen, wo Hände abgehackt werden auf der Straße und Leute aufgehängt. Das ist ein perfektes Bild für ihn. Das ist das Schönste für ihn. Ein schönes Panorama für solche Menschen. In so einer Gesellschaft wollen sie leben. In so einer ekelhaften Gesellschaft wollen sie leben. Das ist echt zum Kotzen, Leute. Ey, entschuldigt mich, aber solche Sachen zu relativieren oder zu... nicht mal relativieren, der hat es verharmlost. Was ist doch, sag mir jetzt, was ist daran schlimm, eine Frau im Markt zu verkaufen? Als ob er mir gesagt hat, gerade ich will ein Auto verkaufen oder ein Fahrrad oder ich weiß nicht. Und da merkt man schon, dass er einen Schaden hat im Gehirn, dass er nicht richtig denkt, dass er keine Empathie mit seinen Menschen hat. Was erwartest du von so einem Menschen? Sorry. Sorry. Ich bin normalerweise immer höflich, aber ich kann das nicht... Ich würde sogar erlauben... Okay, als würde ich jetzt das, was Hitler gemacht hat, erlauben. Warum soll ich das nicht erlauben? Hitler hat auch keinen Beweis, dass er mit Allah gesprochen hat. Das kann ich auch relativieren und verharmlosen. Aber nein, der war genauso ein Krimineller wie dein Prophet. Punkt. Ein gestörter Typ. Erst als er am Sterben lag, erst an seinem letzten Tag, als er am Sterben lag, wie ein Hund, hat er gelitten, drei Tage hat er gelitten durch Gift. Ich hoffe, ich hätte mir gewischt, der hätte einen Monat für das, was er getan hat, für die Leute gelitten. Es wäre zu wenig. Wirklich, ich hatte trotzdem einen schönen Tod. Ich muss sagen, hat sechs Jahre, vier Jahre, drei Jahre. Und dann, als er sterben will, sagt er, ja, gib mir ein Buch und einen Stift, für die Leute, die sagen, dass er nicht schreiben kann oder nicht lesen kann. Er sagt, gib mir ein Buch und eine Schrift. Ich werde euch ein Buch schreiben, damit ihr euch nie wieder in die Irre führt, damit ihr euch nie wieder verliert. Was hast du gemacht, 23 Jahre? Wo warst du? Womit warst du beschäftigt? Ich dachte, du bringst uns die Nachricht von Allah, die Botschaft von Allah sollst du uns bringen. Er weiß, dass er drei Tage am Leiden war, ungestürblich, nach drei Tagen. Ja, dann gibt es den Hadith, wie er gesagt hat, die haben ihm auf kaltes Wasser geschüttelt, wie er gesagt hat, ich fluche die Juden und die Christen und er sich die ganze Zeit bedeckt mit der Decke und denke, es gibt genug Beweise. Ja, das kenne ich, aber dass er genau drei Tage war, also die Muslime sagen immer, also ich habe gehört, ein Jahr, drei Jahre, sechs Jahre, vier Jahre. Ja, und dann sagt er, der ist kleine Mädchen, der ist kleine Mädchenintegrant, der ist Frauenintegrant, der hat gesagt, jede Frau, die mit mir will, die sich mir schenken will, soll sie, sich mir ergeben für dies, der hat nur dahinter den SRX gerannt und erst als er am Sterben lag, will er mir den Buch schreiben. Also heute haben wir diesen Buch nicht, damit wir uns nicht in die Jahre gehen. Haben wir diesen Buch nicht. Also der hat seine Aufgabe nicht vollbracht, der hat verfehlt. Der hat verfehlt. Und Allah, sein Plan hat auch nicht funktioniert. Nach 1400 Jahren ist das immer noch, hat keiner noch seine Meinung nach dem Islam verstanden. Der hat also, der ist gestorben, ohne seine, die haben gesagt, der halluziniert. Und die haben ihm kein Buch gegeben und keinen Stift. Die haben gesagt, der halluziniert. Wie ein Hund ist er gestorben. Warum haben die ihm keinen Buch gegeben? Woher sollen wir jetzt wissen, was er sagen wollte? Vielleicht wollte er sagen, ich habe euch nur verarscht. Woher willst du es wissen jetzt? Du kennst die Geschichte bestimmt, den Hadith kennst du bestimmt. Ja, er sagt, ich werde euch was schreiben, womit ihr nicht in die Ehre geht. Vielleicht wollte er sagen, nehmt Jesus an. Ich habe euch nur verarscht. Und das sind freie Menschen. Die gehören dir nicht. Du kannst sie nicht verkaufen. Du kannst sie nicht an jemanden verschenken. Ihre Kinder gehören dir nicht. Die sind frei. Du kannst sie nicht vergewaltigen. Das ist der Unterschied. Warum? Wie kann man solche Sachen vergleichen? Freie Menschen, die arbeiten gehen, die können jeden Tag kündigen, zu einem anderen gehen, mit Menschen, die keine andere Wahl haben, die gezwungen sind, das zu machen, was du von denen verlangst und die du jede Sekunde verkaufen kannst oder verschenken kannst an ihm. Wie Maria, die wurde auch an Mohammed verschenkt. Warum hat er sie nicht befreit? Damit ihr seht, was für einen ekelhaften Charakter Mohammed hatte. Also ich wünsche euch Gottes Segen. Babu hat mich gefreut. Danke. Gott segne dich und deine Familie. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du ein bisschen noch für den Herr Jesus informiert, weil du kannst dich sehr, sehr schön informieren. Und ich würde dir empfehlen, dass du auch mal ein bisschen Jesus, unsere Bibel informiert, also recherchierst. Dann wirst du sehen, sehr großes Unterschied. Und Halleluja, sage ich mal, dass du von diesem Religion, dieses Islam verlassen hast. Gott liebt dich. Ja, danke dir. Nicht nur ich, Schwester. Ich sage für alle Leute, seid optimistisch. Unsere Welt befreit sich, der islamische Welt befreit sich von dem Islam. Nur die Leute, die noch hier sind, weil die haben keine, die haben keine Kultur. Der Islam hat den Leuten ihre Kultur genommen. Wir hatten ihre Geschichte, unsere Geschichte wurde ausgelöscht. Zum Beispiel, die kommen aus Marokko. Und in der Schule haben wir gelernt, dass wir aus Jemen kommen. Die haben angefangen mit der Geschichte von Saudi-Arabien. Wir wussten nicht über uns. Sie haben uns angelogen. Und dann hatten wir nur den Islam als Bild oder als Kultur und als alles. Alle islamischen Länder sehen jetzt gleich auf. Sie ziehen sich jetzt alle gleich an. Die gucken alle gleiche Programme. Die fasten alle den gleichen Monat. Versteht ihr, was der gemacht hat? Der hat alle andere Kulturen, die sind alle diese Vielfalt ausgelöscht und nur eine. Und wenn die Leute hier kommen, haben sie nur diesen Islam als, 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 ähm, sehen diesen Islam als, die identifizieren sich damit. Die denken, das ist unsere Kultur, das ist unser Stolz. Und das ist das Problem. Die können sich nicht davon befreien und die können auch ihre Art und Weise zu denken nicht ändern. Das ist problematisch. Wir kennen, also die kennen das richtige Islam nicht, weil die sind ja hier, äh, wachsen, die hören so schönes Wörter, aber die gehen nicht so richtig rein. Und ja, die sind alle sicher muslima. Wir, unsere Christen sind auch, aber müssen wir ehrlich sein, wenn wir einem glauben möchten, dann müssen wir uns richtig recherchieren und wissen, wovon wir glauben. Und was du gemacht hast, ähm, es ist sehr, sehr schön, wunderbar. Also hat mich richtig gefreut, ähm, ich danke dir, dass du dieses, äh, Islam verlassen hast und, äh, bald willst du auch die Wahrheit sehen. Also ich wünsche euch Gottes Segen, meinen lieben Brunnen. Wir hören uns bald wieder. Danke dir sehr, hat mich auch gefreut. Ich folge dir jetzt damit, so immer mit uns. Bis. Ja, ich hoffe, ich hatte Probleme. Ich habe meinen Vater verloren vor zwei Wochen. Ja, 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 sorry, ich habe es vergessen. Wie geht es dir besser? Also, ähm, am Tag, Tag besser, danke dem Herrn. Aber ja, ich bin später viel, also, äh, ich bin krank geworden. Es ist ja normal, ich muss nach Heimat zurück. Das und dies. Ich bin immer noch in dieses, ähm, Position, wo ich, äh, vor zwei Wochen war. Ich will davon jetzt ein bisschen rausgehen. und ich weiß, dass mein Vater bei den Herren ist, weil, ähm, er hat mir schon gesagt, bevor mein Vater stirbt, zwei Monate vorher, dass wir uns vorbereiten müssen, weil, äh, mein Vater wird uns verlassen. Also, wir haben einen wahres Gott, der uns alles sagt vorher. Und ich habe mich vorbereitet, ich habe gebetet, ich habe gesagt, Herr, du hast mir gesagt, dass ich mich vorbereiten muss, aber ich will, dass du mich vorbereitest. Und es ist so geschehen, er hat mich für alles vorbereitet. So, ich bedanke mich für den, alle meine... Ich freue mich, ich wünsche dir viel Kraft und wünsche dir viel, äh, äh, Glück und alles Gute und er hat sich das Beileid. Und ja, du musst raus, das musst du machen, um auch ein bisschen zu vergessen. Wir haben eine sehr gute Gabe, wir Menschen, dass wir uns, äh, an Sachen gewöhnen können, dass wir langsam vergessen können. Ähm, ja, ich wünsche dir, wie gesagt, viel Kraft und alles Gute. Ich danke dir, Schwester. Mein Beileid auch. Danke. Und das Segen wünsche ich dir sehr. Danke. Ich will mich bedanken in allen meinen Geschwistern, die mit dem ersten Tag, die für mich und meinen Vater alle gebietet haben. Und nach diesem Tag haben mich viele Geschwistern angerufen, geschrieben, haben die mich nie alleine gelassen. Also, ich bedanke mich herzlich. Ich bedanke mich in allen. Gott segne euch. Und ich freue mich, dass er, der Herr hat mir so eine schöne, wunderschöne Geschwistern geschenkt. Und ich freue mich, dass wir in einem Leib sind, Christus Leib sind. Ich habe euch lieb. Dank Gottes Segen. Wir hören uns auf jeden wieder. Segen, hallo. Vielen Dank. Viel Kraft. Ja, Leute, sorry, dass ich manchmal so ein bisschen nervös werde oder nicht nervös, aber das ist manchmal, kann ich einfach nicht verstehen. Wir sind Menschen, wir haben Empathie, wir können fühlen, nicht nur was andere Menschen, vielleicht fühlen sogar auch uns vorstellen, was andere Tiere. Weil das schreibt meine Fantasie. Das ist keine Fantasie. Das ist Sultansuleiman. Er schreibt, die Schwarzte Sare grüßt deine Mama von mir. Der Kuppe ist sehr respektlos. Niveau, ISIS Niveau, den Sie sagen. Niveau, genau sie von dir ist, dein Prophet. Sein Prophet hat doch gesagt, wer keine Dschihad macht oder darüber denkt, ist ein Monat verk. Was macht er hier? Die soll Dschihad machen gehen. Was macht er zwischen jeden Koffar? Er hat gesagt, Und so Leute habe ich wirklich keine Lust mehr zu reden, echt. Die sind sowas von undemokratisch und schätzen unsere Grundgesetze überhaupt nicht. Die schätzen unsere Menschenwerte nichts, gar nichts. Also ich finde den Typen nicht in Ordnung. Ich auch nicht. Ich finde sogar, der sollte angezeigt werden, ehrlich gesagt. Ich finde, der sollte angezeigt werden. Weil das ist gefährlich, bei unserem Miteinander zu leben. Weil der ist vielleicht nur psychisch gestört, vielleicht braucht der noch psychische Hilfe oder so eine Anweisung, dass sie ihn einweisen lassen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber der Typ scheint nicht normal. Also dass er sowas verteidigt in dem 21. Jahrhundert, finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Ich kann nicht dann geschickt werden, der soll dort leben, ja. Ja. Das ist traurig, Mann. Ich lebe in Fantasien. Zuleyman, der Türke, deren Sultan, deren Vorbild, der hatte 4000 afrikanische kastrierte Sklaven, männliche. Du sagst mir, das wird nicht gemacht. Und die hatte auch andere, alle, die in den Harem waren, waren kastriert. Jede Sklaven, der bei dir zu Hause reinarbeitet, ist kastriert und der kostet mehr, weil diese Sache, was sie mit denen machen, ist ja nicht 100 Prozent. Nur weniger überleben lassen. Deswegen waren sie teurer. Und deswegen haben die Leute noch mehr gemacht. Noch mehr Kinder kastriert. Ohne, wie gesagt, Betäubung, wie ist deine Fantasie? Hatten sie Betäubung von 1400 Jahren oder wie meine Fantasie? Hatten sie Antibiotika? Hatten sie Dings? Medizin hatten gar nicht. Die Kinder, die haben das mit den Jungen gemacht, in einem jungen Alter. Die haben gehofft, dass sie überlebt. Im Sekt mit sieben, mit acht. Ja, das war's. Die Frauen wollten natürlich für eine Partik, die müsste für dich tanzen. Wenn du sagst, du bleibst die ganze Nacht heute tanzen, bleibt sie. Warum nicht? Warum soll sie nicht? Sie ist ein Sklaven, die gehört dir. Sie tanzt auf deinem Pfeife, so wie man sagt. Hör auf, so schreibe, man. Schämst du dich nicht? Mutter, Vater, Brut, Schwester. Schäm dich, man. Genau wie sein Profi. Der Profi hat auch die Leute beleidigt. Der hat sogar seinen eigenen Opel. Sturme, Bruder. Sturm, der Typ. Lass ihn wählen wie ein Hund. Lass ihn doch wählen wie ein Hund. Lass ihn. Keiner kümmert sich. Lass ihn. Lass ihn. Vielleicht folgt ihm schon der Verfassungsschutz. Lass ihn. Der weiß gar nicht, wie weit wir sind. Lass ihn, wir werden bald unsere Ruhe haben von den ganzen Muslimen. Ich schwör's euch. Mir ist scheißegal. Ich werde AfD wählen und ich verpiss mich hier aus Deutschland. Ich gehe in Kanada oder Amerika. Und lass es hier für die AfD. Und guck dann nur im Fernsehen, was mit denen passieren wird. Ja, du kannst das noch nicht machen, aber der Tegapage geht und da. Ich war schon noch gut in Englisch. Ja, die Dings von verbrannten Erde. Die Dings, die Mentalität von verbrannten Erde. Ich verbrenne, sind sie mir und geht. Wir müssen hierbleiben und... Leute, ganz Europa ist aufgewacht. Ganz Europa ist aufgewacht, sorry. Die machen alle neue Gesetze, was das Dings angeht. Und sogar Leute, die schon Deutsche sind, die gucken, wie sie sie zurückschicken in den Ländern, wo ihre Vorfahren kamen. Also sogar in Frankreich, die machen das. Die schicken sogar bis zu deiner dritten Generation. Also sie gucken sogar, wenn dein Vater auch und deine Mutter in Frankreich leben und du solche terroristischen... Wie soll ich das nennen jetzt? Fanatischen Dings hast, Ideen hast. Dann gucken die deinen Opa, wenn dein Opa in Frankreich ist, dann gucken die den Ersten. Dann schicken sie dich zurück. Den ist egal, wo du lebst, ob du dein Haus findest, ob du da überhaupt jemanden kennst, den ist egal. Und es ist wieder passiert. Amerika macht das auch. Das wisst ihr. Die schicken die egal. Kümmern sie, wir kümmern sie. Die soziale Hilfe nach Geld. Weißt du, was die machen wollen? Die wollen Leute, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, denen wollen die das wegnehmen, wenn die sich nicht zum Grund gesetzt bekämen. Genau so. Weißt du warum, Bruder? Die wählen Erdogan und die wählen für die Unterdrückung von anderen Menschen in den Ländern. Die leben hier in Freiheit. Die können mit ihren Freundinnen in ein Hotel gehen, machen, was sie wollen. Die können Ramadan fassen oder nicht fassen. Die sind frei. Die müssen nicht beten. Die können in die Moschee gehen oder nicht. Die leben ihre totale Freiheit, genießen jedes Recht, den ein anderer hier hat. Oder wollen ja die anderen Leute von diesem Recht wegnehmen. Die wollen es allein haben und den anderen unterdrücken. Und die unterstützen die Unterdrücker und die Unterdrückungsregime in unseren Ländern. Wegen dem Islam nur. Warum unterstützen sie ihn? Nur wegen dem Islam. Nur für den Islam schicken sie die ganzen Leute in die Hölle. Nur für den Islam verkaufen sie ihre ganzen Familien, ihre ganzen Leute, ihre ganze Volk, ihre ganze Blutverwandten in deren Ländern. Was glaubt ihr, wie viele Ungläubige in unseren Ländern? Wie viele Ex-Muslimen? Ich habe euch gesagt, vorher letztes Jahr haben wir gezählt in Marokko. Nicht jeder hat Internet. Nicht jeder konnte sich einloggen. Manche mussten arbeiten an den Tagen. Und es war ja nur ein Tag möglich. Und es waren 16.700 oder so in Marokko. Und sogar die Imame von anderen Ländern, von Saudi-Arabien, die mahnen, die sagen, der Koffer, also die Ungläufe, die Ungläufe kommen, werden von Marokko kommen. Die haben verstanden. Die haben es gewusst. Die können es nicht mehr. Die können uns nicht mehr debattieren. Seine besten Gelehrten sind die, wo er seine ganzen Antworten holt. Die können uns nicht debattieren. Die machen das nicht. Wir haben letztens eine debattiert aus Marokko. Der größte Gelehrter. Der hat sich blamiert. Der hat am Telefon angerufen. Wir haben alle gehört in der Gruppe. Der wusste es nicht. Und der hat so getan, als ob er Zweifel hätte in der Religion und ihm fragen soll über die Beweise, dass Mohammed ein Prophet war. Dass Mohammed ein Prophet war. Was haben wir als Beweis? Der konnte ihm das nicht beweisen. Der hat ihm gesagt, ja, der war ein vertrauenswürdiger Mensch. Der sagt ihm, nein, nein. Die sagen ihm im Koran, du bist ein arrogante Lüge. Der sagt ihm, ja. Und die sagen, der war dies. Nein, nein. Der beweist ihn alles aus seinem Koran. Der hat ihm gesagt, ja, ich weiß nicht. Ich habe keinen Beweis. Beweis ist, dass du einfach glauben solltest ohne Beweis. Und keiner hat eine Antwort gemacht oder eine Videoreaction oder sonst was. Also irgendeinem besseren Imam, der die Antwort hätte oder so nichts. Die haben einfach nichts mehr gesagt. Und das Video ist viral gegangen. Ich werde es noch auf Deutsch übersetzen und hier posten, Leute. Ich werde es noch auf Deutsch übersetzen und hier posten. Und dieses Video von heute, diese Live von heute werde ich auch unterholen. Und werde ich gucken, ja, so teilen, damit die Leute hören, was wir für Menschen mit uns hier leben. Mein Gott, ich hätte, ich habe nicht wirklich, sogar Tiere haben Empathie. Ich hätte nie gedacht, dass ein Mensch, deren Mitmenschen nicht, also, dass ein Mensch kann sich, kann gucken, wie ein anderer Mensch hingerichtet wird. Oder misshandelt wird und der gar keine Gefühle dabei hat. Also, mir ist das egal. Man muss wirklich psychisch krank sein. Ich meine, ihr kennt doch diese ganzen Wörter, diese ganzen Psychos, ne? Die sehen ja auch nicht den Unterschied zwischen, die haben keine Empathie. Und das ist eine der Dings, der Eigenschaften von Psychopathen. Psychopathen, dass sie keine Empathie haben. Die sollten sich wirklich durchsuchen lassen, also, die sollten sich wirklich untersuchen lassen. Die sollten wirklich so einen Psychiater gehen oder einen Therapeut oder irgendwas. Die schätzen das nur, ja, ja, Löwenherz, die haben keine Empathie. Und das ist aber, das ist einer. Oder der Islam macht sich psychisch krank, kann auch sein, Bruder. Der hat sich auch so unterschwellig gedroht, uns allen. Und am Anfang hat er ja gesagt, ja, dann ist es okay. Warum brauchst du Modis, Jesus? Warum brauchst du Modis? Ja, ja, Johnny, ich höre dich. Johnny, ich höre dich schon reden. Alles gut, ich habe gedacht, du musst, ne, ne, ich wollte dich einfach nicht stören. Ne, der hat dann, weißt du, und so unterschwellig gesagt, ja, dann treffen wir uns auf einen Kaffee und dann zeige ich euch, wie das geht und so weiter. Ja, ich gehe dahin, nur mit einem Bazooka. Unterschwellige, so, weißt du. Und dann haben sich auch viele andere auch gedroht gefühlt, weißt du. Und, ja. Wie gesagt, Es gibt keine Moslem-Media-Innen, die was sagen kann. Finca, was ist los? Ich habe dich nicht gehört. Du bist hier nicht gekommen, oben zu reden. Komm doch hoch, du bist doch auch Marokkaner, du weißt, wie das ist. Komm, unterstütze mich. Auch ein anderer Marokkaner Ex-Moslem mit uns hier. Also, ich bin nicht der Einzige. Viele, viele, wie gesagt, ich habe auch mit ein paar Freunde gesprochen, dann fand ich heraus, dass die auch schon längst den Islam verlassen haben und so. Viele. Und es muss so sein, jeder, den ich raushole oder rausgeholt habe aus dem Islam, hat ja auch andere rausgeholt. Ich habe auch Mütter von sechs Kindern und so, die ich dann rausgeholt habe, mit Burka und alles, die sich jetzt bei mir bedanken. Ja, manche haben den Burka weggemacht, manche noch nicht, weil die Kinder noch Muslime sind, aber viele, viele auch Frauen. Und das ist gut, weil die Frauen sind ja die Zukunft, die werden ja die Kinder erziehen. Und das ist wichtig, dass die moralisch eine gute Moral haben, eine gute Ethik und einen guten Charakter. Und das ist wichtig, weil dann werden sie die Charakter an ihre Kinder beibringen. Aber auch Jungs, wirklich auch junge Männer, ganz viel Respekt an diese junge Männer, die in arabischen Ländern, in Islamländern leben und wirklich diesen Nein sagen zu diesem Unrecht, zu diesen, ja, diese monströöse Ideologie oder diese kriminelle Ideologie, diese barbarische kriminelle Ideologie. Das ist nicht alles segnen dort. Hallo, Isi, Schwester Reitz. Hallo, bitte, wenn jemand mir nachkommt, einfach nicht annehmen, bitte. Okay. Ich bin nur deshalb abgehangen. Hast du gestolkt, hast du gestolkt oder was? Nein, 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 es war cool und so, aber ihr kennt das sicher, gewisse Leute verstehen einfach nicht, wenn man über den Glauben und so spricht. Und ich muss mich niemandem rechtfertigen, das darf jeder zuhören. Aber, ja, es gibt so Likes, wo du reinkommst, du machst ein bisschen Spaß, hast es lustig und dann gibt es einfach Likes, wie bei euch, wo man über andere Themen spricht und deshalb... Zeit, Diskussionen, Beleidigung, Kischerei... Der arme Jerry ist nie zum Schluss gekommen. Jerry, bist du hier, Jerry, oder schläfst du? Jerry schläf schon. Ich dachte, vielleicht... Kann sein, kann sein, bist man hier auch eingeschlafen. Bist man hier auch eingeschlafen. Ich dachte nur, als er bei Jerry, er kommt nicht einmal zur Hälfte, seine Zeit ist schon weg, abgelaufen. Der schläft, der schläft, Leute, ihr redet nicht. Jerry... Er hört alles. Oh, dann lassen die Arme, Leute, ich bin so süß. Die ist im Stage eingeschlafen. Hey, du, sorry wegen heute Abend, aber es haben mich so viele Leute gemeldet, ich wurde nonstop rausgekickt. Ja, die haben mich verrückt gemacht. Die ganze Zeit, ich hole dich hoch, du gehst runter, ich hole dich hoch, du sagst, irgendwas ist los. Also drei Minuten und ich wollte ja aufgeben, dann hast du gesagt, ja, komm. Und wenn ich um das Problem ist, ich hatte ja diesen Dings, diese Minuten gemacht, diese Show. Und ich musste dich immer direkt nochmal hochnehmen, damit du um deine richtige Platz bist mit dem Reden, weißt du. Und ich dachte, das war's mal. Hey, jetzt kommt schon wieder der dran und der und der und ihr lässt mich nicht sprechen. Ja, 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 ich hab schon gedacht, was ist das jetzt? Und danach passiert das auch mit den anderen. Ich hab dann alle Modis weggebracht, um dann nochmal, um zu gucken, dann nochmal zurück. Falls ich irgendeinen Modi vergessen hab, unterschreibt mir. Wie gesagt, ich mag nur Demokratie. Ich hab dir, also, jetzt musst du nicht, aber in dieser Zeit hab ich dir geschrieben, ey, bitte gib mir Mod, einfach so, nur für dieses Leid. Ich hab's dir dreimal geschrieben, ja, und dann dachte ich, okay, ich hab's wirklich gesehen. Ich hab mich verrückt gemacht, weißt du. Ey, Leute, da ist immer so, ewig, geh runter, ewig, geh runter, geh runter. Hab's gesehen, ich hab die geblockt. Ja, manche waren unhöflich, ich hab die geblockt, wir waren unhöflich, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich mag auch keine Bevormundung, ich mach auch nicht, dass man anderen sagt, was er machen soll, oder was er nicht macht, jeder Mensch soll's machen, was er will, jeder Mensch ist frei. Aber sorry, diese Menschen, die sind dann von drei, vier anderen Profilen gekommen, verstehst du? Und dann, Ibi, wieso, wieso tust du mir das an und so und ich hab nichts gemacht und so, ja, du hast geschrieben, fünfmal geh runter, bist selber schuld. Ja, ja, warum soll er dieses sagen? Ich weiß nicht, war das Muslim oder war das Chris? Ich weiß, ich weiß nicht. Also, der erste Name war Noel. Ja, war aber Noel, ja. Noel ist ja, ja, Weihnachten. Weihnachten, und dann, der Green, der war ja der beste Leute. Das sagt er, in der Bibel steht, die Frauen haben sich zu unterwerfen, Junge, du spuckst auf unserer Bibel rum und dann sprichst du mir, was in der Bibel steht. Ja, war recht. Morat, was sagst du, eure Freiheit wird schon viel helfen, wenn Azrael, weißt du, was ich machen werde, damit Azrael mich nicht findet und auch Neckere, und Munker mich finden. Ich hab gesagt, wenn ich sterbe, die sollten mich zum Haie verfüttern, ne? Dann soll deine Allah die Mist sammeln, ne? Ja, aber Leute, mit seinen Azrael, seinen, mit seinen, äh, Neckere, Munker, auch, die sollen die Ozean nämlich suchen, ob die mich nochmal finden, um zu fragen, wer ist mein Allah, wer ist meine Religion, wer ist. Aber Babu, wie hattest du diese Nerven, ruhig zu sein? Also, ich war immer wirklich auch froh, wenn wieder Luka gesprochen hat und so, weil, ey, ich hatte einen Hauden-Nerven-Zusammenbruch, wegen diesen Lügen, und du, du bist einfach ruhig und lass sprechen, lass sprechen, hey, Hauden. Ja, was soll ich machen? Wenn man die sagen, ihre Meinung, aber wenn es, wenn es jetzt wirklich kriminell wird, oder wie vorhin, aber du, sei froh, du warst nicht gerade hier, war gerade, er war gerade hier eine, die sagt, wo ist das Problem, Frauen im Markt zu verkaufen, was ist daran schlimm? Ja, eben, war, dieser, 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 wie heißt er? der, der wo da war. Ja, ja, wie heißt er noch? Oder hast du was? Und was reicht hier? Etwas, etwas mit F. Ries, der war, Ries, der war, Ries, das hat dir gefallen, Löwenherz, ja, Sarah, hat dir auch gefallen, Ries, hat er das gesagt? Ja, oh mein Gott, das ist okay, ist das, hat er Kinder? Keine Ahnung, der Typ ist krank. Ja, das ist eben die Frage, weiß er? Kinder, aber, eine, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, oder nicht, das ist, in dem Sinne, ich privatsache, von ihm, weiß so, ich will nicht, aber ich weiß, er hat Kinder. Okay, okay, also ich weiß nicht, was er da im Live gesagt hat, aber wenn er eine Tochter hat, kann er es gerne? Ich hoffe auch, er hat keine Tochter und ich hoffe auch, keine gibt ihm seine Tochter, also ich hoffe, dass auch keiner, du kannst hoffen, was du möchtest, er würde seine Tochter für nichts hingeben, schlussendlich, meh, ja, nein, aber ich wünsche mir, er würde keine Frau finden, überhaupt zum Heiraten, mit so einem Menschen, würde ja auch keine Frau sein, oder irgendein Mensch will, mit diesem Typ nichts zu tun haben, das ist ein Gefahr für die Menschheit, der Typ ist psychisch krank, der braucht eine Einweisung, für mich war dieser Green schlimmer, dieser Green, so, Jesus hat befohlen, Kinder zu essen, und so, ey, was war das, Leute? Ich weiß nicht, ob ich etwas in der Bibel verpasst habe, ich hoffe, ich hoffe, der kann keine Kinder kriegen, ich hoffe, der hat eine Krankheit, der keine Kinder bekommen kann, ich brauche keine Terroristen mehr, wir brauchen keine Ticken der Zeitbomben, nein, danke, lass deine Gene bei dir, ich glaube, ich weiß nicht, wie deine Gene überhaupt überlebt, die Dings überlebt haben, eigentlich, die Leute ohne Empathie sind schon längst ausgestorben, es ist nur Leute mit Empathie heute geblieben, aber anscheinend sind manche Gene von Psychopathen doch durchgesickert. Fix, wieder Luca, was wolltest du sagen? Das, was der andere Muslim gesagt hat, es geht um eine Prophezeiung in der Bibel, die Gott sagt in der Bibel, dass wenn das Volk Israel sich von ihm abwenden, dann wird dieses Gericht über ihn kommen, aber das ist kein Befehl, sondern Gott sagt, das wird passieren, wenn ihr euch von mich abwendet tut, werde ich zulassen, dass das und das passiert und unter dieser Sache ist auch, dass sie ihre eigenen Kinder essen werden. Gott hat das vorausgesagt, dass das passieren wird. Und das sehen wir, dass in der Bibel diese Prophezeiung in Erfüllung geht, in dem Israel belagert wird und dann hungern sie und dann kommt eine Frau und sagt, gib mir dein Kind, wir essen und dann essen wir meine Kind. Und dann haben sie ein Kind gegessen und die andere Frau hat sein eigenes Kind versteckt und da rennt sie zu dem König und dann dreht der König fast durch. Aber das ist kein Befehl von Gott, dass ich auch nichts vorbekommen habe. Und Jesus hat befohlen, ist eure Kinder. Nein, das ist Lüge, das ist Lüge. Nein, das heißt Lüge, das ist Verdrehung. Weißt du, es geht nur darum, dass Gott sagt, wenn ihr für mich abwendet, dann werde ich zulassen, dass das auf euch zukommt, weil Gott, ihr weise alles voraus. Und Gott hat das Volk gewarnt und die Israelis wollten nicht zuhören. Und dann ist das passiert, dass die Leute sie belagert haben und alles mögliche. Wieder, ich habe heute genau ein Video gesehen, wo es war sehr schlimm, also es war für mich, das zu hören, war wirklich schmerzhaft. Aber es war eine alte Frau aus Palästina. Und sie wurden da festgehalten, Frauen und Kinder. Und dann haben sie Essen bekommen und sie hat so gesagt, das war wie eine Suppe mit Fleisch, aber diese Suppe war wie schwarz. Und so. Und das hat gestunken und sie haben sie gezwungen, das zu essen oder nicht. Sie haben das gegessen und dann haben sie gesagt, ja, ihr habt, und sie haben gelacht, ihr habt gerade eure Kinder gegessen. Und die haben auch so, wie halb, sie haben das nicht geglaubt, wie so ein bisschen mitgelacht. Es ist eher, ja, du lügst und so. Und dann haben sie ihnen, so im Kühlschrank, so die Hände und Füße und Köpfe von den Kindern gezeigt und die Organe und ihnen bewiesen, dass sie sie gezwungen haben, ihre eigenen Kinder zu essen. Ja, das habe ich veröffentlicht. Ah, warst du das? Ja, das ist bei mir. Also, ich habe da voll geweint. Ja, ich habe, wie heißt das, Duett gemacht. Wieso unterbrichst du mich nicht, wenn du das veröffentlicht hast? Ich erzähle noch fertig. Ja, naja, dann grieße David, nein, das ist nicht Babylonzeit. Babylonzeit kann schon sein, dass das passiert ist. Aber das ist eine Aussage aus dem ersten oder zweiten König, die Gott das Volk Israel warnt, dass wenn sie sich von ihm abwenden, dass das passieren wird. Und dann wendet sich das Volk Israel von Gott und sie werden belagert. Und dann lässt Gott zu, dass das passiert, als Strafe über das Volk Israel. Aber das ist ja allgemein wie das Böse, das heißt auch die Satanisten, das ist ja kein Geheimnis, dass sie ja da Blut, Kinder Blut und Kinder töten und dies und jenes. Also eigentlich stimmt das. Weil ich frage im Islam, dass jemand da den Kopf von jemanden abgeschlachtet hätte und ihn gebratet oder gekocht. Ja, ich habe gesagt, und Jerry, ich dachte, du bist eingeschlafen worden. auch Kaka essen, weißt du? Kaka kannst du auch essen. Ja, das ist so. Hast du geschlafen, Jerry, oder wo warst du? Guten Morgen, Jerry. Guten Morgen. Morgen. Ich habe mit dir gesprochen, Jerry, vor etwa 15 Minuten. Ich habe irgendwie was gehört, aber auch die ganz... Die kommen immer ohne Quellen. Nur das, was sie gehört haben, plappern die hier nach von deren Imame, von deren Götter. Also die haben neue Götter, habe ich schon mal gesagt. Das sind Gott von denen. haben die, Gott Joker, Gott Ryan und Gott, wie heißt der? Habukazin. Habukazin, genau. Habukazin. Vier Götter haben die jetzt. Und das ist... Das sind die Götter, denen sie folgen. Leute, sorry, ganz ehrlich, versteht mich bitte nicht falsch. wie schon gesagt, wenn ich als Frau mich jemandem unterwerfe oder jemandem respektiere, dann hat dieser Mann eine Position in meinem Leben. Und das heißt ja nicht, dass ich mich jedem Mann auf der Straße und im TikTok und überall unterwerfen muss. Und ja, ich muss jetzt hier einfach als Frau sprechen. Ich bin keine Familie, nein. Aber uns alle, auch mich und euch und alle haben Mütter auf die Welt gebracht und erzogen. Also sie sind so ein wichtiger Teil, dass wir alle das geworden sind, was wir heute sind. Und wenn das jemand so klein spricht und da wie vorher da schreibt die wir runter und so, du bist deine Frau und dies und jenes. Leute, eure Mütter wird es uns alle nicht geben, egal ob man oder Frau. Also ich finde, wir sollten den solchen Muslime sollte man irgendwas geben, damit sie sich nicht vermehren. Das ist wirklich, wenn Leute so eine Ideologie weiter, ihre Kinder weitergeben, ist das eine Katastrophe. Wir haben gesehen, was mit Schweden passiert ist. Aber Schweden hat direkt reagiert. Die schickt jetzt den ganzen Penner da zurück, woher die kamen. Die nehmen keine Asylanten sonst was mehr an. Die Kinder, wenn die was, die Kinder, die zur Schule gehen und deren Mitschüler sagen, nein, du sollst kein Schwein essen, Allah wird dich bestrafen, wird dich in die Hölle schmoren lassen, lassen die Kinder Albträume. Die werden weggenommen von deren Familie, weil es kann nicht sein, dass wir bei terroristischen Familien Kinder ziehen lassen. Das ist nicht normal. Die Kinder mischen sich schon in anderen, in Gelegenheiten von anderen Menschen, schon seit ihrer Kindheit mischen sich was ihre Mitschüler essen, ob die Schwein essen oder nicht, ob sie in die Hölle kommen. Das fängt überall schon an im Kindergarten und so, aber Schweden, also ich war jetzt gerade vorher mit einem Mann im Leib und ich kenne den schon über ein Jahr und er ist Freiwilligen Bekreuer zusätzlich in Schweden, weil dort schießen sich Kinder mit 14 ab, genau wegen Glauben, wegen dies und jenes und Schweden ist einer der größten Kriminalisten, Kriminalismus in ganz Europa. Ja, ja, aber weißt du, ob die das, weißt du, was die mit den Muslimen ist, wie sie damit umgehen, weil die hatten wirklich ein Riesenproblem, aber es scheint, dass sie jetzt langsam die Lösung gefunden haben. Die haben nicht mehr so Probleme wie vorhin und die Muslime sind ja auch so Angst Hasen, die wollen nur stärker zeigen, aber wenn man richtig eine radikale Reaktion, also radikale Ideologien brauchen auch radikale Reaktionen, ehrlich, ich bin gegen Gewalt, aber radikale Ideologie braucht eine radikale Reaktion oder Antwort. Weil du kannst nicht einen Typ der zu dir mit einem Panzer kommt kannst und nicht mit Blumen empfangen. Sorry. Das funktioniert nicht. Absolut hast recht. Und das ist genau ja manchmal auch das Thema in diesen Lives auch mit den Kreuzrittern und alles. Also es hat ja schon damals angefangen. Das war nichts Neues. Das war eine legitime Verteidigung. Was soll mich jemand abschießen und ich sage bitte bitte tu mir nichts und ich verwerfe ihm Brot. Also ihr könnt gerne den anderen die andere Seite zeigen. Aber ich verteidige mich ich mache das hier wirklich für die Menschheit nur weil Hoffnung habe dass wir alle miteinander friedlich leben können und dafür muss der ist dann verschwinden leider ohne ohne oder dass der ist nicht funktionieren das das problem man muss wirklich das kind beim namen nennen sonst machen wir nicht sonst werden wir so weiter belügen über andere sachen reden und dann das Problem bleibt da solange wir darüber nicht reden bleibt das Problem da wir müssen darüber reden diskutieren die mussten in der Lage sein auch Kritik zu akzeptieren die müssen sich auch wie erwachsene menschen verhalten nicht wie Kinder die gerade hören das Weihnachtsmann nicht gibt und ausrasten hat der Erdogan dem ja auch gesagt dass der zwar erwachsen ist und eine tiefe männliche Stimme hat und so eine dominante aber dass der im Wesen eigentlich ein Kind ist ja die kommen mir vor wie ihr habt bestimmt gesehen wenn du Kinder wenn die langsam älter werden es gibt kein Weihnachtsmann die rasten aus fängt an zu schreien das ist kein Aktivität akzeptieren und die können auch ihre Kopf nicht weil die werden betäubt von der Islam die ganze Zeit betäubt also meine lieben ich lebe ja in der Schweiz und ich habe schon oft hier böse Kommentare gehört so ja Schweiz ja genau du wirst was sagen lebst in einem atheistischen Land und so das ist aber nicht so Jutra das ist nicht so weil so viel wie das ist ist das nicht so wir haben auch unsere Feiertage wir als das Thema war Minaret die Gebete da öffentlich zu machen das war die einzige Abstimmung die ich jemals in meinem Leben gemacht habe nichts gegen andere aber ich kann ja auch nicht in Minirock nach Saudi-Arabien gehen versteht ihr und trotzdem in der Schweiz in jedem Schulzimmer hängt ein Kreuz und Religion ist Pflicht und das ist anfänglich christliche Religion natürlich wird da auch gelehrt über andere Religionen aber das ist die Grundlage und auch der Schwimmunterricht und wie schon gesagt vor allem auch dieses Kreuz im Schulzimmer das haben sie auch nicht zugelassen gesagt wer stört der soll halt wie die Schweizer sagen verreisen und das ist ja absolut okay ja richtig finde ich richtig nein finde ich richtig das ist okay ich meine viele Leute auch die wirklich im Frieden leben wollen die wirklich die gleiche Werte wie europäische Länder wollen die haben keine Chance weil die werden für bevormundet von anderen muslime nur weil sie schwarze haare haben oder nur weil sie aus dem gleichen land kommen denken sie dass sie in vollmacht haben über dich was du machen sollst was du nicht machen sollst was machst du hier späst erzähl doch dein hijab was machst du da rede nicht mit dem wer bist so als als ob sie nicht für sich denken kann als ob sie eine idiotin wäre die nicht trauen können genauso denken wie männer aber es sagt mir sein islam leider wieder weiß ja auch bei uns mit dem burka verbot das oder im gesicht darf so nicht eigentlich nicht verdecken weil das schweiß ist eine schöne land natürlich wenn du jemanden erstichst niemand hat ein gesicht gesehen du kannst ja auch ein mann sein unter dieser burka und jemand eine bombe irgendwo lassen und weg laufen wie sollen die das mit der kamera erkennen oder beim autofahnen geblitzt werden ja eben das habe ich auch gesagt ein radar geblitzt sorry aber leute schaut mal ich bin ja ursprünglich aus kroatien oder das war ja schon damals vor wie viel vor sieben acht jahren war ja schon das thema mit diesen immigranten aus syrien sieben acht neun jahren wie lang ist das jahr und so und die kroatien die waren halt die sorry die arschlöcher die haben die grenzen zugemacht und haben gesagt nee wir lassen niemanden rein nicht nur die kroatien das waren ja auch andere länder aber trotzdem so sie schützen einfach ihr land und sie haben ihr ding und 90 prozent davon ist immer konstant ich hoffe die werden jetzt noch bessere gesetze machen und noch schärfere gesetze machen weil es muss langsam wirklich es muss langsam gebremst werden bevor es schief es läuft schon schief aber bevor es noch schlimmer wird es muss jetzt eine handbremse ganz harte bremse jetzt damit es aufhört das ist nicht mehr normal das was die diese völker gedulden müssen mit diesen wilden menschen ist unvorstellbar das ist unvorstellbar dass es alles hier so wild wird diese Leute sind zivilisiert wenn du wild leben bist dann geh zurück in die Wüste irgendwo also Leute ganz ehrlich ich hatte ja also ich war extrem sportlich ich jeden Tag springer ich habe sechs Tage in der Woche sicher sport gemacht und wir haben in der Nähe ein Asylantenheim das war nicht so cool so nach den Sommerferien die Luftumstellung und alles ich dachte ich kippe um und dann springt mir einer hinterher irgendein Eritrea und ich habe schon gemerkt was der für Absichten hat und ich bin um mein Leben gesprungen kurz vor meinem Eingang bin ich nach also ich wurde bewusstlos aber der hat mir weil ich habe hier in der Nähe von mir viel Land grün und der ist mir hinterher gejagt und ja der ist mir sicher nicht in Jeans und diesen roten Turnschuhen hinterher gejagt weil er joggen geht und solche Dinge muss man auch nicht erleben und besonders für meine Kinder und dort wäre ich sogar bereit etwas zu tun was ich nicht sollte ja das stimmt wir müssen auch an den kindern hier denken ja wir wirklich die werden traumatisiert in den Schulen die werden gemobbt die werden ist schon traurig Leute der christentum ist heutzutage man muss man muss sich schämen wenn man sagt man ist christ muslim schämen die sagen ich bin stolz ich bin ein das kommt mir erst vor als würde er sagen ich bin ein stolzer pedo oder ich bin ein stolzer terrorist oder ich bin stolzer vergewaltiger oder ich bin stolzer wegsverbrecher aber aber ich bin so und ja ich bin christ und immer noch verstehst du ich glaube nur drei können sagen dass sie dass alhamdulillah zum islam gott sei dank dass der ist der schwein weil er seine ruhe von muslime hat zum glück wer waffenhändler weil die machen viele geschäfte mit den muslimen und was noch und die ganzen xx film geschäfte die machen auch die besten geschäfte mit muslimen nur die sollten sagen alhamdulillah jeder andere sagt sie sind bescheuert schau mal diesen tiktok zirkus an jeder valla bismillah und dies und jenes jeder ok bei ihnen ist es normal aber das wird ja missbraucht das missbraucht haris hala tipuno und ich verstehe das nicht und das andere ist einfach wie schon gesagt dass wir uns ja schon fast dafür schämen müssen und ich habe viele freunde und gute bekannte mit einem anderen glauben und ich respektiere sie ich liebe sie über alles aber da entstehen keine diskussionen und ich habe ihnen gesagt dass ich denke sie mir und jeder lebt sein leben mehr also ich kann ja niemanden zwingen soll jeder so leben wie er das entscheidet ist ok klar ja die kommen hier und sagen die kann kein arabisch und die will mir meine religion hier lernen und die will mir meine religion zeigen und die fragt mich was ist der kann es nicht mal richtig aussprechen der will mich fragen was Sachen über die islan sind was ist das ja dahiatu ich habe gedacht er spricht indisch wirklich aber du sprichst auch arabisch oder ja ich sprich arabisch fließend hocharabisch und ich verstehe auch alle anderen dialekten ich bin aus marokko ich bin geboren in marokko großgewachsen in marokko abitur in marokko gemacht ausbildung und dann er hat auch gesagt so dass er immer mit seinem imam sprechen würde und er wäre schon länger muslim nicht seit gestern aber was mir auch aufgefallen ist ist dass immer wenn jemand von den christlichen brüdern dem was gesagt hat oder was gezeigt hat dann hat er immer sofort auf die bibel gezeigt also direkt gegen argument egal also das ging ja jetzt fünf stunden mit dem so aber ich glaube der Tachier gemacht ich glaube der Tachier gemacht falls er sich wirklich konvertiert hat dann ist er wirklich gestert also da braucht er wirklich dringend helfen wir sollten wissen wo er wohnt und ihm einweisen lassen einfach ihm den Krankenwagen schicken bevor er irgendwas schreckliches macht das ist der Wahnsinn was ist wieder locker das gehört geflogen was los mit euch Leute geht einfach so heimlich ich habe einen Termin um 9 30 Leute ich glaube ich bin wach geht zu meinen Termin kommt zurück wegen denen wird Rassismus gefahren ja und er sagt mir nein der islam sagt du musst wenn du strafe machst musst du Sklave befreien dann muss ich viel sündigen und viele Sklaven zu befreien oder wie wenn ich nicht sündige dann muss ich auch nichts befreien außerdem man hat immer drei Wahl entweder Fasten oder Menschen Essen geben 60 Menschen oder eine Sklave befreien außerdem ich könnte entweder eine Sklave bei mir haben zum Beispiel eine körperlich eingestreckte Sklave den ich nicht verkaufen kann weil er nicht wert ist und ich könnte ihn befreien das wäre auch Befreiung oder ich gehe in den Markt und kaufe eine ganz billige und befreie ihn das ist echt verscheuert außerdem die Quellen von Sklavereien in islam sind viele viele es gibt vier Quellen entweder Verkauf oder verschenken oder im Krieg Sklaven als Beute oder wenn die gebären Kinder gebären sind das auch deine und er findet das alles normal er sagt mir was ist daran schlimm eine Frau zu verkaufen allein dieser Satz ist schon schlimm genug er sagt das und merkt gar nicht allein dass dieses Satz dass ein Mensch gestellt wird auf einem Markt ohne jegliche Menschenwürde ohne jeglichen Stoß oder sonst was unter Respekt das ist allein das Wort ist eine Schande und ist ein Problem ich weiß nicht was er dachte was würde ich ihm sagen was ist daran schlimm allein sich das vorzustellen eine Frau die im Markt steht halbnackt und steht zu verkaufen dass Männer sie anfassen und gucken ob sie ok ist und 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 den Preis verhandeln ist schon krank genug Dein Kopf sollte Error machen kaltierte ding sein Kopf sollte Error 404 machen normalerweise wenn er über so was denkt weißt du wo diese 2 sein sollte zwischen deinen Schenkeln zwingst du ekelhafter Frau verkauft ja das sagt ja das sagt ja auch der Sohn von Omar ja warum schämt ihr euch das ist doch nur eine Ware und ich habe das alles gelesen das hat nämlich schockiert Leute ich habe mit Arabern früher öfter debattiert und so ich hatte nicht diese Probleme weil wenn du sagst guckt da die guckt und sagt das kann ich nicht annehmen und ich fange an zu denken dass die menschen in unserer heimat mehr menschen sind mehr empathie haben als die geboren sind ich verstehe das nicht warum muss er das unbedingt beschützen wenn es doch zu verteidigen was nicht zu verteidigen ist oder nicht zu beschützen ist das kann man nicht wenn man lügen muss um etwas zu beschützen dann ist die Sache gar nicht schützenswert was habe ich auch gemacht beeindruckt oder dann sagen die ich bin stolz ein Moslem zu sein das ist ja ein Widerspruch in sich wie kann man entweder es man Moslem Gott ergeben oder wie die das immer nennen Gott ergeben also ergeben oder man ist stolz aber das ist ja ein der Box und die sagen das einfach und denken nicht darüber nach also meiner Meinung nach sie sind stolz darauf was weiß ich dass sie sind stolz darauf dass deren Vorfahren erobert wurden umgebracht wurden versklagt wurden deswegen sind die stolz ich weiß nicht dass sie ihre Vorfahren zwangskonvertiert wurden dass die nicht in der Lage waren ihre Religion zu bewahren oder wenigstens sich von dieser Religion zu befreien vor allem die Leute die nicht arabisch sprechen die teile arabisch sind ich verstehe wenn ein Saudi Arabier sagt der profitiert davon aber einer aus Kosovo oder aus Albanien der Saudi Arabien unterstützt das verstehe ich nicht das verstehe ich wirklich nicht dass du gehst gehst ohne dass Allah dich bestraft also warum sollte Allah wollen dass du nach Saudi Arabien gehst und dort dein Geld abgibst du kannst ihn doch von zu Hause beten warum musst du hingehen sitzt allein Mekka da drin und wartet drauf ich verstehe nicht warum muss es nicht dort sein die Verständnis dass eine Kolonisation war und das das Geld immer dort hingeschickt wurde und heute machen wir machen die es auch so nur halt anders die sind immer noch Sklaven für mich sind muslimer wie Stockholm sind schau mal ganz ehrlich für mich ist es als Christ schwierig ich versuche es nachvollziehen dass jemand stolz darauf ist weil diese Menschen sind so in diesem Glauben aufgewachsen das muss man auch ein bisschen verstehen das kann man auch nicht so auf die leichte Schulter nehmen ich denke auch Babu wenn du diesen Umstieg gemacht hast wenn du konvertiert bist es war sicher nicht einfach und so diese Sitten und Bräuche und diesen Glauben wie du gelernt hast den hast du so gelernt und ich weiß jetzt nicht wie es bei dir ist aber ich kann für viele andere Leute sprechen aus ihren Erfahrungen es hat sie viel gekostet teilweise hat sie so viel gekostet dass sie ihre ganze Familie aufgeben müssen bei mir auch aber das ist wert das wert glaube es ist das verstehe ich aber es war sicher nicht einfach das ist vor allem wenn man wenn man versteht dass seine Familie einen Typ den die nicht kennen einen Terrorist mehr lieben als deren eigenen Kind das ist schon das hat mir am meisten nicht wehgetan aber ja nicht das hat dir sicher wehgetan aber schau mal jetzt und du entscheidest dich jetzt auch für den Weg Jesus verstehst du oder für den Gott oder wie auch immer und sie was du in Jesus siehst sehen sie halt in Mohammed und ich finde es trotzdem hart also ich weiß nicht ich habe jetzt zwei Kinder wie es im Leben kommen wird aber sorry also ich würde mir nie wünschen irgendwie dass mein Sohn schwul ist oder so aber egal wie er ist er ist mein Ein und Alles und ich werde immer versuchen mein Bestes zu geben um ihn so zu akzeptieren aber ich würde ihn sicher nicht so erziehen versteht ihr was ich meine und ich denke im Glauben ist das auch so und trotzdem auch wenn sich ein Kind einen anderen Glauben aussuchen würden dann wenn es sein muss dann rufe ich euch alle kommt alle Kaffee trinken und argumentiert man bis das Kind das versteht oder ich würde auch meinem Kind sagen rufe nach Gott rufe nach Jesus wie auch immer im heiligen Namen aber ich würde alles von mir geben wenn es dann nicht so ist dann ist nicht so aber vielleicht versteht ihr ein bisschen was ich meine man muss ja auch die andere seite verstehen und man soll das auch nicht so fest verurteilen wer den Glauben verstanden hat Halleluja die haben gar nicht verstanden die haben gelitten wegen des Islam die leiden immer noch wegen Islam ihre Länder leiden immer noch wegen Islam aber die lieben den Islam deswegen nenne ich die Muslime Stockholm Syndrom irgendwas was dir schadet aber du trotzdem liebst und beschützt alles tust für ihn wie bei dem Führer ist ja das ist doch ein bisschen dran und das passiert mit den Muslimen die haben das Problem dass sie einfach nicht loslassen die merken nicht dass es nur den schadet sie auch hier den schadet sie tagtäglich auch die Mädel die ihre Hijab unbedingt tragen wollen oder ihre Orca oder so und die merken trotzdem nicht dass sie das Problem sind nicht die Gesellschaft nicht Deutschland ist das Problem das kannst in deinem Land machen aber das nicht in anderen Ländern genauso kann eine Deutsche nicht nackt laufen in deinem Land es ist eine Entscheidung als Frau ganz ehrlich entweder der Mann lässt es nicht zu und sie lassen das mit sich machen oder sie entscheiden das selber aber weißt du was ich weißt du wie sie machen ich ich habe mit diesen Leuten gelebt ich weiß die zwingen sie nicht aber die machen ihr schlechtes Gewissen die ganze Zeit ach guck mal deine Putina die hat wie schön sie aussieht oh Gott die ist eine gute Gläubige kann ja das in die Djamia anziehen ist ja okay ist das schön das heißt sie sollen sich für Djamia sollen sie es und dann immer wieder aber weißt du was ich nicht verstehe sie die meisten verstehen den Sinn des Hijab gar nicht oder man soll ja nicht anziehend sein oder dann machen sie irgendwie keine Ahnung sorry Leute auch ich habe keine künstliche Wimpern oder irgendetwas oder Nägel aber dann machen sie sie verdecken so in dem Sinne im name allahs alles aber die schminken sich mehr als die top models auf den laufstegen das dürfen sie nicht keine augenbrauen zupfen aber es geht ja darum dass man ja nicht den reiz wecken soll im Mann aber was ist das denn für eine logik für mich du verdeckst zwar die Haare und die Haare sind nicht aus schönheit da körperlich gesehen ich als ex friseuse also medizinisch gesehen sind die Haare da zum besonders die Kopfhaare zum das Hirn Gehirn zu schützen das ist Gott sei Dank haben wir Haare auf dem Kopf sonst werden wir alle voll hässlich es gibt auch schöne Männer mit Glatz aber im allgemeinen und dann machst du dir eine Tonne Make-up auf das Gesicht und stehst dahinter dass du dich verdeckt hast mal fuck off sorry es war jetzt sehr böse von mir Leute sorry ich möchte niemanden verlassen oder bleiben aber ich verstehe das Ganze nicht und Babu wie war es mit deiner Familie wollten sie dir falls es nicht so privat ist wollten sie dir zuhören sie haben es nicht akzeptiert aber haben sie dir zugehört und so Babu bist du da alle ich unterstütze das natürlich auch nicht da das auch normale Frauen halb nackt rumläufen und dann zwischen ihren Brüsten irgendwie das kreuz noch dazwischen haben aber keine Ahnung ich bin eh nicht so aufgewachsen ich bin immer solide gekleidet okay jetzt im live ich bin zuhause ich bin ich bin eh so ein Jäckchen Trainer und so aber trotzdem haben wir einen freien Willen und wenn ich in die Kirche gehe ist in meiner Schultern sicher verdeckt und alles aber ja das und mein ich meine haare sind hörst du mich ja jetzt achso okay ich dachte schrätzt ja 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 natürlich haare sind ja auch nichts erotisches aber wahrscheinlich damals war es von sie doch ja aber ich glaube mit den hijab ist nicht der Kopf gemeint nur die brüste die 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 brusten nicht dein kopf das schweißen was die da das ist nur um zu differenzieren zwischen skravinen und zwischen freie kohlen punkt aber ganz ehrlich Leute vor tausend jahren sind alle höchstens haben sie blätter um sich gehabt die waren nackt in der zeit von muhammed doch auch guck mal es gibt doch einen vers im koran wo die männer vorne wenden sollen und frauen hinten weil es gab eine hübsche attraktive frau damals und die haben keine unterhosen getragen die die haben einfach zusammen genäht und einfach getragen so das war durchsichtig meistens und diese frau die alle männer haben gewartet bis diese frau reinkam in die hinter hier gehen und dann einfach gucken weil die wie gesagt die bekleidung war durchsichtig und dann hat man gesagt nee also der hat gemerkt weil der hat immer hinten geguckt der hat gesagt ich kann auch von ich habe auch auge hinten ich kann auch von hinten gucken um denen Angst zu machen und dann hat er gemerkt verstanden dass sie immer gewasst haben in der Moschee wie ekelhaft ey ich sag euch doch Muslime sind ekelhaft die haben sogar Belästigung in der Moschee die haben die Frau belästigt in der Moschee nicht mal die Moschee haben die respektive diese Menschen wie ekelhaft muss man sein und dann musste er intervenieren und sagen Frauen warten und sie dann wie krasse kranke Gesellschaft das sind die Menschen die Religion bringen sollen solche kranke perverse Menschen aber Babu ganz ehrlich ich habe heute schon erwähnt ich bin ja aus Kroatien oder und meine Eltern leben ja mehr und ich gehe jedes Jahr natürlich ans mehr ich habe dieses Vergnügen dieses Geschenk dass ich das kann weil meine Eltern dort leben und diesen Sommer war ich dort eine Frau war in Burkini und ich habe meine Augen verdreht automatisch warum ich habe sie auch angeschaut sie hat mehr Blicke angezogen als ich die halbnackt dort war erstes Mal zweitens ihr Mann war nur in Shorts also nur in Badehosen nee er war in Shorts also er war in Boxers Shorts er hatte nicht mal Badehosen an sondern Boxers Shorts aber wenn sie schon so ist sollte er ja mindestens sich auch verdecken bis zum Knöchel und das andere ist dass zwar niemand seine Frau in dem Sinn anschauen darf aber er hat mich von oben bis unten angeschaut und abgecheckt verstehst du das heißt wenn du schon diese Politik hast dann gehst du an so einen Ort wo alle nur so sind wo du nichts anzuschauen hast und nicht du kommst hierhin und schaust andere an aber deine Frau darf niemand anschauen ey Junge warum bringt sie überhaupt dorthin wie soll sie sich die arme fühlen die ich habe auch immer von der war voll happy auch mit den Kindern gespielt und so aber es geht darum dass mich trotzdem dieser Mann von oben bis unten angeschaut hat und ich war im Bikini verstehst du auch falsch das geht ja normalerweise auch der muss ja nicht gucken aber der islam sagt er soll nicht gucken aber naja mir tut mehr die Frau leid weil sie würde sich auch gerne ein bisschen Sonnen die einfach Wind an ihrer Haut an ihrer Haare fühlen das haben uns viele Frauen erzählt als sie und so und das hat das war wirklich schön wie sie das erzählt haben ja ich habe mich frei gefühlt ich konnte ich konnte endlich den wind auf meine haupt und auf meine haare spüren ja also ganz ehrlich ich kann das gefühl ein bisschen verstehen so blöd wie es klingt mit zwei jahren corona und diesen masken das erste mal als ich ins einkaufszentrum ohne Maske es klingt so blöd ich habe mich wirklich nackt gefühlt geschweige denn diese frauen die einen ganzen hijab ablegen und die bei der hitze am strand auch noch und schwarz wahrscheinlich ja die war braun sie hatte braun aber ich verstehe nicht die stinken wenn die irgendwo sind in einem geschäft oder so weil die machen ja die dürfen ja keinen Duft machen wenn eine frau duft trägt in den islam ist sie eine hoch die armen schwitzen und gestinken sie irgendwann wenn sie so schwitzen sorry ich war auch schon in einem bus wo die klima aus war die war einfach kaputt das ist gut ich war noch in der lehre das ist gute 15 jahre her und die vor mir die war im hijab und ich bin leute wortwörtlich verreckt mit dieser hitze mit einem töpfchen und kurzen shorts und die war von oben bis unten bedeckt und ich habe gesagt ich sogar ihre nackenhaare habe ich gesehen die sind aufgestanden und ey leute die ab der ist nur noch runter gelaufen und sie haben mir trotzdem leid getan ganz ehrlich also ich verurteile das nicht und wir unterhalten uns es ist voll schön wenn es so ruhig und auch respektvoll und intellektuell abläuft wach gewesen die nacht die nacht die nacht ich muss ich habe gleich einen termin 9 uhr 30 aber ich werde wach bleiben gehe ich meinen termin dann komme ich zurück schlafe ich paar Stunden und wir sehen uns wieder später aber ich bin jetzt erst mal noch da eine Stunde mindestens bin ich noch da ja und deswegen weil der hat Frauen geschlagen auf der Straße wenn er gerochen hat das sie parfüm tragen und gesagt wer eine parfüm tragt ist eine roh ich habe sich nicht gehört sorry in einer roh ich will das wort nicht sagen eine haare ja ja das ist so also eine haare ja und deswegen tragen sie keine duft frauen ich bin ramadan damals hatte ich schon den islam erlassen ich habe keinen nicht gefasst nicht mehr gefasst so versteckt aber nicht vor den leuten mit meinen ungläubigen freunden oder mit irgendjemand haben wir gegessen und so und ich konnte nicht ohne duft gehen in ramadan weil die sagen das macht deinen fasten kaputt und jedes mal wo ich mich fertig gemacht habe für die schule oder so oder für die ausbildung habe dann meinen duft getragen und so und dann ging raus und habe Beleidigung gehört du wirst unseren tag kaputt machen du machst unseren fasten kaputt sogar meine familie von zuhause nicht mal die zähne soll man sich putzen nicht mal die zähne ich meine Allah sagt dass der geruch von jemandem der fassert dass sein mundgeruch besser als der geruch von paradies ist ich will gar nicht in diesem paradies also wenn es so ist also damals als sie sich für die fasten zeit entschieden haben oder überhaupt diesen glauben hatten gab es noch keine zahnpasta aber die sagen ja auch du sollst nicht mal deinen mund sauber machen oder so weil die haben angst und wenn du fasst es stinkt dein mund sowieso dein magen ist leer wenn man 15 stunden 16 stunden ist natürlich der magen leer und es stinkt und einen tag nach der anderen nach drei vier tage links ihr wisst schon was ich meine ich will das wort nicht sagen aber ihr könnt vorstellen was wir riechen und Allah sagt das ist der geruch vom paradies stellt euch mal vor dieser stinkende geruch ist der geruch paradies aber weißt du dass er recht hat weißt warum weil in der zahnpasta ist nitroglycerin ja weißt woher nitroglycerin kommt zucker aus dem schweine kochen machen und morgens als erstes was sie in den mund nehmen erstens mal meistens wenn sie gute zahnbürste haben haben sie wildschwein borsten erstens zweitens nitroglycerin in der zahnpasta ist aus den schweineknochen entzogen wusste ich nicht ich habe ein video was ich finde ich teile das heißt auch die muslime mindestens zehnmal am tag konsumieren sie etwas vom schwein ja bestimmt relativ nicht das fleisch aber alles andere wie sie sich bürsten womit sie zähne putzen diese zahnpasta warte ich muss schon überlegen okay so diese hardibus und so das ist klar das ist nichts aber achten aber manche die richtigen muslimen achten drauf die achten sogar auf auf essig diesen ganzen wein essig machen sie nicht in salat oder so was shampoo die meisten fast jeder hat nitroglyzerin drin seife sowieso davon müssen wir nicht sprechen das heißt aber ich habe ich habe also wenn ich das finde ich schick's dir gerne dieses video das heißt mindestens zehnmal am tag wird etwas vom schwein konsumiert egal wie es wird konsumiert es gibt ja auch überall es ist ja nicht möglich man kann sich nicht mal vegetarisch oder komplett vegan ernähren weil tierische Produkte überall sind sogar in Limonade sogar in Cola und so sind tierische Fett enthalten und so weiter man weiß gar nicht wie viele Sachen ist das synthetische Erzeugung basiert auf Erdöl Bio Hysterin ich hoffe es wurde nicht gesperrt ich habe gespeichert wenn es nicht gesperrt wurde dann schicke ich es dir gerne ich war selber total überwältigt auch im Brot im Weizen gibt es auch im Brot Leute stimmt jetzt ist mir in den Sinn gekommen im Brot hat es Spuren vom Schwein krass im Weizen Schweinefleisch sie konsumieren das alle also alle weil das Schwein wird sowieso geschlachtet das wird ja sowieso übermästert und überproduziert und so und dann diese Knochen und all diese Reste sie verwenden das für so viele Zwecke dass uns das gar nicht bewusst ist in der Kosmetik auch Kosmetik Zahnpasta Zahnbürsten im Brot und tausend andere die sind hier Schwester die sind hier nur verwöhnt meinst du die hätten jetzt Schweine gefunden irgendwo in ihren Ländern wo sie verhungern die würden es nicht essen also spitze dich die sind hier den geht es nur gut dann geht es hier nur gut deswegen machen die so eine auf ich muss aufpassen ich muss kein Schwein essen ich muss keine fett sein die in Irland würden wenn es ihnen nicht gefällt dann sollen die Verhungern zu mir Sorgen machen obwohl der Schwein hat Glück das einzige was mir gefällt in der Islam ist dass Schweine in Ruhe gelassen werden wirklich die armen Tiere die sollen Hunde töten die sollen Schlangen töten die sollen Skorpion töten die sollen diese Eidechse töten die sollten was noch Raben töten der Mohammed zum Glück hören nicht Mohammed sonst hätte er ein ökologisches Ungleichgewicht verursacht für uns zum Glück hören die nicht auf ihn wir hätten überall wenn die ganzen Hunde getötet hätten wer hasst Hunde nur Diebe weil die bellen und der hat keinen Überraschungsmoment wenn er die Leute eingreift oder überfällt wenn der die töten will dann hat der Odin was dagegen aber das Beste ist mir immer noch wenn jemand sagt ja im alten testament steht aber ihr dürft kein Schweinefleisch essen Junge nein die geschichte ist nicht so das stimmt nicht weil das waren die rabbinen die den Schweinefleisch verboten haben weil es gibt ja dafür ein neues testament und was Jesus aufgehoben hat es gibt ja weil Jesus hat herausgefunden was sie da für einen Trick gemacht haben die rabbinen da in Mabed wo die Leute ihre Opfer gebracht haben Schwein war billig und der gibt so viele und zum verkaufen bringt er nicht deswegen die wollten nur noch Lamm und Rind weil die Opfer nicht wirklich geschlachtet sondern die haben sie von einer anderen Tür raus geholt und wieder verkauft und das war nicht Gott von Juden die gesagt hat nein Schweinfleisch ist verboten sondern die Rabbinen die haben viele Gesetze gemacht auch das Gesetz das der man nur durch die Frau also das Kind von einer jüdischen Frau sein muss um Jude zu sein es war ja auch nicht so vorher das haben die Rabbinen gemacht dass nur wenn deine Mutter Jüdin ist dass du auch Jude bist das kennen die Muslime nicht die sagen die Juden und die Christen werden nicht zufrieden bis du deren Religion folgst du kannst das mit dem Schwein gemacht und deswegen haben die Probleme angefangen mit diesen Leuten der hat deren Tricks entdeckt oder entlarvt wenn man sagen will und das ist das also der Schwein war ja nicht verboten sozusagen die haben viele Gesetze gemacht die ihr Löwenherz Bruder komm hoch Löwenherz komm hoch was machst du da unten Allah weiß Allah der sagt guck mal weiter ich habe immer über den Muslimen gelacht der sagt wir sollten die Salat Zeit die Gebet Zeit die richten sich nach Sonne und was ist wenn ich im Nord unserem Planet lebe wo manchmal sechs Monate Sonne gibt soll ich zum Beispiel den morgens Gebet im Januar beten und den Mittags Gebet im Februar und den Abends Gebet dann im Mai und wenn ich faste soll ich dann sechs Monate fasten Gott wusste nicht dass die Zeiten sich verenden vor allem Sonne man richtet sich nicht nach Sonne Alles Gute Bruder Alles Gute Ich dachte muss nicht mehr nehmen die finden sonst nichts in der Bibel Ich muss ehrlich sein ich bin bis jetzt überrascht ich hätte nicht gedacht dass ich bin bis jetzt überrascht von den Christen ich habe bis jetzt kein problematisches Thema entdeckt Sorry Leute alles gut verständlich deine kinder kommen als zuerst alles gut absolut aber die ist nicht so früh wach sie ist wach weil sie nicht gehört als sprechen sorry muss ich zur schule die kleine geht nachher also halb neun bringe ich sie in den ihr habt aber ich habe eine freundin in der schweiz hat auch kinder ihr habt komische urszeiten für und der große schläft noch die kleinen die gehen aber die gehen mittags wie ist das mittag ich glaube die bringt sie nicht mal dreiviertel stunden dann müssen die wieder zurück die kommen mittags nach hause etwa eine stunde ja aber was ich noch sagen wollte so wegen fast hast du vorher gesagt ja also zwei dinge wahrscheinlich ich muss manchmal ein bisschen schauen wer ist hier im live versteht mich bitte nicht falsch aber ich passe trotzdem ein bisschen auf das erste ist auch bei Balkan ich bin ja da voll und top drin und so und da kommen die leute rein verstehst du und ich bin noch nie reingekommen wie sagen Jesus und Maria willkommen sei da Jesus und Maria oder ja Gottes Segen oder Christ sei mit euch oder Christ Gott und so weiter ich sag Punkt eins Punkt zwei wenn Ramadan ist Leute irgendwie habe ich manchmal das Gefühl die begreifen das Fasten nicht weil wenn ich faste und auch dort ist es so ich habe auch darüber gelesen du fastest ja für dich für deinen Glauben und für dich und dann kommen die rein und ja ich fast und so jeder das wie ist ja ok ich faste ja wenn wenn dieses fasten schon so rüber kommt dass du darunter leidest dann fasst du nicht ehrlich dass es nicht einfach ist das wissen wir alle aber müssen sie aber vor allem aber doch islamische schwester das islamische fasten ist vor allem ungesund nicht nicht man trinkt ja auch keine wasser kein arzt wird dir sagen du kannst ohne was das ist mir bewusst aber zum beispiel man kann auch ja zum beispiel sieben tage fasten ohne brot zum beispiel das ist auch das ist sogar gesund damit du deinen körper entgiftest und so aber wie du sagst und frauen menschen die arbeiten oder die frauen die schwanger sind und so die das durchziehen ist der voll aber es geht mir nicht mal darum sollen sie fasten wie sie möchten ist okay aber warum muss immer jeden tag dann sein ja ich faste und so und dann lassen wir musik ja es ist jetzt fasten zeit und so und weißt du was das schlimmste ist wenn das alles vorbei ist die gehen das heißt nach dem weihrahmen die gehen die trinken sich die den komfort in der nacht schwester schon in der nacht fressen sie wie verrückte schon in der nacht und dann aber sorry auch der alkohol also die holen alles nach was sie verpasst haben holen sie in dieser nacht nach ist das denn eine faste zeit warst du dann wirklich gefasst oder nicht nein hast du nicht weil du hast kurz auf etwas verzichtet hast darüber jeden wenn es vorbei ist dann trinkst du dir den kopf die birne voll und dann ist wieder gut dann kann ich und dann wird wieder sorry rumgefügelt das habe ich auch früher gemacht das habe ich auch früher gemacht wo ich Muslim war aber ist so oder das ist paradox das ist mir ja schon bewusst ja ja ich bin ja raus aber was soll ich dir sagen aber auch im Ramadan mittendrin nachts wenn es abends ist dürfen die essen dann fressen sie sich tot die essen wie verrückt und dann sagen die ja der Ramadan dient dazu Empathie mit den armen Menschen zu haben in dem Islam was für Empathie du hast nicht mal Empathie mit Sklaven und kleinen Kindern willst Empathie mit den Armen haben also schon mal bist du schon mal fertig mit deinen anderen Problemen und außerdem okay wenn du im Sabbat bist oder bei Sammach kann man es nein vor dem Sabbat vor dem Sonnenaufgang oder ja vor schon lang bevor nicht direkt vor dem Sonnenaufgang sondern schon vor dem Sonnen morgens grauen also schon ganz früh und außerdem die sagen wir müssen den armen Menschen das Gefühl das Gefühl haben wie es ist arm zu sein kein Essen zu haben das ist der Sinn oder das ist die Lehre aber das ist das nicht weil ja auch arme Menschen fasten was sollen denn arme Menschen fühlen es gibt nichts mehr als sie warum sollen sie denn fasten dann sollten nur die Reichen fasten um zu fühlen wie es den Armen gehen aber nicht doch den Armen auch macht doch gar keinen Sinn wenn die Armen auch fasten oder sonst Absolut Babu Babu auf was bist du umgestiegen wenn ich dich fragen darf noch nicht ich habe nur den Islam verlassen zur Zeit und das war es ich kenne mich nicht mit anderen Religionen also ich kenne mich weil ich bin Marokko groß geworden da haben wir keine andere Religionen um zu gucken oder zu das dergleichen das ist ja aber ich finde das ist dann noch schwieriger weil wir hatten nur diese eigene Religion alle das ganze Land hat nur eine Religion und deine ganzen Nachbarn die ganzen Leute die du kennst haben nur eine Religion du kennst nur das und du wächst und du wächst mit der Idee dass nur das die Wahrheit ist das war noch schwieriger das macht es noch schwieriger für die Leute aus der Religion auszutreten wenn man nicht weiß dass es andere Religionen gibt oder dass andere Glaubensrichtungen geht ja aber ich finde ich habe ja meinen Charakter meine Ethik meine Moral allein nicht verbessert meine Moral war ja gut sonst wäre ich immer noch Moslem verstehst du aber hat man alles zu Jesus gefunden nee ich habe noch nie die Bibel gelesen habe ich nicht aber ich denke daran du bist einfach mal weg ich bin erstmal bin ich einfach mal weg also ich wollte dir nur damit beschreiben weil zum Beispiel ich bin ja katholisch und auch wenn ich das sage kommen Kommentare das dies das jenes ist mir egal ich bin so aufgewachsen aber nicht darum glaube ich daran weil für mich gibt es genug Argumente und Zeugnisse die ich selber erlebt habe Gott sei Dank die wirklich natürlich für mich ist Jesus der Weg aber es gibt einfach Wege es gibt überall Wege mit ein bisschen Unterstützung was wollte ich aber sagen zum Beispiel unsere Fastenzeit ist ja 40 Tage bis Ostern das ist so typisch katholisch und in dieser Zeit es geht nicht darum ich kann mich entscheiden möchte ich nur mich 40 40 Tage von Brot und Wasser ernähren möchte ich auf Fleisch verzichten möchte ich auf Süßigkeiten verzichten das ist auch so wie dieser freie Wille was mir sehr gefällt die Kleine geht voll ab sorry alles gut schön dass sie fröhlich ist sehr schön danke Löwen jetzt ja ich finde dass meine Moral das ja weil ich eine gute Moral habe und weil ich eine gute Ethik habe ich mich von dem Islam entfernt habe deswegen sonst wäre ich ja wie gesagt Muslim geblieben mich hätten die ganzen Sachen nicht gestört aber ich glaube nicht dass ich meine Moral verbessert habe aber dass meine Moral schon gut war und alles und auch mein Charakter und so ich habe mich zwar verbessert in anderen Hinsichten dass ich ja zum Beispiel kein Fleisch mehr esse und auch auch viele Sachen wie man denkt weil das ist ja deine ganze Denkweise die sich verändert wenn du nicht mehr an diese Ideologie glaubst und deswegen ich habe mir einen besseren Charakter gebaut selbst besser als Mohammed besser als die Religion tausendmal besser das ist nicht mal zu vergleichen und ich bin stolz drauf und auch wenn ich meine Familie verloren was heißt verloren ja keinen Kontakt zu denen habe bin ich trotzdem glücklich und glaube das ist trotzdem wert weil ich kann nicht mit Menschen leben und das respektieren und tun als ob die Recht haben nur weil sie an irgendeine Fantasie glauben muss ich nicht damit klarkommen und das respektieren vor allem wenn es so grausam wenn es so eine böse und gefährliche Ideologie ist dann müssen sie auch aufwachen wenn sie nicht wollen dann ist das deren Schuld ich möchte keinen Kontakt mit solchen Menschen haben ja weil dieser Riss hat mir geschrieben gerade vorhin Nachricht ich dachte dass man mit dir reden kann ich glaube ich habe die Nachricht nicht gelesen aber von draußen ich dachte man kann mit dir vernünftig reden der will mir Dings rechtfertigen Sklaverei und Verkauf von Menschen in Märkten nackt rechtfertigen und der redet von vernünftig reden das ist ja diese Doppelmoral dieser Paradox dieser Riss braucht mir nicht mehr kommen mit dem will ich kein Wort mehr wechseln auf keinen Fall ja ja nein nein das ist nicht normal ich verliere meine Zeit ich kann keinen Pädor debattieren oder überzeugen das kannst du nicht der ist krank der hat das so in deinem Kopf ja Schwester und wenn ich jetzt kurz fertig machen darf äh debatten der war 40 Tage ohne Süßigkeiten nie echt Leute ich habe also es geht darum dass du auf etwas verzichtest was du sehr gerne magst was vielleicht auch nicht gut ist für dich und ich war als ich 15 war und 16 habe ich zwei Jahre lang 40 Tage auf Süßigkeiten verzichtet Leute ich brauche heute eine Schokolade in der Woche oder im Monat ist mir genug ist mir krass was verändert das ist Disziplin ich habe auch vor fünf Jahren glaube ich ja vor fünf habe ich vegan ich war vegan 40 Tage lang ohne Fleisch ohne irgendetwas vom Tier und ich bin voll kreativ und ich bin voll kreativ geworden es hat mir etwas gutes gebracht ich wurde voll kreativ ich habe mit dem Gemüse experimentiert und gemacht und es geht einfach darum dass man auf etwas verzichtet was dir was du sehr gerne hast und nicht einfach du machst etwas und dann gibt es diese andere was auch okay ist wo 40 Tage lang einfach nur Brot essen und Wasser trinken ja ich sage Debatten ich kann sehr gut verzichten auf Alkohol ja ich trinke auch sehr 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 selten Alkohol Süßigkeiten auch nicht oft habe ich selten zu Hause ich esse eher Nüsse und so andere Sachen Früchte gerne aber wie gesagt ich auch wirklich selten Alkohol aber jetzt nur wenn ich jetzt zum Beispiel eingeladen bin oder zum Geburtstag oder so trinke ich gerne ein bisschen aber niemals zu Hause zum Beispiel ich habe nie Alkohol zu Hause weil viele sagen ah du hast den Islam verlassen um dann deine Gelüste zu folgen um Alkohol zu trinken um Sina zu betreiben aber das ist ja nicht die Wahrheit im Gegenteil nein das sind diese eckhaften Sachen in deiner Religion die mich daraus abgestoßen oder wie soll ich das dann nennen nicht die Gelüste im Gegenteil und der Beweis dafür ist dass ja ich lebe gesund und was heißt Sina was heißt weil man unehrliche SRX haben will denn kannst du im Islam in Islam hast du hast du eine Unmengen an SRX vier Frauen unzählige SRX Sklavinnen warum sollte man da raus wollen wenn man das will versteht ihr was ich meine schau mal zumindest auch wenn du noch nicht irgendwie ungestallt bist Johnny willst du etwas sagen oder bin ich da ja ja du hast jetzt zu Schwester ja rede genau was das Thema Frauen und so angeht du hast dich ja noch nicht entschieden welchen Weg du gehst du hast dich entschieden von welchem Weg du gegangen bist und ich finde das Junge sorry darf ich Junge sagen Junge ich finde das echt heftig dass du gegangen bist ohne dass du dich an etwas neues gebunden hast aber ich wollte nur sagen das was zum Beispiel Jesus angeht bei Jesus war nie das Thema Sex oder Frauen also eigentlich hat Jesus so weit man weiß von der Bibel sein ganzes Leben lang enthaltsam gelebt und es gibt auch keine Themen wenn man in das ewige Leben kommt dass man da sich also ich meine das ist da ist gar keine Vergleichsmöglichkeit also ich weiß nicht was du also da ist gar keine du vergleichst wie wir sagen bei uns du vergleichst einen Furz mit Alhamdulillah also da ist gar keine Möglichkeit zu vergleichen es geht ja nicht um den Vergleich aber ich möchte nur sagen was ich weiß was auch du gesagt hast und dieser ich muss es trotzdem sagen warte ich antworte Debatten der will gehen ich antworte kurz die Debatte die will gehen ich kann was hast du ich wollte ihm was antworten bei Wofa der Islamist gibt es Marokko ja den Weg wir hatten sehr schöne Kultur die Geschichten erzähle ich ab und zu mal hier und ich rede immer wieder darüber Debatten danke dir ja gerne immer willkommen gerne er schert mir jedes Live jedes Video er hat echt gute Videos ne ich möchte das eigentlich nicht vergleichen ich sage nur so diese ganze Ideologie diese all das das ganze wie du es anschaust was da für ein riesen Unterschied ist dass es in der Bibel oder so nie um Sex geht im Gegenteil also eigentlich wäre das nur so dass man nur miteinander schlafen soll wenn man Kinder macht oder plant aber okay man kann ja auch nicht bis 90 Kinder machen aber wenn man verheiratet ist ist das ja eh so freigegeben den Weg gehen hast du mich blockiert ich kann dir überhaupt keine Nachrichten schreiben oder wieso geht das nicht kann man einigen Leuten nicht schreiben ich habe die als Neube in der ne wenn dich jemand gemeldet hat wie mich heute Abend hundertmal und manchmal bekommst du da so eine Bahn dass du vielleicht zwei drei Tage nicht mehr in den Kommentaren auftauchst bis zu vierten Tagen Maximum ist ein Monat aber wenn wenn es ein Monat ist dann bekommst du eine Meldung nein ich kann anderen Leuten schreiben ah dann das heißt das passiert auch dann kannst du einfach eh nicht markieren sondern schreib einfach so mit dem Namen das passiert auch okay so alles klar ich muss auch ich muss auch in ungefähr in eine halbe Stunde mich fertig machen ich habe dieser Termin 9.30 Uhr ich komme aber danach kurz aber ich bin ja erstmal noch ungefähr eine halbe Stunde da ne für mich ist auch perfekt weil ich muss auch spätestens jetzt ist sieben fünf zehn muss spätestens auch um halb neun muss ich los ich komme gleich ich zähle jetzt gleich ok ja wo war ich Leute wo war ich nochmal ist er noch da der den Weg gehen ja ja wir hatten eine sehr gute Kultur und die haben uns in der Schule erzählt wir kommen aus dem Jemen und als wir kamen wir Araber also die haben uns überzeugt dass wir alle Araber sind ganz Nordafrika obwohl wir sind Amazir von Ägypten bis Gran Canaria auch die Insel da sind Amazir Einwohner und bis Senegal also die ganzen große und da gab Königreiche da gab Völker Zivilisationen und die Muslime haben alles demoliert der Krieg zwischen Muslime und Nordafrika als die reinkamen hat 86 Jahren gedauert 86 Jahre Krieg hat es gedauert zwischen Muslime und Nordafrika Babu ja du hast gesagt du bist in Marokko aufgewachsen ja ok ich schicke dir ich habe dich jetzt geändert und kann ich dir schicken ihr Schwester wann bist du dann gekommen nach Deutschland ungefähr seit 10 Jahren ungefähr vor 10 Jahren wie alt du bist 35 ok das heißt etwa mit 5 ok das heißt ungefähr gute 25 Jahre hast du da ja ja ich habe auch mein Abitur gemacht nach meiner Ausbildung aber du sprichst topdeutsch danke dir danke sehr nett ich versuche es zu verbessern ich versuche es zu verbessern also ich hätte es jetzt nicht gemerkt deshalb frage ich ich hätte es wirklich nicht gemerkt dass du sagen wir mal erst 10 Jahre her bist wie war das denn in Marokko weil ich weiß dort gibt es ein bisschen auch Frauen wie war das dann war das so total gemischt oder hast du das alles in den Schulen also bei uns gibt es nicht Trennung in manchen Schulen aber heutzutage mittlerweile nicht mehr so oft normal bei uns haben die Mädchen auch ihre Freiheit die müssen nicht unbedingt Kopftuch tragen wenn solche meine Schwester trägt kein Kopftuch müssen sie nicht wenn sie nicht wollen aber aber zum Beispiel aber zum Beispiel ich konnte mit meiner Freundin oder nicht in ein Hotel gehen zum Beispiel oder eine Wohnung mieten ohne verheiratet zu sein das wäre nicht möglich sonst würde die Polizei anrufen ich konnte zum Beispiel nicht essen im Ramadan tagsüber konnte ich nicht musste ich mir Versteckung zu essen das war auch nicht okay aber was Dings angeht was SRX angeht in Marokko obwohl das verboten ist machen das das gibt es es gibt es ja nicht dass sie jetzt alle Mädchen auf dem Heirat aber halt versteckt aber halt alles versteckt keine weiß das ihre Bruder weiß nicht mit wem sie spricht wenn er sie mit ihm findet auf der Straße ist sie schon tot also alles unter dem Teppich so wie man sagt alles alles mit Hinterhalt aber so wie ich mitbekommen habe trotzdem auch durch die weibliche weibliche Regierung sind die Frauen sind die Frauen schon sehr geschützt für ein islamisches Land oder? der König hat auch als der König Frauenrechte gegeben hat und ein neues Gesetz rausbringen wollte das zum Beispiel gemacht hat dass ein Mann nicht heiraten darf ohne seine Frau gefragt zu haben die zweite und die dritte und dann sind alle Männer und Muslime rausgegangen und haben demonstriert deswegen nein was soll das aber die Frauen bekommen immer mehr das was die wofür die jetzt kämpfen gleichgeregelt Berechtigung auf der Arbeit was Löhne angeht und aber auch Erbe die Erbe ist ein noch ein ganz riesen Problem in islamischen Ländern und auch in Marokko und viele Menschenrechte und die Assoziationen tun ihren Besten und kämpfen dafür und wir haben mittlerweile auch andere Stimmen in Marokko wir haben nicht nur Ungläubige wir haben viel mehr Ungläubige und der Druck ist jetzt wirklich dass der Islam verschwindet die wir hatten ja eine islamische Regierung wie ihr weißt vor elf Jahren oder so die wurden jetzt wie musst du wir hatten elf Jahre eine Regierung und die wurden nicht mehr gewählt das Volk hat verstanden dass die Muslime nur Lügner sind keiner hat sie mehr gewählt und es geht in eine andere Richtung jetzt die neue Generation die Generation die jetzt kommt ist viel schlauer und die meisten sind nicht Muslime alle vor allem die Jungen jetzt vor allem ab 18 sogar ab 16 17 zwischen 18 und 25 26 das sind die meisten die wir mit denen wir zu tun hatten in der Gruppe dort die den Islam verlassen haben und die auch Interesse hatten und so und das ist eine sehr wichtige Gruppe weil das sind ja die Eltern das ist ja die Generation die jetzt ihre Eltern ihre Kinder bringen wird und wir werden Glück haben wenn viele den Islam verlassen Löwenherz was hast du gemeint mit Babu Top aber hallo Entschuldigung ich wollte nur sagen übrigens bevor ich mich getrennt habe war mein nächstes war unser nächstes Ziel Marrakesch aber ich dorthin sollte ich schon mit einem Mann gehen eigentlich ist es respektvoll man wird nicht mehr als Europäer aber trotzdem weißt du du bist sowieso auch wenn ich nach Barcelona oder so gehe ich fühle mich immer sicher die werden sich zwar angucken ja aber also keine Gefahr null vor allem Touristen gar nicht ich weiß also Marrakesch was das angeht ist ja sehr entspannt Marrakesch ärgert dir auch Casablanca auch zum Beispiel ja also da ist vor allem Marrakesch ist sehr turistisch Marrakesch direkt war mein Ziel und ich wollte sagen zum Beispiel schau mal Dubai an verstehst du Dubai man kann ja nicht es ist trotzdem ein arabisches Land ein islamisches ja ja was für eine ja und ich war ja auch schon dort fertig sorry nun als heiratsanträge bekommen ja ja auf jeden fall aber wie gesagt die die wird nicht belästigt oder so weil unsere Dings Rechtssystem oder wie soll ich es nennen also unsere Gesetze und so und auch unsere Polizei und so ihr wisst doch dass unsere Polizei sehr sehr gut sind die haben doch ihr habt gehört von den Jungen letztens in Duisburg Duisburg der irgendwas machen wollte ja die wollte irgendwas ein Attentat ja die wollten ein Auto klauen und dann in eine israelische Demo reinfahren Marokko hat Deutschland gewarnt wir haben sehr gut Geheimdienst wir haben sehr gute Polizei die sind sehr streng was auch Pea und so und Touristen angeht keiner wird mit einem Tourist sprechen oder stören oder belästigen wir haben lange gemacht wie lange bin ich live heute ey Leute ich bin seit 14 Stunden live ich bin seit 14 Stunden live Leute oh mein Gott Leute das macht mich ich habe gerade gesehen sorry für den Unterbruch normalerweise mache ich gar nicht live wenn die Kinder wach sind oder hier sind aber es ist gerade voll angenehm ich wollte nur sagen eben wegen den ländern arabischen Ländern diesen weltberühmten wie Dubai und so ich war ja auch dort und ich kann nicht sagen ich habe mich unwohl gefühlt wirklich nicht bis so diese Arbeiter Busse vorbeigefahren sind oder es ernten dich alle an aber ich kann mich und ich weiß mich auch benehmen das heißt wenn ich in der Stadt bin ich habe keinen Minirock an oder irgendetwas ich muss ja auch nicht provozieren obwohl ich meine naja das ist keine Provokation aber man soll trotzdem alle Bräuche wäre der verrückte ideologie respektieren aber weißt ist okay außer ich bin sowieso nicht der Typ der der halbnackt rumläuft und ich wollte aber noch sagen damit zum beispiel alkohol ist ja verboten ja Leute man geht in die Ferien logisch in Dubai sogar ich dachte nur in Shark in Dubai auch aber in den Hotels ist es erlaubt das heißt alle Clubs und Bars sind in den Hotels und dann finde ich das einfach auch nur eine Propaganda Politik das heißt überall ist Alkohol verboten und du hast Shisha Pads und alles aber im Hotel kannst du dir den der halt versteckt kannst du dir alles rein saufen was du möchtest und von der ganzen Welt kommen sie dorthin und sie saufen sich in jedem Hotel ein rein ist das jetzt wirklich und teure Preise und überteuert ist das Glaube ist das eine Regel oder ist das Sanftpropaganda für mich ist es nur Propaganda es ist nur Politik dem geht es nur um Geld weil die Hotels die zahlen viel Geld und viel Steuer und nein nicht Steuer aber für diese Alkoholsteuer ja Alkohol ist sehr teuer genau ich weiß außer am Flughafen und dann zahlst du das alles und so das ist ein arabisches Land da darfst du nicht saufen aber gehst du ins Hotel dann besauf dich so viel wie du möchtest ist das ein Glaube macht gar keinen Sinn ja tatsächlich aber die Emirate sind ja auch Emirate das sind ja wie der wie die Vereinigte Königreiche da sind mehrere Emirate und jeder hat ihre Emirate und aber nicht alle haben Alkohol im Hotel zum Beispiel zum Beispiel eine von diesen Emirates die heißt As-Sharika und die ist fast Salafist da ist kein Alkohol nirgendwo in As-Sharika da ist sehr streng so wenn du von Dubai nach As-Sharika fährst als willst du von was weiß ich von San Francisco nach Kandahar fahren total andere Welt die haben zwar Geld und alles nicht so viel wie die anderen wie Abu Dhabi und so aber die die haben alles verboten nirgendwo Alkohol und das ist genug um die Ecke das ist fast nur eine Stadt weit und wir haben auch andere Gesetze Haram aber egal ja ja nir Haram aber egal das ist extra so damit sie den Preis überteuern können damit sie so viele Steuern draufhauen können auf der Alkohol und denen ist ja egal wer an was glaubt für sie ist ja nur wichtig dass sie ihre Macht haben die Regel glaubt ihr dass die Herrscher dass diese Herrscher von Saudi-Arabien von Emirat und von so wissen nicht dass dieser Islam nur ein Dings ist eine Lüge oder eine wie soll ich das am besten nennen nicht eine Lüge ein Schwindel ist Schwindel passt eher zum Islam natürlich wissen sie dass sie respektieren das nicht die trinken Alkohol die gehen natürlich bestimmt die haben die besten gelehrte Löwen die haben die gelehrte die ich hatte die haben die besten perfekten die super man von von Islam gelehrte die haben die besten Quellen natürlich wissen die dass es ein Schwindel ist natürlich oder warum wird die der Thron der Kronprinz von Saudi-Arabien feiern auf einem Yacht mit 18 Model aus Brasil sind also ganz ehrlich was all diese Sheikhs angeht von denen interessiert niemand den Glauben sie respektieren ihre Bräuche dass sie dieses Gewand haben ich weiß nicht wie man das nennt aber alles andere interessiert interessiert sie nicht weil wenn ein Mensch gläubisch ist denn und ich habe neue Freunde die sind zu Besuch geschäftlich in Dubai Leute dort ich habe Fotos gesehen dort ist Essen bei 20 Leuten ist Essen für 200 Leute und das wird alles weggeschmissen ist das Glaube eins die wissen dass es eine Lüge ist ich meine das ist deren Lüge das kommt von deren Land die wissen dass es eine Lüge ist Löwenherz die zweifeln nicht die wissen es ganz bestimmt glaub mir die wissen es ganz bestimmt weil ich will ich habe schon mal gesagt dass wir auf eine andere Gruppe sind in arabischer Gruppe auf Clubhouse und da kommt auch Mohammed das ist ein Wissenschaftler die meisten kennen ihn von seinen Videos mit Hamid das ist ein Marokkaner ein Wissenschaftler der studiert alte Schriften und alte ja diese ganzen Sachen Religion der hat den Koran auseinandergenommen der kennt Aramäisch der kennt die woher dieses Wort kommt und alles und der hat uns gesagt dass aus der königlichen Familie in Saudi-Arabien hat ihn eine gesagt wir hören euch gerne in eurer Gruppe und wir finden schön das was ihr macht stellt euch mal vor von Saudi-Arabien jemand aus dem aus dem Königshaus hat ihm gesagt wir hören das an wir sind sehr interessiert wir finden es schön wie du das erklärst und so weiter und so fort und da versteht man okay die wissen schon alles aber die interessiert gar nichts so Geld Punkt und sogar nicht einmal Geld weil das haben sie sondern so wenn sie so mit gewissen Firmen Dingen spielen dann geht es nur ein bisschen um Macht Aufmerksamkeit mehr ist nicht dahinter weil sie müssen das ja nicht machen sie haben ja genug sie machen das einfach nur zum Vergnügen die wollen den Islam nicht mehr weil das bringt sie nicht weiter die brauchen es jetzt nicht mehr die haben es gebraucht in den 80er wo sie ihre Macht befestigen wollten gegen Iran gegen Schiismus damit die Leute nicht Schied werden deswegen war diese arabische Einheit und diese ganzen alle Länder haben den gleichen Schulprogramm genommen mit dem Islam und so weiter und haben den Leuten die Gehirnwäsche verpasst und die ganzen Fernsehsendungen und diese ganzen als es dann dieser Parabol kam digitaler Dings Satellitfernseher haben die dann nur noch in Saudi-Arabien geguckt im ganzen Marokko hat nur Saudi-Arabien den ganzen Tag nur Choral und irgendwelche Imame und irgendwelche Dings Sie wollten ihre Vision verwirklichen Ja Löwenhälftein ist mein Clubhouse kennst du die App Clubhouse das ist kostenlos Clubhouse und da kann man einfach Room öffnen wir haben da eine Room die 24 Stunden sieben Tage läuft also die ist immer besetzt da sind immer Modis über die ganze Welt ja wir haben Moderatoren aus Amerika die das übernehmen wenn die Leute aus Europa schlafen müssen wir haben aus wirklich aus jedem Kontinent Menschen und 24 Stunden sieben Tage die Woche der kommt oft da dieser Mohammed der Wissenschaftler der kommt oft da der war auch letztens da habe ich ihm gehört der hat über Palästina ihre Geschichte gesprochen wir haben ihn auch gefragt ob Palästina im Koran der sagt es gibt nicht mal einmal wird Palästina erwähnt im Koran im Gegenteil der Koran erhält nichts von diesen Palästinern die waren auch kein gewünschter Volk dort die ganze Geschichte erzählt sehr interessant vor allem du bekommst es von einer offiziellen Quelle direkt du bekommst es direkt von der Person die diese Recherchen macht und diese Studien bekommst du direkt die Information und wir können ihn fragen und die spricht ja Marokkanisch auf unsere Sprache ja du verstehst ja alles ja du merkst Welteroberung unmöglich aus dem Grund öffnet sie sich ja die werden sich jetzt öffnen die werden alles öffnen die werden versuchen die Leute weg vom Islam es ist einfach einfacher Bürger bleiben mit diesem Islam wird nur als Kultur bleiben vielleicht verschwindet sogar Ramadan dass man nur noch ab und zu mal in Moschee geht oder einfach den Eid die ganzen Feiertage einfach feiert und das weiß es wird keinen Einfluss mehr haben auf unsere Leben auch die Gesetze werden geändert ihr habt gesehen also die Arabien die haben vieles geändert die haben so vieles geändert in den Gesetzen und das wird so sein ich glaube das wird so die wollen es so haben aber schau mal die Grundlage von sagen wir mal die 10 Gebote du sagst okay abgesehen von Gott nicht stillen nicht töten und so weiter früher gab es ja keine Gesetze irgendeine Grundlage weil vor allem früher waren die Menschen sowieso wild die waren nicht normal also nicht normal für uns waren sie nicht normal die haben getötet die haben alles so okay du nervst mich okay ich schlüssig kurz auf tschüss tschau nervt mich nicht mehr so wie wir uns heute hier debattieren so war es damals im richtigen Leben und sie brauchten ja diese Grundlage mit diesen Geboten mit diesen Gesetzen religiösen Gesetzen aber heutzutage sowieso tötest du jemand und sowieso jetzt du hast überall Kameras egal was du machst du hast dein Handy dabei irgendetwas du wirst geortet du wirst irgendwo aufgenommen irgendetwas wir leben jetzt in einer ganz anderen Zeit das ist genau das was du sagst das ist nicht mehr so interessant Löwenherz ja ja die investieren viel um ihre Image zu verschönen versuchen das mindestens aber ich bin da auch nicht ganz dabei ich bin da auch ein bisschen vorsichtig was das angeht weißt du ich glaube die wollen dass es so wird also dass es in die Richtung offen und so damit die auch mit der ganzen Welt konkurrieren können damit sie auch nicht mehr diese Probleme auch haben mit den Westen aber ich weiß nicht dieses Geld in diese ganzen Investitionen könnten ja auch dazu dienen dass mehr Leute den Islam nehmen wie in Katar das gesehen das war eine Dawah die haben die Leute auf der Straße gehalten die haben sie dann gefilmt diese ganzen peinliche das war die peinlichste WM überhaupt in der Geschichte meiner Meinung nach also einen 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 Gebetsteppich der Dings die schreibt was du lesen musst und der lest Koran und die haben da einfach um Werbung zu machen für die Religion weil die merken dass die Leute immer weg rennen von der Religion jetzt wollen die den Westen Muslime machen die wollen jetzt versuchen mit den anderen Leuten zu konvertieren weil die Muslime können sie nicht mehr verarschen die verstehen ja die Sprache jetzt versuchen sie mit den Leuten die Sprache nicht verstehen die sagen diesen Hadith Daif dieser Hadith heute war einer die gesagt ja doch unser Prophet war sehr nett der wurde doch die ganze Zeit bespuckt Mohammed wurde bespuckt wie bitte es ist Science Fiction Mohammed wurde gespuckt Mohammed konnte nicht mal mit ihm reden wer irgendwas über ihm nur gesagt hatte war ja schon tot hat ihn schon jemand geschickt der ihn erledigt hatte oder zum Beispiel das mit seinen Nachbarn seiner jüdischen Nachbarn auch eine Hadith Daif auch eine Lüge den gibt es nirgends wo zu finden auch eine Lüge dass er ihn jeden Tag Müll vor Mohammed geschmissen hat und dies und das das ist alles Lügen und so machen die mit diesem Hadith mit Hadith Daif darfst du Dawah machen also darf die Leute in deine Religion holen mit Hadith Daif aber in Debatten nicht und das machen die deswegen sieht ihr dass die Leute konvertieren die kennen nur diesen Hadith Daif dass der Prophet ein schöner Mann nett zu Juden war und so der hat die Juden rausgeradiert der hat sie ausradiert der hat sie gelöscht aus der arabischen Halbinsel Judenkristen es gab nicht mehr als er starb es gab kein einziges Jude in der arabischen Halbinsel aber weißt du was mein Problem ist so hier im TikTok ich du musst dich nicht stumm stellen ne ne alles ist gut ich höre sag mir was ist das Problem für mich ist das Problem so ich habe ich kenne mich nicht so gut mit dem Koran aus ich habe es einmal durchgelesen und ich bin mit Türken aufgewachsen also sie haben wirklich auf mich geschaut von klein auf und sie sind meine Tante bis ich zwölf war oder so und ja die hatten ja auch ihre Gewohnheiten und alles und ich habe viel von ihnen gelernt und ich liebe sie über alles für immer und trotzdem so weißt du dann sprichst du da etwas dann sagen sie ja nicht alle Hadiths stimmen und dann kommt jemand mit Bukhari und weiß nicht was bitte korrigiere mich wenn ich etwas falsch sage aber weißt du ständig ist irgendetwas stimmt nicht oder es ist falsch übersetzt oder nicht alle Hadiths stimmen und dann kommen die Koranisten und dann sagen sie ja ich falsch übersetze ja schlagen bedeutet nicht schlagen und töten bedeutet nicht töten und ja also es ist nicht immer auf alles eine Ausrede aber okay wenn es so steht und dann ist doch dein Gott schuld dass ich seine Sprache nicht verstehe der hätte es verständlicher machen sollen aber für mich ist Gott dazu da dass es in jeder Sprache auf der Welt verstanden wird weil Gott für mich mein Gott jedem die gleiche Chance geben möchte das heißt es ist unwichtig in welcher Sprache der liebe Gott hat ja uns auch einen Verstand gegeben und Menschen die das übersetzen können und da kann es ja nicht sein alles auf der Welt das heißt hey künstliche Intelligenz Roboter können vor dir stehen mit dir diskutieren und sprechen aber der Koran konnte nicht übersetzt werden das einzige Sonder das das auch der Welt wurde nur das konnte nicht übersetzen ja weil Allah Allah hat den Koran an Wissenschaftler geschickt und an Biologiker und ein Atomwissenschaftler und Quantiker Mechaniker ne ich verstehe das einfach nicht so und das es waren wilde Menschen die haben verstanden als er Nakaha gesagt hat haben die SRX verstanden als er Daraba gesagt hat haben die Schlagen verstanden wir müssen gucken was diese Leute verstanden haben damals weil sonst sagt der Typ wenn sie das stimmt nicht als würde er sagen mein Gott mein Allah hat versagt seine Botschaft uns beizubringen also der hat versagt sich verständlich zu machen das ist eine Katastrophe wie hast du jetzt geglaubt sagen wir mal Thema Issa kommt Issa zurück oder nicht also der Islam der Islam sagt ja der kommt zurück aber ich weiß nicht ich habe da wenig Ahnung ich habe das ich weiß ich weiß dass er gefeuchtet wurde ja das weiß ich nein nein die sagen im Koran steht dass er zurückkommt das steht im Islam sagen dass er zurückkommt und den Schwein ist der arme Schwein der arme Schwein die wollen ihn doch am Ende töten der kam doch nicht durch der arme Schwein der wird dann den Schwein töten ich weiß nicht warum der Schwein wozu soll das dienen am jüngsten Tag werden doch noch Schweine gibt ich meine wenn der Apokalypse zusammenbricht glaube ich nicht dass Schweine noch auf die Erde rennen werden keine Ahnung er kommt laut koran und das kreuz zum auch kreuz und ja ich viel viel Spaß und viel Freude mit deinen Kindern mit joh die joh die johne nacht oder ich weiß nicht vielleicht ist der schon eingeschlafen ich lasse ihn einfach hier schlafen und ich gehe raus Vielen Dank nochmals für alles. Es war sehr spannend und es tut mir leid, dass ich so oft rausgezogen habe. Nein, alles gut. Es ist gar kein Grund, irgendwas zu sagen. Das ist schon vergessen. Damit muss man klarkommen. Das ist schon verständlich. Ja, das waren halt die Meldungen. Das war schon heftig. Ich komme später noch mal vorhin online. Vielleicht bin ich da, vielleicht. Wenn ich live schicke, teile ich mit dir und wenn du online kommst, dann kannst du gerne kommen. Dann unterhalten wir uns. Gucken wir mal, worüber wir heute sprechen. Ich bin ja, wie gesagt, da nur um Mohammed und Allah und den Islam zu bereidigen. Jetzt ehrlich, zwischendurch. Die werden jetzt aufnehmen und sagen, hier guck, jetzt sagt er die Wahrheit. Ich werde von Illuminati bezahlt. Das sagen die doch immer. Das sage ich extra jetzt, damit die das aufnehmen. Du Kefir. Die sagen, ich bin ein ägyptischer, arabisch sprechender Christ. Und ich habe nur Ahnung über den Islam und deswegen bekämpfe ich den Islam. Das sage ich. Also ich finde es umso spannender, wenn sich jemand wirklich da auskennt. Und ich habe es fast heute schade gefunden, dass du nonstop geschwiegen hast. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass du dir diese Minute oder zwei nimmst und auch mal was kannst. Ich dachte nicht, Schwester. Nur ihr könnt in diesen Minuten. Ich kann nicht. Sonst müsste ich eine von eurer Zeit nehmen. Und ich wollte mich nicht reinmischen, weil ich wollte auch die Leute reden lassen. Ich hätte ihn in zehn Minuten fertig gemacht. Aber das macht ja auch, wie auch andere Leute sollen reden, auch andere Leute sollen zuhören. Ist ja okay. Aber wenn du schon belehrt bist und etwas dazu sagen kannst, nächstes Mal, dann sag lieber, ey, Evi, kann ich kurz reinspringen oder so? Und vor allem beim letzten Mal, es war mir so viel im Kopf, dass ich nicht mehr wusste, was ich sagen wollte. Nächste Mal mache ich den Sport. Nächste Mal mache ich den Sport. Nächste Mal mache ich den Sport. Ciao, ciao. Freunde, Familie, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis später. Danke euch.